Sie hören, Alexander Solzhenitsyn, der Archipel Gulag. Vom Verfasser autorisierte, überarbeitete und gekürzte Ausgabe in einem Band, gelesen von Butsch Makumbai. All jenen gewidmet, die nicht genug Leben hatten, um dies zu erzählen. Sie mögen mir verzeihen, dass ich nicht alles gesehen, nicht an alles mich erinnert, nicht alles erraten habe. Prolog Im Jahre 1949 etwa fiel uns einigen Freunden eine bemerkenswerte Notiz aus der Zeitschrift »Die Natur«, herausgegeben von der Akademie der Wissenschaften in die Hände. Da stand in kleinen Lettern geschrieben, man habe bei Ausgrabungen am Fluss Kalima eine unterirdische Eislinse freigelegt, einen gefrorenen Urstrom und darin ebenfalls eingefrorene Exemplare einer urzeitlichen, einige Jahrzehntausende zurückliegenden Fauna. Ob's Fische waren oder Tritonen, der gelehrte Korrespondent bezeugte, sie seien so frisch gewesen, dass die Anwesenden, sobald das Eis entfernt war, die Tiere mit Genuss verspeisten. Die keineswegs zahlreichen Leser der Zeitschrift waren wohl nicht wenig verwundert zu erfahren, wie lange Fischfleisch im Eis seine Frische zu bewahren imstande ist. Doch nur Einzelne vermochten den wahren, den monumentalen Sinn der unbesonnenen Notiz zu erfassen. Wir begriffen ihn sofort. Wir sahen das Bild klar und an allen Details vor uns. Wie die Anwesenden mit verbissener Eile auf das Eis einhackten, wie sie alle hehren Interessen der Ichtheologie mit Füßen tretend einander stoßend und vorwärts drängend das tausend Jahre alte Fleisch in Stücke schlugen, diese zum Feuer schleppten, auftauen ließen und sich daran sättigten. Wir begriffen es, weil wir selbst zu jenen Anwesenden gehörten, zu jenem auf Erden einzigartigen, mächtigen Stamm der Seki, der Strafgefangenen, der Lagerhäftlinge, die allein es zustande brachten, eine Triton mit Genuss zu verspeisen. Kalima aber war die größte und berühmteste Insel, ein Grausamkeitspol in diesem sonderbaren Land Gulag, das die Geografie in Inseln zerrissen, die Psychologie aber zu einem festen Kontinent zusammengehämmert hat, jenem fast unsichtbaren, fast unspürbaren Land, welches besiedelt ist von besagtem Volk der Seki. Das Inselland ist, eingesprengelt in ein anderes, das Mutterland. Kreuz und quer durchsetzt es seine Landschaft, bohrt sich in seine Städte, überschattet seine Straßen, und trotzdem haben manche nichts geahnt, viele nur vage etwas gehört, bloß die dort Gewesenen alles gewusst. Doch als ob sie auf den Inseln des Archipels die Sprache verloren hätten, hüllten sie sich in Schweigen. Durch eine unerwartete Wendung in unserer Geschichte kam einiges über das Inselreich, verschwindend weniges ans Tageslicht. Dieselben Hände aber, die uns die Handschellen angelegt, strecken sich uns nun in versöhnlicher Geste entgegen. Wozu? Wozu Vergangenes aufwühlen? An Vergangenem rühren? Ein Auge verlieren. Das Sprichwort stimmt. Allein sie verschweigen, wie es zu Ende geht. Vergangenes vergessen? Beide Augen verlieren. Es vergehen Jahrzehnte. Die Narben und Geschwüre verblassen mit der Zeit, und damit für immer. Manch eine Insel ist inzwischen erschüttert worden und zerronnen. Das Eismeer des Vergessens lässt seine Wogen über sie hinwegrollen. Und irgendwann, im kommenden Jahrhundert, werden dieses Inselreich, seine Luft und die Gebeine seiner Bewohner in einer Eislinse eingefroren, als unglaubwürdiger Triton erscheinen. Ich wage es kaum, die Geschichte des Archipels zu schreiben. Der Zugang zu Dokumenten war mir verschlossen. Aber werden sie jemals für jemanden zugänglich sein? Die sich nicht erinnern wollen, hatten und haben Zeit genug, alle Dokumente bis aufs letzte Blatt zu vernichten. Der ich gelernt habe, meine dort verbrachten elf Jahre nicht als Schande, nicht als verfluchten Albtraum zu verstehen, sondern jene hässliche Welt beinahe zu lieben, der ich jetzt durch glückliche Fügung zum Vertrauten vieler späten Erinnerungen und Briefe wurde. Vielleicht gelingt es mir, etwas aus Knochen und Fleisch hinüberzuretten. Aus noch lebendem Fleisch übrigens, vom heute noch lebenden Triton. In diesem Buch gibt es weder erfundene Personen, noch erfundene Ereignisse. Menschen und Schauplätze tragen ihre eigenen Namen. Wenn Initialen gebraucht werden, geschieht dies aus persönlichen Überlegungen. Wenn Namen überhaupt fehlen, dann nur darum, weil das menschliche Gedächtnis sie nicht behalten hat. Doch es war alles genau wie beschrieben. Dieses Buch allein zu schaffen, hätte ein Einzelner nicht die Kraft gehabt. Außerdem, was ich vom Archipel mitnahm, am Leib, im Gedächtnis, durch Auge und Ohr, dienten mir als Material die Erzählungen, Erinnerungen und Briefe von 227 Personen, deren Namen hier verzeichnet stehen müssten. Persönliche Dankbarkeit vermag ich Ihnen nicht auszudrücken. Dieses Buch ist unser gemeinsames Denkmal für alle Gemordeten und zu Tode Gemarterten. Viele haben mir geholfen, meine Darstellung mit bibliografischen Stützpfeilern zu untermauern, mit Zitaten aus Büchern der heutigen Bibliotheksbestände, aber auch aus solchen, die längst eingezogen und vernichtet worden sind, sodass es hartnäckigen Suchens bedurfte, ein übrig gebliebenes Exemplar aufzustöbern, und mehr noch sind jene hervorzuheben, die geholfen haben, das Manuskript in manch schwerem Augenblick zu verstecken und später zu vervielfältigen. Doch die Stunde, da ich es wagen könnte, sie zu nennen, ist noch nicht gekommen. Der lang eingesessene Häftling des Lagers im Kloster Solovki, Dimitro Petrovic-Wietkowski, hätte der Redakteur dieses Buches sein sollen. Doch das halbe Leben dort verbracht, seine Lagererinnerungen heißen auch so, ein halbes Leben lang, rechte sich an ihm mit vorzeitiger Paralyse. Bereits unfähig zu sprechen, konnte er nur mehr einige abgeschlossene Kapitel lesen und sich davon überzeugen, dass über alles berichtet werden wird. Sollte meinem Land die Freiheit noch lange nicht dämmern, dann wird das Lesen und Verbreiten dieses Buchs allein schon eine große Gefahr bedeuten, so dass ich auch vor den zukünftigen Lesern mich in Dankbarkeit verneigen muss, anstelle von jenen, den zugrunde gegangenen. Als ich dieses Buch 1958 zu schreiben begann, waren mir irgendwessen Memoiren oder künstlerische Werke über die Lager nicht bekannt. Ehe es 1967 vollendet war, lernte ich allmählich Valam Shalamovs Kalimar-Erzählungen und die Erinnerungen von Dimitri Witkowski, Evgenia Ginzburg, S. Adamova Sliusberg kennen, auf die ich mich im Weiteren wie auf allseits bekannte literarische Fakten berufe, denn eines Tages werden sie es doch sein. Entgegen ihren Absichten, wieder ihren Willen, haben mir folgende Autoren wertvollstes Material für dieses Buch geliefert, in dem sie viele wichtige Tatsachen, auch Zahlen, ja, die Atmosphäre selbst, festhielten, in der sie lebten. M. I. Lazis, N. W. Krilenko, während vieler Jahre Staatsanwalt, sein Nachfolger A. J. Wischinski, mit seinen juristischen Helfershelfern, von denen besonders I. L. Averbach zu nennen ist. Material für dieses Buch lieferten auch 36 von Maxim Gorky angeführte sowjetische Schriftsteller, die Verfasser des Buches über den Weißmeerkanal, jenes schändlichen Werkes, in dem zum ersten Mal in der russischen Literatur der Sklavenarbeit, Ruhm, gesungen wurde. Erster Teil Die Gefängnisindustrie In der Epoche der Diktatur, überall umgeben von Feinden, zeigten wir manchmal unnütze Milde, unnütze Weichherzigkeit. Staatsanwalt Krilenko, während des Prozesses gegen die Industriepartei, 1930 Kapitel 1 Die Verhaftung Wie gelangt man auf diesen geheimnisvollen Archipel? Stunde für Stunde machen sich Flugzeuge, Schiffe, Züge auf den Weg dorthin, doch es weist keine einzige Inschrift den Bestimmungsort aus, Beamte am Fahrkartenschalter würden nicht weniger erstaunt sein, als ihre Kollegen vom Soft-Tourist- oder In-Tourist-Büro wollte jemand eine Fahrt dorthin buchen. Sie kennen weder den Archipel als Ganzes, noch eine seiner zahllosen Inseln, sie haben nie etwas davon gehört. Wer hinfährt, um den Archipel zu regieren, der nimmt den Weg durch die Lehranstalten des MWD. Wer hinfährt, um den Archipel zu bewachen, der wird von der Militäreinberufungsstelle hin beordert. Und wer hinfährt, um dort zu sterben, wie wir beide, Sie, mein Leser und ich, dem steht dazu unausweichlich und einzig der Weg über die Verhaftung offen. Die Verhaftung Soll ich es eine Wende in Ihrem Leben nennen? Einen direkten Blitzschlag, der Sie betrifft? Eine unfassbare seelische Erschütterung, mit der nicht jeder tätig werden kann und vor der man sich oft in den Wahnsinn rettet? Das Universum hat so viele Zentren, so viele Lebewesen darin wohnen. Jeder von uns ist ein Mittelpunkt des Alls und die Schöpfung bricht in tausend Stücke, wenn Sie es zischen hören. Sie sind verhaftet. Wenn schon Sie verhaftet werden, wie soll dann etwas anderes vor diesem Erdbeben verschont bleiben? Unfähig, diese Verschiebungen im Weltall mit benebeltem Gehirn zu erfassen, vermögen die raffiniertesten und die einfältigsten unter uns in diesem Augenblick, aus der gesamten Erfahrung Ihres Lebens nichts anderes herauszupressen als dies. Ich? Warum denn? Eine Frage, die schon zu Millionen und Abermillionenmalen gestellt wurde und niemals eine Antwort fand. Die Verhaftung ist eine jähe, mit voller Wucht uns treffende Versetzung, Verlegung, Vertreibung aus einem Zustand in einen anderen. Da jagten wir glücklich oder trabten wir unglücklich durch die lange, winklige Straße unseres Lebens an Zäunen, Zäunen, Zäunen entlang, vorbei an modrigen Holzplanken, an Lehmauern und Eisengittern, vorbei an Umfriedungen aus Ziegel und Beton. Wir verloren keinen Gedanken daran, was wohl dahinter lag. Weder versuchten wir hinüber zu blicken, noch uns hinüber zu denken. Dahinter aber begann das Land Gulag gleich nebenan, keine zwei Meter von uns entfernt. Auch hatten wir in diesen Zäunen die Unmenge von genau eingepassten, gut getarnten Türen und Pferdchen nicht bemerkt. Alle, alle diese Pferden standen für uns bereit. Und es öffnete sich rasch die schicksalhafte Eine, und vier weiße Männerhände, an Arbeit nicht, dafür aber ans Zuschnappen gewöhnt, packen uns an Beinen, Armen, Haaren, am Ohr oder am Kragen, zerren uns wie ein Bündel hinein. Und die Pforte hinter uns, die Tür zu unserem vergangenen Leben, die schlagen sie für immer zu. Schluss. Sie sind verhaftet. Und keine andere Antwort finden sie darauf, als ein verängstigtes Blöden, wer ich, warum denn, verhaftet, wer denn. Das ist ein Aufblitzen und ein Schlag, durch die das Gegenwärtige sofort in die Vergangenheit versetzt und das Unmögliche zur rechtmäßigen Gegenwart wird. Das ist alles. Mehr zu begreifen gelingt ihnen weder in der ersten Stunde, noch nach dem ersten Tag. Noch blinkt ihnen in ihrer Verzweiflung wie aus der Zirkuskuppel ein künstlicher Mond zu. Ein Irrtum, das wird sie schon aufklären. Alles andere aber, was sich heute zur traditionellen und sogar literarischen Vorstellung über die Verhaftung zusammengefügt hat, entsteht und sammelt sich nicht mehr in ihrem bestürzten Gedächtnis, sondern im Gedächtnis ihrer Familie und der Wohnungsnachbarn. Das ist ein schrilles, nächtliches Läuten oder ein grobes Hämmern an der Tür. Das ist der ungenierte, stramme Einbruch der an der Schwelle nicht abgeputzten Stiefel des Einsatzkommandos. Das ist der hinter ihrem Rücken sich versteckende, eingeschüchterte Zeuge als Beistand. Wozu der Beistand? Das zu überlegen wagen die Opfer nicht. Und die Verhafter haben es vergessen. Aber es ist halt Vorschrift. So muss er denn die Nacht über dabei sitzen und gegen morgen das Protokoll unterschreiben. Auch für den aus dem Schlaf gerissenen Zeugen ist es eine Qual, Nacht für Nacht dabei sein und helfen zu müssen, wenn man seine Nachbarn und Bekannten verhaftet. Die traditionelle Verhaftung. Das heißt auch noch mit zitternden Händen zusammensuchen, was der Verhaftete dort brauchen könnte. Wäsche zum Wechseln, ein Stück Seife und was an Essen da ist. Und niemand weiß, was notwendig und was erlaubt ist und welche Kleidung am besten wäre. Die Uniformierten aber drängen, wozu das alles? Dort gibt's Essen genug, dort ist's warm. Alles Lüge. Und das Drängen dient nur zur Einschüchterung. Die traditionelle Verhaftung hat noch eine stundenlange Fortsetzung. Später, wenn der arme Sünder längst abgeführt ist und die brutale, fremde, erdrückende Gewalt sich der Wohnung bemächtigt. Das sieht so aus. Schlösser aufbrechen, Polster aufschlitzen, alles von den Wänden runter, alles aus den Schränken raus, ein Herumwühlen, Ausschütten, Aufschneiden, ein Reißen und Zerren und Berge von Hausrat auf dem Boden und Splitter unter den Stiefeln. Und nichts ist ihnen heilig während der Haussuchung. Während der Verhaftung des Lochführers Inoshin stand der kleine Sarg mit seinem eben verstorbenen Kind im Zimmer. Die Rechtshüter kippten das Kind aus dem Sarg heraus. Sie suchten auch dort. Sie zerren Kranke aus ihren Betten und reißen Verbände von Wunden. Für die aber, die nach der Verhaftung zurückbleiben, beginnen ab nun lange Monate eines zerrütteten, verwüsteten Lebens. Die Versuche mit Paketen durchzukommen und überall nur bellende Antworten. Den gibt es nicht. Nicht in den Listen. Zuvor aber muss man an den Schalter gelangen, aus dem das Gebell schallt. Und das bedeutete in den schlimmen Leningrader Zeiten fünf Tage Schlange stehen. Und erst nach Monaten oder nach einem Jahr lässt der Verhaftete selbst von sich hören. Oder aber es wird einem das ohne Brieferlaubnis an den Kopf geworfen. Das aber heißt für immer. Ohne Brieferlaubnis. Das steht fast sicher für erschossen. So stellen wir uns die Verhaftung vor. Es stimmt auch, die nächtliche Verhaftung von der beschriebenen Art erfreut sich bei uns gewisser Beliebtheit, weil sie wesentliche Vorzüge zu bieten hat. Alle Leute in der Wohnung sind nach den ersten Schlägen gegen die Tür vor Entsetzen gelähmt. Der zur Verhaftende wird aus der Wärme des Bettes gerissen, steht da in seiner halbwachen Hilflosigkeit noch unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Bei einer nächtlichen Verhaftung ist das Einsatzkommando in einer stärkeren Position. Sie kommen ein halbes Dutzend bewaffneter Männer gegen einen, der erst die Hose zuknöpft. Mit Sicherheit ist auszuschließen, dass sich während der Abführung und der Haussuchung am Hauseingang mögliche Anhänger des Opfers sammeln. Das gemächliche und systematische Aufsuchen von einer Wohnung hier, einer anderen dort, einer dritten und vierten in der drauffolgenden Nacht, gewährt den bestmöglichen Einsatz des operativen Personals und die Inhaftierung einer vielfach größeren Zahl von Einwohnern als der Personalstand ausmacht. Einen weiteren Vorzug zeigen die nächtlichen Verhaftungen auch darin, dass weder die Nachbarhäuser noch die Straßen zu sehen bekommen, wie viele da nächtens abtransportiert werden. Erschreckend für die allernächsten Hausparteien sind sie für die Entfernteren nicht existent. Sind wie nicht da gewesen. Über denselben Asphaltstreifen, über den zur nächtlichen Stunde gefangenen Wagen hin- und herflitzen, marschieren am helllichten Tage frohgemute Jugendscharen mit Fahnen und Blumen und unbeschwerten Liedern. Doch die Verhaftenden, deren Dienst ja einzig aus solchen Akten besteht, denen die Schrecken der Festzunehmenden längst etwas Vertrautes und öde Langweiliges geworden sind, betrachten den Inhaftnahmevorgang in einem viel weiteren Sinne. Die haben eine große Theorie. Man glaube nur ja nicht, naiv es gäbe sie nicht. Die Inhaftnahme, das ist ein wichtiger Abschnitt im Lehrplan der allgemeinen Gefängniskunde, in der eine grundlegende gesellschaftliche Theorie als Basis nicht fehlt. Die Verhaftungen werden nach bestimmten Merkmalen klassifiziert. Verhaftungen am Tag und in der Nacht, zu Hause. Im Dienst und unterwegs. Erstmalige und wiederholte Einzel- und Gruppenverhaftungen. Die Verhaftungen werden nach dem Grad der erforderlichen Überrumpelung eingestuft und nach der Stärke des zu erwartenden Widerstandes. Doch in Dutzenden Millionen von Fällen wurde kein Widerstand erwartet und auch keiner geleistet. Die Verhaftungen unterscheiden sich nach der Gewichtigkeit der geplanten Haussuchung, nach der Notwendigkeit, bei der Beschlagnahme Protokolle zu führen, das Zimmer oder die Wohnung zu versiegeln, welche Notwendigkeit nicht immer gegeben ist. Je nach Bedarf im weiteren Verlaufe auch die Frau des Abgeführten zu verhaften, die Kinder aber ins Kinderheim zu bringen bzw. den Rest der Familie in die Verbannung bzw. auch noch die greisen Eltern ins Lager. Oh nein, die Formen der Verhaftung sind mitnichten eintönig. Frau Irma Mendel, eine Ungarin, erhielt einmal im Jahre 1926 in der Kommintern zwei Karten für das Balscheu-Theater, die Plätze ganz vorn. Der Untersuchungsrichter Klegel machte ihr den Hof, so lud sie ihn ein, mit ihr zu gehen. Sie verbrachten einen trauten Abend, danach fuhr er sie direkt auf die Lubyanka. Und wenn 1927 auf dem Kosnetsky-Most die rundwangige, blondzöpfige Schönheit Anna Skrypnikova, die sich eben blauen Stoff für ihr Kleid gekauft hatte, von einem jungen Gecken in eine Droschke verfrachtet wird, und der Kutscher, der hat schon begriffen und schaut finster drein, um den Fuhrlohn ist er bei den Organen betrogen, dann sollten sie wissen, dass dies kein romantisches Rendezvous ist, sondern auch eine Verhaftung. Gleich biegen sie zu Lubyanka ein und fahren in den schwarzen Rachen des Tores. Nein, niemals vernachlässigt man bei uns die Verhaftung am Tage und die Verhaftung unterwegs und die Verhaftung in brodelnder Menschenmenge. Und es klappte dennoch immer, und die Opfer selbst, das ist das Seltsame daran, benehmen sich in völliger Übereinstimmung mit den Verhaftenden maximal wohlerzogen, auf das die Lebenden vom Untergang des Gezeichneten nichts bemerken. Nicht jedermann ist in seinem Heim, nach vorherigen Klopfen an der Tür festzunehmen, nicht jedermann auch an seinem Arbeitsplatz. Bei vermuteter Böswilligkeit des Zufassenden ist es besser, ihn in Absonderung zu verhaften, fern von der gewohnten Umgebung, von der Familie, den Kollegen, den Gleichgesinnten und den Geheimverstecken. Dass er nicht die Zeit habe, etwas zu vernichten, zu verbergen, zu übergeben. Hohe Würdenträger in Partei und Armee wurden bisweilen an andere Orte versetzt, per Salonwagen auf die Reise geschickt und unterwegs verhaftet. Irgendein namenloser Sterblicher hingegen, ein angstgeschüttelter Zeuge der Verhaftungen rundum, den schiefe Blicke seiner Vorgesetzten seit einer Woche schon Böses ahnen ließen, wird plötzlich zum Gewerkschaftsrat beordert, wo man ihm strahlend einen Reisebonus für ein Sanatorium in Sochi überreicht. Er dankt, eilt jubelnd nach Hause, um den Koffer zu packen, in zwei Stunden fällt der Zug, er schillt die umständliche Gattin und schon am Bahnhof. Noch bleibt Zeit, im Wartesaal oder an der Theke, wo er rasch ein Bier kippt, wird er von einem überaus sympathischen jungen Mann angesprochen. Erkennen Sie mich nicht, Piotr Iwanitsch? Piotr Iwanitsch wird verlegen. Eigentlich nicht, ich weiß nicht recht. Der junge Mann ist ganz freundschaftliches Entgegenkommen. Aber, aber, Sie werden sich gleich erinnern. Und mit ehrfürchtiger Verbeugung zur Gattin hin, verzeihen Sie bitte, ich entführe Ihren Gatten bloß für einen Augenblick. Die Gattin gestattet, der Unbekannte hakt sich bei Piotr Iwanitsch vertraulich unter und führt ihn ab. Für immer oder für zehn Jahre. Der Bahnhof aber lebt sein hastiges Leben und merkt nichts. Mitbürger, die ihr gern Reisen unternehmt, vergesst nicht, dass es auf jedem Bahnhof einen Außenposten der GPU gibt, mit einigen Gefängniszellen dazu. Diese Aufdringlichkeit angeblicher Bekannter ist so ungestüm, dass es einem Menschen ohne wölfische Lagererfahrung einfach schwerfällt, sie abzuschütteln. Glauben Sie bloß nicht, dass Sie, während Sie auch ein Angestellter der amerikanischen Botschaft, davor gefeit sind, am helllichten Tage auf der Gorki-Straße beim Hauptpostamt verhaftet zu werden. Da kommt er schon auf Sie zugestürzt, Ihr unbekannter Freund, mit ausgebreiteten Armen durch die dichte Menge. Sascha, ruft er ganz ungeniert, ewig nicht gesehen. Schau, wir stehen im Weg, komm doch zur Seite. Doch wo er sie hinzieht, an den Rand des Gehsteigs, da ist eben ein Papierda vorgefahren. Einige Tage danach wird die Tast voller Entrüstung erklären, es sei über ihr Verschwinden in kompetenten Kreisen nichts bekannt. Ach, wozu viel reden? Unsere Prachtkerle erledigten solche Verhaftungen sogar in Brüssel. So erwischten sie Schorabletnov. Da ist Moskau nichts dagegen. Man muss den Organen Gerechtigkeit widerfahren lassen. In einer Zeit, da Festreden, Theaterstücke und Damen-Garderomen, den Stempel der Serienproduktion zu tragen scheinen, zeigt sich die Verhaftung in vielfältigem Gewand. Man winkt sie beiseite, nachdem sie eben am Fabriktor ihren Passierschein vorgewiesen haben, und drin sind sie. Man schleppt sie aus dem Lazarett mit 39 Grad Fieber fort, und der Arzt hat nichts gegen ihre Verhaftung einzuwenden, soll er es nur versuchen. Man verhaftet sie vom Operationstisch weg, auf dem sie wegen eines Magengeschwürs lagen, und bringt sie mehr tot als lebendig blutverschmiert in die Zelle. Sie bemühen sich um eine Besuchsbewilligung bei ihrer abgeurteilten Mutter. Man gewährt sie ihnen, und dann erweist sich der Besuch als Gegenüberstellung und Verhaftung. Im großen Lebensmittelgeschäft Gastronomen werden sie in die Bestellabteilung gebeten und dort verhaftet. Ein Pilger verhaftet sie, der um Christi willen Beherberung bei ihnen erbart. Ein Monteur verhaftet sie, der gekommen ist, den Gaszähler zu lesen. Ein Radfahrer, der auf der Straße in sie hineinfuhr. Ein Eisenbahnschaffner, ein Taxifahrer, ein Schalterbeamter der Sparkasse und ein Kinodirektor. Sie alle verhaften sie, der sie zu spät den gut versteckten weinroten Ausweis erblicken. Manch eine Verhaftung gleicht einem Spiel. Unerschöpflich ist der darin investierte Erfindergeist unversiegbar die saturierte Energie. Aber das Opfer, das würde sich ja auch sonst nicht wehren. Ob die Einsatzkommandos auf diese Weise ihren Sold und ihre Vielzahl rechtfertigen wollen? Es würde doch scheinsführbar genügen, allen in Aussicht genommenen Karnickeln Vorladungen zu schicken. Und sie kämen auf die Minute genau zur bestellten Zeit eingetrudelt mit ihrem Bündel und marschierten gehorsam durch das schwarze Eisentor des Staatssicherheitsdienstes, um das Fleckchen Boden in der ihnen zugewiesenen Zelle in Besitz zu nehmen. Mit dem Kolchhausbauern wird es genauso gehandhabt, wozu auch die Mühe, nachts auf lausigen Straßen zu seiner Hütte zu fahren. Man beordert ihn zum Dorfrat, dort stappen sie ihn, einen Hilfsarbeiter bestellen sie ins Kontor. Gewiss, keine Maschine kann mehr schaffen, als ihr in den Rachen geht, in den angespannten, randvollen Jahren 1945-46, als aus Europa Züge um Züge angerollt kamen, die allesamt verschlungen und auf den Archipelgulag verfrachtet werden mussten. Da fehlte schon solch überschüssiges Spiel, die Theorie selbst verblich, der rituelle Federschmuck fiel ab, und es glich die Verhaftung von Zehntausenden einem armseligen Appell. Vorm standen sie mit Namenslisten, ließen die Fracht aus einem Waggon antreten und in einen anderen verstauen, womit die ganze Verhaftung auch schon zu Ende war. Jahrzehntelang zeichneten sich die politischen Verhaftungen bei uns eben dadurch aus, dass Leute geschnappt wurden, die unschuldig waren und daher auf keinerlei Widerstand vorbereitet. Die Folge war ein allgemeines Gefühl der Verlorenheit, die bei unserem Passsystem mitnichten unbegründete Vorstellung, es sei unmöglich, der GPU NKWD zu entfliehen. Und selbst in Zeiten wahrer Verhaftungsepidemien, als die Menschen sich allmorgendlich von ihrer Familie verabschiedeten, weil sie nicht sicher waren, abends nach der Arbeit auch wieder heimzukehren, selbst damals ergriff fast keiner die Flucht und nur wenige begingen Selbstmord, was ja auch bezweckt wurde. Ein sanftes Schaf ist des Wolfes Leckerbissen. Es geschah auch aus mangelnder Einsicht in die Mechanik der Verhaftungsepidemien. Die Organe verfügten meist über keine fundierte Motivierung für die Auswahl der zu Verhaftenden, der auf freiem Fuß zu Belassenden. Sie hatten ja einzig und allein die Sollziffer zu erreichen. Die Erzielung der vorgegebenen Zahl konnte nach bestimmten Richtlinien erfolgen, ein andermal aber auch völlig zufällig sein. Im Jahre 1937 kam eine Frau ins Empfangsbüro der Novatschakaska NKWD, um sich zu erkundigen, was mit dem hungrigen Säugling ihrer verhafteten Nachbarin geschehen solle. »Nehmen Sie bitte Platz«, sagte man ihr, »Wir werden uns erkundigen.« Sie wartete zwei Stunden, dann führte man sie aus dem Empfangsraum in eine Zelle. Die Zahl musste rasch ist aufgefüllt werden. An einsatzbereiten Mitarbeitern mangelte es, wozu in der Stadt suchen, wenn diese schon hier war. Allgemeine Schuldlosigkeit bewirkt auch allgemeine Untätigkeit. Vielleicht holen sie dich nicht. Vielleicht geht's vorbei. A. I. Ladischenski, dem Oberlehrer an der Schule des gottverlassenen Städtchens Kallagriff, wurde im 37er Jahr auf dem Markt von einem Bauern die Warnung zugesteckt. »Alexander Iwanitsch, geh fort! Du bist in den Listen!« Er blieb. »Hängt nicht die ganze Schule an mir? Gehen nicht auch Ihre Kinder in meine Klasse? Warum sollten Sie mich holen?« Einige Tage später war er verhaftet. Nicht jedem ist es wie Wanya Lewicki gegeben, mit 14 bereits zur Einsicht zu gelangen. Jeder ehrliche Mensch kommt ins Gefängnis. Jeder ehrliche Mensch. »Jetzt sitzt Papa. Wenn ich groß bin, holen Sie mich.« Sie verhafteten ihn mit 23. »Die schimmernde Hoffnung lässt die meisten dumm werden. Ich bin unschuldig. Warum sollten Sie mich holen? Ein Missverständnis. Schon packen Sie dich am Kragen, schleifen dich fort. Du aber kannst es nicht lassen, dich selbst zu beschwören. Ein Missverständnis. Es wird sich erweisen. Die anderen holen Sie massenweise. Ohne Logik auch dort. Und doch bleibt in jedem einzelnen Fall ein Vielleicht. Vielleicht ist gerade der. Du aber. Du bist doch ohne Zweifel unschuldig. Für dich sind die Organe eine menschlich-logische Institution. Unschuld erwiesen, in Freiheit gesetzt. Wozu solltest du demnach davonlaufen? Und warum solltest du dann Widerstand leisten? Du würdest deine Lage damit bloß verschlimmern, die Wahrheitsfindung erschweren. Was? Widerstand? Auf Zehenspitzen, wie befohlen, gehst du die Treppe hinab, damit die Nachbarn Gott behüt nichts hören. Und dann? Wogegen sich eigentlich wehren? Dagegen, dass sie dir den Hosengürtel abnehmen, dass sie dir befehlen, in der Ecke stehen zu bleiben oder das Haus zu verlassen. Der Abschied besteht aus vielen winzigen Rundherums, aus zahllosen Nichtigkeiten, um die im Einzelnen zu streiten wohl keinen Sinn hätte, derweilen die Gedanken des Verhafteten um die einzige gewaltige Frage kreisen, wofür. Doch all dieses Nebensächliche fügt sich unabwendbar zur Verhaftung zusammen. Ja, wer weiß denn überhaupt, was sich im Herzen eines Frischverhafteten abspielt. Dies allein verdiente ein eigenes Buch. Da fänden sich Gefühle, die wir gar nicht vermuten würden. Als im Jahre 1921 die 19-jährige Erste Lubyanka mit ihren Gitterfenstern und Verliesen. Wo die Verhaftung solche persönlichen Gefühle und Regungen aufrührt, tritt für viele sogar die Angst vor dem Gefängnis in den Hintergrund. Ein Mensch, der innerlich nicht auf Gewalt vorbereitet ist, wird dem Gewalttäter gegenüber stets den Kürzeren ziehen. Nur wenige ganz schlaue und waghäisige vermögen prompt zu reagieren. Der Direktor des Geologischen Instituts der Akademie der Wissenschaften, Grigorjev, den sie 1948 abholen kamen, verschanzte sich in seiner Wohnung und hatte zwei Stunden Zeit, Dokumente zu verbrennen. Manchmal aber ist das erste Gefühl des Festgenommenen jenes der Erleichterung. Ja, sogar der Freude. Auch das liegt in der Natur des Menschen und ist auch früher schon vorgekommen. Die in Sachen Alexander Ulyanov gesuchte Lehrerin Serdiukova aus Yekaterinodar fand ihre Ruhe erst wieder, als sie verhaftet wurde. Doch tausendfach wiederholte es sich in Zeiten von Verhaftungsepidemien. Wenn rundum zu dutzenden Leute verhaftet werden, die so sind wie du, hier einer und dort einer, aber dich holen sie nicht, dich lassen sie noch zappeln. Da leidest du mehr, als wenn sie dich schon verhaftet hätten. Da finden sich am Ende auch die Willensstärksten total zermirbt. Vassili Vlasov, ein furchtloser Kommunist, von dem im Folgenden noch öfter die Rede sein wird, hatte es, entgegen den guten Ratschlägen seiner parteilosen Mitarbeiter, abgelehnt, die Flucht zu ergreifen und litt unsäglich darunter, dass sie ihn, der allein von der gesamten Leitung des Kadiska Bezirkes 1937 in Freiheit geblieben war, durchaus nicht holen wollten. Er hätte dem Angriff gern ins Auge gesehen, konnte es nicht anders, beruhigte sich erst, als der Schlag erfolgt war und fühlte sich in den ersten Tagen nach der Verhaftung so wohl, wie schon lange nicht mehr. Vater Irakli, ein Geistlicher, fuhr 1934 an Alma-Ata, um die dorthin verbannten Gläubigen zu besuchen. Unterdessen wurde er zur Verhaftung ausgeschrieben und dreimal in seiner Moskauer Wohnung gesucht. Als er zurückkam, wurde er am Bahnhof von Mitgliedern seiner Gemeinde abgefangen und nicht nach Hause gelassen. Acht Jahre lang versteckten sie ihn von Wohnung zu Wohnung. Am Ende war er von diesem gehetzten Leben derart entnervt, dass er freudig Gott pries, als sie 1942 seiner doch noch habhaft wurden. Widerstand. Wo war euer Widerstand? So werden heute die Betroffenen von den Verschontgebliebenen getadelt. Gewiss, hier hätte er beginnen müssen, bei der Verhaftung selbst und hatte nicht begonnen. So werden sie denn abgeführt. Bei einer jeden Tagesverhaftung gibt es diesen kurzen, unwiederbringlichen Augenblick, da sie getarnt nach feiger Absprache oder auch ganz offen mit gezückten Pistolen durch eine hundertköpfige Menge von ebenso unschuldigen und verlorenen Menschen geführt werden. Ihr Mund ist nicht geknebelt. Sie können schreien, hätten unbedingt schreien müssen. Brüllen, dass sie verhaftet wurden, dass verkleidete Männer auf Menschenjagd ausgehen, dass eine falsche Anzeige genügt, um eingesperrt zu werden. Dass in aller Stille Millionen mundtot gemacht werden. Und solche Schreie zu jeder Stunde und an allen Ecken und Enden einer Stadt, sie hätten unsere Mitbürger vielleicht aufhorchen lassen? Sie gezwungen aufzubegehren, die Verhaftung um einiges erschwert? Im Jahre 1927, als unsere Gehirne durch blinden Behorsam noch nicht vollends aufgeweicht waren, versuchten zwei Tschechisten, am helllichten Tag auf dem Serepuchow-Platz eine Frau zu verhaften. Sie klammerte sich an einen Laternenpfahl, begann zu schreien, wollte nicht freiwillig mitgehen. Ringsherum versammelte sich eine Menschenmenge. Was Not tat, war so eine Frau, aber auch so eine Menge. Nicht jeder Passant senkte den Blick, nicht jeder versuchte, vorbeizuhuschen. Die sonst so fixen Kerle wurden sofort kleinlaut, im Lichte der Öffentlichkeit können sie nicht arbeiten. Sie sprangen in ihr Auto und fuhren ab. Die Frau hätte sofort auf den Bahnhof und wegfahren müssen. Sie ging aber nach Hause und wurde nachts auf die Lubyanka gebracht. Doch über ihre angsttrocknen Lippen kommt kein einziger Laut und die vorbeiströmende Menge nimmt sie und ihre Henker sorglos, wie sie ist, für prominierende Kumpane. Ich selbst hatte mehrmals Gelegenheit zu schreien. Es war am elften Tag meiner Verhaftung, als ich in Begleitung von drei Schmarotzern von der Armeeabwehr, denen ihre vier Beutekoffer eine größere Last waren als ich, dass sie sich auf mich verlassen konnten, hatten sie während der langen Fahrt bereits erfasst, auf dem bielorussischen Bahnhof in Moskau ankam. Sie nannten sich Sonderbewahrung. In Wahrheit störten sie die Maschinengewehre bloß, wo sie doch die vier Zentner schweren Koffer schleppen mussten, mit Sachen, die sie und ihre Vorgesetzten von der Smerchabwehr der zweiten bielorussischen Front in Deutschland zusammengestohlen hatten und nun unter dem Vorwand mich bewachen zu müssen, den Lieben in der Heimat brachten. Den fünften Koffer schleppte ich selbst, ohne jede Begeisterung. Es waren darin meine Tagebücher und Werke, die Indizien meiner Untaten. Alle drei kannten sich in der Stadt nicht aus. So musste ich den kürzesten Weg zum Gefängnis wählen, musste ich sie selbst zu Lubyanka führen, wo sie niemals gewesen waren. Ich aber verwechselte das Ganze mit dem Außenministerium. Nach einem Tag in der Armeeabwehr, nach drei Tagen in der Frontabwehr, wo mich die Zellengenossen bereits aufgeklärt hatten, darüber, wie die Untersuchungsrichter lügen, drohen und prügeln, darüber, dass keiner einmal verhaftet wieder freigelassen wird, dass die zehn Jahre unentrinnbar feststehen, fand ich mich plötzlich wie durch ein Wunder in der freien Welt. Vier Tage lang fuhr ich als Freier unter Freien durchs Land, obwohl mein Körper bereits auf faulendem Stroh neben dem Latrinenkübel gelegen, obwohl meine Augen bereits die geprügelten und schlaflosen gesehen, meine Ohren die Wahrheit vernommen, mein Mund vom Häftlingsfraß gekostet hatte. Warum also schweige ich? Warum schleudere ich nicht die Wahrheit in die betrogene Menge jetzt in meiner letzten öffentlichen Stunde? Ich schwieg in der polnischen Stadt Brodnitsa, mag sein, sie verstanden dort kein Russisch. Kein Wort rief ich auf den Straßen von Bejaujstok. Mag sein, dies alles ging die Polen gar nichts an. Keinen Laut verlor ich auf der Station Wolkowisk, doch die war fast menschenleer. Wie selbstverständlich spazierte ich mit den drei Banditen über den Bahnsteig von Minsk, doch der Bahnhof war zerstört. Nun aber führe ich die drei Smärschleute durch die weiß bekuppelte runde Eingangshalle der Metrostation Bialaluskaya, eine Flut von elektrischem Licht und von unten herauf uns entgegen über parallel laufende Rolltreppen zwei Ströme dicht gedrängter Moskauer. Es kommt mir vor, als schauten sie mich alle an. Sie werden heraufgetragen, eine endlose Reihe aus den Tiefen des Nichtwissens unter die strahlende Kuppel zu mir, um ein winziges Wörtchen Wahrheit zu erfahren. Warum schweige ich denn? Aber jeder hat immer ein Dutzend wohlgefälliger Gründe parat, die ihm Recht geben, dass er sich nicht opfert. Der eine hofft immer noch auf einen glimpflichen Ausgang und fürchtet, sich durch Schreie die Chancen zu verbauen. Wir haben ja keine Nachricht aus der jenseitigen Welt. Wir wissen ja nicht, dass sich unser Schicksal vom Augenblick der Verhaftung an für die schlechteste Variante entschieden hat und es nichts mehr daran zu verschlimmern gibt. Die anderen sind noch nicht reif für Begriffe, die sich zu Warnrufen an die Menge zusammenfügen könnte. Denn einzig der Revolutionär trägt seine Losungen auf den Lippen und lässt ihnen freien Lauf. Woher kämen sie dem gehorsamen unberührten Durchschnittsbürger? Er weiß einfach nicht, was er rufen sollte. Und schließlich gibt es jenen Schlag Menschen, deren Brust randvoll ist, deren Augen zu viel gesehen haben, als dass sich diese Flut in einigen zusammenhanglosen Aufschreien hätte ergießen können. Ich aber schweige auch noch aus einem anderen Grund. Für mich sind diese Moskauer, die da auf den Stufen zweier Rolltreppen sich drängen, noch immer zu wenige. Zu wenige. Zweihundert, zweimal zweihundert Menschen würden hier meinen Klageschrei hören. Was aber mit den zweihundert Millionen? Ganz vage schwebt mir vor, dass ich irgendwann einmal auch zu den zweihundert Millionen sprechen werde. Einstweilen aber werde ich, der ich den Mund nicht aufbrachte, von der Rolltreppe ins Fegefeuer getragen und werde auch in der Station nach Hortniriad schweigen und beim Hotel Metropol den Mund nicht öffnen und nicht die Arme empor auf dem Golgatha des Lubyanka Platzes. Ich erlebte wahrscheinlich von allen vorstellbaren Arten der Verhaftung die allerleichteste. Sie riss mich nicht aus den Umarmungen der Familie, sie entriss mich nicht dem uns so teuren heimischen Alltag. Eines mattenmüden europäischen Februartages erwischte sie mich auf einer schmalen Landzunge an der Ostsee, wo wir die Deutschen oder was unklar war, die Deutschen uns umzingelt hielten und beraubte mich lediglich der gewohnten Truppenabteilung samt der Eindrücke aus den letzten drei Kriegsmonaten. Der Brigadekommandeur beorderte mich zum Kommandoposten, bat mich aus irgendeinem Grunde um meinen Revolver, den ich ihm gab, nichts Böses ahnend. Da stürzten aus der reglosen wie gebannten Offiziersgruppe in der Ecke zwei Abwehrleute hervor, durchquerten mit einigen Sätzen das Zimmer, vier Hände verkrallten sich gleichzeitig in den Stern auf der Mütze, in die Achselklappen, das Koppel, die Kartentasche. Dazu riefen sie dramatisch »Sie sind verhaftet!« Versenkt, durchbohrt vom Scheitel bis zur Sohle, fiel mir nichts Klügeres ein als »Ich? Weswegen?« Obwohl es auf diese Frage üblicherweise keine Antwort gibt, oh Wunder, ich bekam sie. Es verdient erwähnt zu werden, weil es so gar nicht unseren Gepflogenheiten entspricht. Nachdem die Smärschleute aufgehört hatten, mich auszuweiden, wobei sie mir samt der Tasche meine schriftlichen politischen Betrachtungen wegnahmen und mich nun irritiert durch das Klirren der Fensterscheiben im deutschen Granatfeuer eiligst zum Ausgang hinboxierten, hörte ich plötzlich jemanden zu mir sprechen. Ja, doch. Über diese blinde Mauer, die das schwer auf dem Raum belastende Wort verhaftet zwischen mir und den Zurückbleibenden errichtet hatte, über diese Pestwehr hinweg, die kein Wort mehr übertreten durfte, drangen zu mir die undenkbaren märchenhaften Worte des Brigadekommandeurs »Solchene Zehn, kehren Sie um!« Und ich, durch eine jähe Wendung aus den Händen der Smersch-Leute befreit, machte einen Schritt zurück. Ich kannte den Oberst kaum, er ließ sich nie zu simplen Gesprächen mit mir herab. In seinem Gesicht sah ich immer nur Befehl, Ungeduld, Zorn. Jetzt aber war es nachdenklich erhält. War es Scham wegen der erzwungenen Teilnahme an einer schmutzigen Sache? War es Aufruhr gegen das lebenslange Klägliche sich ducken müssen? Aus dem Kessel, in dem vor zehn Tagen seine Artillerieabteilung mit zwölf schweren Geschützen geblieben war, habe ich meine Aufklärungsbatterie fast ohne Verluste heil herausgebracht. Sollte er sich nun wegen eines Fetzens abgestempelten Papiers von mir lossagen? Haben Sie, begann er mit Nachdruck, einen Freund an der ersten ukrainischen Front? Halt, das ist verboten! fuhren die beiden vom Smärsch ein Kapitän und ein Hauptmann den Oberst an. Erschrocken duckte sich das Gefolge der Stabsoffiziere, als hätten sie Angst, einen Teil von des Chefs unglaublicher Leichtfertigkeit auf sich nehmen zu müssen. Die Männer von der Politabteilung machten Ohren im Hinblick auf das gegen den Brigadekommandeur zu liefernde Material. Immerhin, ich hatte genug gehört. Ich begriff sofort, dass ich wegen des Briefwechsels mit meinem Schulfreund verhaftet worden war, begriff auch, aus welcher Richtung ich die Gefahr zu erwarten hatte. Hier hätte er auch innehalten können, meint Sarah Georgievich Strafkin. Doch nein, noch muss er sich besudelt, noch bruskiert geführt haben, denn er erhob sich. Niemals in jenem früheren Leben war er aufgestanden, meinetwegen. Streckte mir über die Pestwehr hinweg die Hand entgegen? Niemals hatte er mir, solange ich frei war, die Hand gereicht. Er griff sie fest, zum stummen Entsetzen des Gefolges und sagte, warme Entspanntheit auf dem immer strengen Gesicht, furchtlos und deutlich, ich wünsche ihnen Glück, Hauptmann. Nicht nur war ich kein Hauptmann mehr, ich war ein entlarvter Feind des Volkes, denn es ist bei uns jeder Festgenommene von Anfang an auch schon vollkommen entlarvt. Wem also wünschte er Glück? Einem Feind? Dieses Buch wird nicht Erinnerung an mein eigenes Leben sein. Darum will ich davon absehen, über die komischen Einzelheiten meiner ganz und gar unüblichen Verhaftungen zu erzählen. In jener Nacht mühten sich die Smärsch-Leute vergeblich mit ihrer Straßenkarte ab, sie verstanden sich nicht aufs Kartenlesen, resignierten bald und überreichten sie schließlich mir mit liebenswürdigen Komplimenten und der Bitte dem Fahrer doch den Weg zur Armeeabwehrstelle zu zeigen. Mich selbst und meine Begleiter wies sich denn in dieses Gefängnis ein und wurde zum Dank dafür sogleich nicht in eine Zelle sondern in den Karzer gesperrt. Diese Speisekammer eines deutschen Bauernhofes, die provisorisch als Karzer diente, möchte ich allerdings nicht übergehen. Sie hatte die Länge eines ausgestreckten Menschenkörpers und die Breite von drei dicht aneinandergereihten Männern. Ein Vierter musste sich bereits hineinzwängen, dieser Vierte war ich, eingeliefert nach Mitternacht, die drei liegenden blinzelten mich im Licht der Ölfunzel verschlafen und unfreundlich an und rückten ein wenig, sodass ich Platz hatte, mich dank der Schwerkraft allmählich zwischen zwei Körpern einzukeilen, bis auch meine Seite das auf dem Boden liegende Stroh berührte. So waren in unserer Kammer acht Stiefel gegen die Tür und vier Uniformmäntel. Sie schliefen, ich loderte. Je selbstbewusster ich als Hauptmann noch tags zuvor war, desto schmerzlicher traf es mich eingezwängt, am Boden dieser Kammer zu liegen. Die steif gewordenen Glieder ließen meine Nachbarn ein ums andere Mal aufwachen, dann drehten wir uns in einem gemeinsamen Schwung auf die andere Seite. Gegenmorgen hatten die anderen ausgeschlafen, man gähnte, ächzte, zog die Beine an, verkroch sich in die verschiedenen Ecken und ging daran, Bekanntschaft zu machen. Und du? Wofür sitzt du? Mich jedoch hatte unter dem vergifteten Dach des Smärsch bereits der dumpfe Hauch des Auf-der-Hut-Seins angeweht, so tat ich einfältig erstaunt. Keine Ahnung, glaubt ihr, die sagen es einem, die Hunde? Meine Nachbarn hingegen, Panzerleute in schwarzen Helm-Mützen, verschwiegen nichts. Drei ehrliche, drei natürliche Burschen waren es von der Art Menschen, die ich lieb gewonnen hatte während des Krieges, selber komplizierter und auch schlechter als sie. Alle drei waren Offiziere. Auch ihnen hatte man wild und hastig die Achselstücke abgerissen, das Futter sah an manchen Stellen hervor, helle Flecken auf den verschmutzten Blusen waren die Spuren der abgenommenen Orden, dunkle rote Narben an den Händen und in den Gesichtern die Male von Verwundungen. zu ihrem Pech war ihre überholungsbedürftige Abteilung ins selbe Dorf eingezogen, in dem die Abwehr Smerch der 48. Armee in Quartier lag. angespannt vom Gefecht, das vorgestern war, hatten sie gestern über den Durst getrunken und waren etwas abseits vom Dorf in einen Badeschuppen eingebrochen, in den sie zwei aufreizende Weibsbilder sich einsperren sahen. Mit ihren torkelnden Verehrern hatten die Mädchen leichtes Spiel, dürftig bekleidet, aber heil, liefen sie davon. Doch es stellte sich heraus, dass die eine nicht irgendwem, sondern dem Chef der Armeeabwehr persönlich gehörte. Ja, nach drei Wochen Krieg in Deutschland wussten wir Bescheid, wären die Mädchen Deutsche gewesen, jeder hätte sie vergewaltigen, danach erschießen dürfen und es hätte fast als kriegerische Tat gegolten. Wären sie Polinnen oder unsere verschleppten Russenmädel gewesen, man hätte sie zumindest nackt übers Feld jagen dürfen und ihn auf die Schenkel klatschen. Ein Spaß, nichts weiter. Da aber die Betreffende die Feld- und Armeegattin des Abwehrchefs war, konnte ein beliebiger Sergeant aus dem Hinterland herkommen und den drei Frontoffizieren boshaft grinsend die Achselstücke runterreißen, die ihnen laut Frontbefehl zustanden, die Orden abnehmen, die ihnen das Präsidium des obersten Sowjet verliehen hatte und die drei Krieger, die vom ersten Tag an dabei waren und vielleicht manch eine feindliche Befestigungslinie zu durchbrechen halfen, erwartete nun das Militärtribunal, das ohne ihren Panzer, es ist denkbar, in diesem Dorf sich erst gar nicht hätte einrichten können. Die Ölfunze löschten wir aus, sie hatte sowieso schon alles verbraucht, was es für uns noch zum Atmen gab. In die Tür war ein Postkarten großes Guckloch geschnitten, durch das aus dem Gang ein Schimmer von Licht drang. Als fürchteten die draußen, es würde uns mit Tagesanbruch allzu bequem werden, setzten sie uns alsbald einen Fünften herein. Er trat ein, in nagelneuer Soldatenuniform, die Mütze ebenso neu, und offenbarte uns, als er den Kopf vor das Guckloch hielt, ein stups- nasiges, frisch- rotwangiges Mondgesicht. »Woher kommst du, Bruderherz? Was bist du?« »Von der anderen Seite«, antwortete er fröhlich, »ein Spion.« »Machwitze!« Wir waren baff. »Ein Spion, der es selbst zugibt?« »Das suche einer bei Schenin und den Brüdern Thur.« »Was sollen da Witze in Kriegszeiten?« Der Junge seufzte bedächtig. »Könnt ihr mir beibringen, wie ich aus der Gefangenschaft anders heimkommen soll?« Er hatte mit seiner Erzählung kaum begonnen, wie er tags zuvor von den Deutschen hinter die Frontstellungen geschickt wurde, um da zu spionieren und Brücken in die Luft zu sprengen, stattdessen aber gleich ins nächste Bataillon ging, sich zu ergeben und wie ihm der total übermüdete Bataillonskommandeur partout nicht glauben wollte und ihn zur Krankenschwester an Behandlung schickte, als jäh neue Eindrücke über uns hereinbrachen. Zum Austreten Hände auf den Rücken!« schrie durch die sich öffnende Tür ein Klotz von Feldwebel, der durchaus tauglich gewesen wäre, die Lafette einer 122-Millimeter-Kanone zu ziehen. Auf dem Bauernhof draußen standen bereits MP-Schützen postiert, deren Aufgabe es war, den uns zugewiesenen Pfad rund um die Scheune zu bewachen. Ich kochte vor Zorn, dass irgendein Feldwebel-Lümmel es wagen konnte, uns Offizieren Hände auf den Rücken zu befehlen. Die Panzerleute aber hielten die Hände wie geheißen, und ich trottete ihnen nach. Hinter der Scheune war ein Quadrat Erde eingezäunt, festgetretener Schnee lag noch darauf, und eine Unzahl von Häufchen menschlichen Coats so dicht und chaotisch darüber verstreut, dass es große Mühe machte, Platz für seine zwei Füße zu finden. Schließlich fanden wir uns zurecht und hockten alle fünf an verschiedenen Stellen nieder. Zwei mürrische Soldaten hielten ihre Maschinenpistolen gegen uns, hockende im Anschlag. Der Feldwebel begann, kaum dass eine Minute vergangen war, uns mit schriller Stimme anzutreiben. Da was ist? Wollt ihr euch nicht beeilen? Bei uns geht das Austreten fix. Neben mir saß einer der Panzerleute, ein langer, düsterer Oberleutnant aus Rosthoff. Sein Gesicht war schwarz angehaucht von metallischem Staub oder Rauch, trotzdem konnte man ganz deutlich die große rote Narbe quer über die Wange sehen. Wo ist denn das? Bei euch? fragte er leise, ohne die Absicht zu bekunden, sich mit der Rückkehr in den kerosinverstunkenen Karzer besonders zu beeilen. Im Abwehrdienst Smerch verkündete Stolz und mit übermäßiger Emphase der Feldwebel. Die Abwehrleute hingen mit besonderer Liebe an diesem aus Smerdspionam, Tod den Spionen, geschmacklos zusammengebrauten Wort. Sie meinten, es wirke abschreckend. Bei uns aber geht's langsam, erwiderte der Oberleutnant versonnen, der Helm war ihm in den Nacken gerutscht, darunter kam ein Schopf noch nicht geschorene Haare zum Vorschein, seinen frontgegabten rauen Hintern hielt er in die wohltuend frische Brise. Wo denn? Bei euch! herrschte ihn der Spieß lauter als notwendig an. In der Roten Armee antwortete aus der Hocke sehr ruhig der Oberleutnant und sah dabei den misslungenen Kanonier kühl abwägend an. So machte ich meine ersten Atemzüge von der Gefängnisluft. Kapitel 2 Die Geschichte unserer Kanalisation Wenn man heutzutage über die Willkür des Personenkults sich ergeht, bleibt man immer wieder bei den oft bemühten Jahren 1937-38 hängen. Und es prägt sich dies ins Gedächtnis ein, so als habe vorher niemand gesessen, als sei nachher keiner eingesperrt worden, alle bloß 1937 und 38. Ohne über irgendeine Statistik zu verfügen, fürchte ich dennoch nicht fehlzugehen, wenn ich sage, dass der Strom der Jahre 37-38 weder der einzige noch auch der hauptsächliche war, vielleicht nur einer von den drei großen Strömen, die die düsteren, stinkigen Rohre unserer Gefängniskanalisation beinahe zum Bersten brachten. Vorher war der Strom der Jahre 1929-30 gewesen, ein Strom so mächtig wie der Ob, der gut 15 Millionen Muschiks, wenn nicht gar mehr, in die Tundra und in die Taiga geschwemmt hatte. Doch die Bauern sind der Sprache nicht mächtig, des Schönschreibens nicht kundig, sie verfassten weder Beschwerden noch Memoiren. Die Untersuchungsrichter haben sich mit ihnen nächtens nicht abgemüht. Protokolle waren für sie zu schade, es genügte die Verordnung ihres heimatlichen Dorfs Sowjet. Verströmt war dieser Strom, aufgesogen vom ewigen Frostboden und auch die allerhitzigsten Köpfe erinnern sich kaum noch daran. Als hätte er das russische Gewissen nicht einmal gestreift. Indessen war kein Verbrechen Stalins und unser aller schwerer als dieses gewesen. Und nachher gab es den Strom von 1944 bis 1946, einen Yenisei von Strom durchaus. Ganze Nationen wurden durch die Abflussrohre gepumpt und dazu noch Millionen und Abermillionen von Heimkehrern aus Kriegsgefangenschaft und Zwangsarbeit, auch dies unsere Schuld, dass sie unter die Deutschen gerieten. Das war Stalins Art, Wunden auszubringen. Damit sich rascher Schorf bilde und dem müden Leib des Volkes keine Atempause gegeben werden müsse. Doch auch in diesem Strom war überwiegend einfaches Volk. Es schrieb keine Memoiren. Der Strom des 37er-Jahres aber riss auch hochgestellte und einflussreiche mit sich. Leute mit Parteivergangenheit und Menschen mit höherer Bildung. Fortgeschwemmt wurden sie ins Inselreich Gulag, zurück aber blieben Wunden in den Städten, aus denen sie kamen, und diejenigen, die er gestreift hatte. Wie viele waren es, die sich aufs Schreiben verstanden, schreiben denn heute alle und führen es alle im Munde, das Jahr 37. Eine Volga von menschlichem Leid. Sag aber einem Trataren, Kalmyken oder Tschetschenen 1937. Er wird bloß mit der Achse zucken. Und was soll Leningrad mit dem Jahr 37, wo es vorher das 35er-Jahr gehabt hatte? Und die zum zweiten Mal einsaßen? Oder die Balten soll für sie 1948, 1949 leichter gewesen sein? Mögen die Eiferer der Geografie und des guten Stils nun einwenden, ich hätte in Russland manch anderen Fluss vergessen? Nur Geduld. Noch sind die Ströme nicht alle genannt. Lasst mir bloß genug Papier, dann werden aus den Strömen die übrigen Namen fließen. Es ist bekannt, dass jedes Organ ohne Übung verkümmert. Wenn wir also wissen, dass den Organen diese widerliche Bezeichnung stammt von ihnen selbst, die da besungen wurden und emporgehoben über allem Lebenden, kein einziger Fühler abstarb, sondern umgekehrt immer neue Erwuchsen, muskelstark und beweglich, dürfte es uns nicht schwerfallen zu erraten, dass sie ständig in Übung waren. In den Rohren gab es Pulsschwankungen. Einmal lag der Druck über dem Kalkulierten, ein andermal auch darunter, doch niemals blieben die Gefängniskanäle leer. Blut, Schweiß und Harn, was von uns nach der Ausquetschung übrig blieb, sprudelte darin ohne Unterlass. Die Geschichte dieser Kanalisation ist die Geschichte eines nicht erlahmenden Soges, einer nicht versiegenden Strömung mit Hochwasser und Ebbe und wieder Hochwasser. Und die Ströme waren einmal mächtiger und dann wieder schwächer. Und von allen Seiten kamen noch Bäche, Bächlein, Rinnsaale und einzelne mitgeschwemmte Tröpfchen hinzu. Die im Weiteren angeführte chronologische Aufzählung, in der mit gleicher Sorgfalt die Ströme aus Millionen von Verhafteten und die Bächlein aus einfachen, unscheinbaren Dutzenden vermarkt werden, ist noch lange nicht komplett, noch dürftig und durch meine Möglichkeiten beschränkt, in die Vergangenheit vorzudringen. Viele Ergänzungen werden notwendig sein durch Menschen, die wissen und am Leben geblieben sind. Heutige Überlegungen über die Jahre 1918 bis 1920 bringen uns in Verlegenheit. Sind auch all jene in Gefängnisströmen zuzurechnen, die noch vor der Gefängniszelle umgelegt wurden? Und in welche Rubrik mit jenen, die von den Kambjets an der Scheunenwand des Dorfsovjet oder in den Hinterhöfen liquidiert wurden? Und die Teilnehmer an den zuhauf entlarvten Verschwörungen in den Provinzen, für jedes Gouvernement eine, haben sie auch nur mit einem Fuß das Inselreich betreten? Oder waren sie nicht mehr dazu gekommen? Gehören sie somit nicht zum Gegenstand unserer Untersuchung? Von der Niederwerfung einiger berühmter Revolten abgesehen, kennen wir manche Ereignisse bloß ihrem Namen nach, zum Beispiel das Gemetzel von Calpinon im Juni 1918. Was? Warum? Wer? Wen? Wohin das Eintragen also? Nicht minder schwer fällt auch diese Entscheidung. Wohin? In die Gefängnisströme oder in die Bilanz des Bürgerkrieges gehören die Zehntausende von Geiseln, jene persönlich keiner Verbrechen angeklagten, namentlich nicht einmal mit Bleistift in Listen aufnotierten friedlichen Bürger, deren Vernichtung zur Abschreckung erfolgte und aus Rache an den militärischen Feinden oder den aufständischen Massen. Nach dem 30. August 1918 wies die NKWD die lokalen Stellen an, sofort alle rechten Sozialrevolutionäre zu verhaften und von den Bourgeois und Offizieren eine ansehnliche Zahl von Geiseln zu nehmen. Nach gerade so, als wenn nach dem Zarenattentat der Alexander-Uljanov-Gruppe nicht nur ihre Mitglieder allein verhaftet worden wären, sondern noch alle Studenten in Russland und eine ansehnliche Zahl von Siemstvorleuten dazu. Mit Beschluss des Verteidigungsrates vom 15. Februar 1919, offensichtlich unter Lenins Vorsitz, wurde der Tcheka und der NKWD nahegelegt, als Geiseln Bauern jener Gegenden zu nehmen, wo die Freilegung der Eisenbahngleise von Schneeverwehungen nicht ganz zufriedenstellend vor sich geht, damit sie, falls die Arbeiten nicht durchgeführt werden, erschossen werden können. Allemal uns beschränkend, d.h. nur die gewöhnlichen Verhaftungen im Auge behaltend, müssen wir doch vermerken, dass bereits mit Frühjahr 1918 der langjährige, ununterbrochene Strom der verräterischen Sozialisten seinen Weg nahm. In vollem Umfang erkannt wurde auch schon 1919 die Verdächtigkeit der aus dem Ausland heimkehrenden Russen. Aus diesem Grunde verhaftete man die aus Frankreich heimkehrenden Offiziere des russischen Expeditionskorps. Ebenfalls im 19er Jahr wurden im weiten Umkreis um die echten und die Pseudo-Verschwörungen Nationales Zentrum, Militärverschwörung in Moskau, Petrograd und anderen Städten Erschießungen nach Listen durchgeführt. D.h. es wurden freie Menschen gleich zur Erschießung ausgehoben. Im Januar 1919 wurden die Verordnungen über die Lebensmittelaufbringung erlassen und für die Durchführung Spezialabteilungen schaffen. Im Dorf stießen sie allerorts auf Widerstand, hier auf beahrliches Ausweichen, dort auf stürmische Ablehnung. Die Beseitigung dieser Gegenwirkung ergab, die an Ort und Stelle erschossenen nicht mit eingerechnet, einen ebenfalls beachtlichen Strom von Verhafteten. Er kam zwei Jahre nicht zum Versiegen. Vom Mai 1920 stammt der Beschluss des Zentralkomitees über die Diversionstätigkeit im Hinterland. Aus Erfahrung wissen wir, dass jeder derartige Beschluss den Impuls für einen neuen, allumfassenden Häftlingsstrom ergibt. Wir wissen, wir wissen nicht, dass 1920 der Prozess des Sibirischen Bauernbundes stattfand. Ende 1920 erfolgte auch die vorläufige Zerschlagung des Bauernaufstandes von Tambov. Dort gab es kein Gerichtsverfahren. Doch der Hauptanteil des in den Tambover Dörfern requirierten Menschenmaterials entfällt auf den Juni 1921. Über das ganze Tambover Gouvernement waren Konzentrationslager für die Familien der aufständischen Bauern verstreut. Noch zuvor, im März 1921, wurden auf dem Umweg über die Trubetskoy-Bastionen der Peter-Paul-Festung die Matrosen des aufständischen Kronstadt abzüglich der Erschossenen auf die Inseln des Archipels gebracht. Im selben Jahr wurden die Verhaftungen der Ander-Partei-Mitglieder erweitert und ins rechte Lot gebracht. Im Grunde waren ja alle politischen Parteien Russlands, die Regierende ausgenommen, bereits erledigt. Im Frühjahr 1922 entschied die eben in GPU umbenannte Sonderkommission für die Bekämpfung der Konterrevolution, dass es an der Zeit sei, sich um Kirchenbelange zu kümmern. Da stand nun auch die kirchliche Revolution auf der Tagesordnung. Die Leitung musste abgesetzt und eine neue bestellt werden, welche ein Ohr nur dem Himmel böte, das zweite indessen zu Lubyanka hinhielte. Solches versprachen die Anhänger der lebendigen Kirche, die aber ohne Hilfe von außen den Kirchenapparat nicht überwältigen konnten. Darum wurden der Patriarch Tichon verhaftet und zwei aufsehenerregende Prozesse mit Todesstrafen inszeniert, einer in Moskau, wegen Verbreitung des patriarchen Aufrufs, einer in Petrograd, gegen den Metropoliten Benjamin, der sich der Machtübernahme durch die lebendigen Kirchler in den Weg stellte. In den Gouvernements und Landkreisen wurden hier und dort Metropoliten und Erzbischöfe verhaftet, den großen Fängen folgten, wie immer, Schwärme von kleineren Fischen, Oberpriestern, Mönchen und Diakonen, die in den Zeitungen unerwähnt blieben. Verhaftet wurde, wer auch unter Druck den lebendigen Kirche-Erneuerern den Treueschwur verweigerte. Die Geistlichen stellten den Pflichtteil eines jeden Jahresfangs. Die silbergrauen Popenhäupter waren in jeder Gefängniszelle später in allen nach den Solowki abgehenden Häftlingspartien zu finden. In die Fänge gerieten seit den frühen 20er Jahren auch die Gruppen von Theosophen, Mystikern, Spiritisten. Die Gruppe des Grafen Palen hielt ihre Gespräche mit den Geistern protokollmäßig fest. Religiöse Vereine, Philosophen des Bietjaevschen Kreises, en passant wurden die Ostkatholiken, die Gruppe der Aria Brasimova ausgehoben, irgendwie schon ganz von selbst fanden sich Katholiken, die polnischen Pfarrer, Hinterschloss und Riegel. Es konnte jedoch die totale Ausmerzung der Religion in diesem Lande, eines der Hauptziele der GPU-NKBD, während der 20er und 30er Jahre erst durch Massenverhaftungen und den orthodoxen Gläubigen selber erreicht werden. Intensiv wurde die Aushebung, Verhaftung und Verbannung von Mönchen und Nonnen vorangetrieben, jener schwarzen Flecken auf dem früheren russischen Leben. Verhaftet und vor Gericht gestellt wurden die Aktivisten unter den Laien, die Kreise weiteten sich mehr und mehr, bald wurden einfach gläubige Gemeindemitglieder eingefangen, alte Menschen, besonders viele Frauen, die in ihrem Glauben hartnäckiger waren und nun in den Durchgangsgefängnissen und Lagern für lange Zeit ebenfalls den Beinamen Nonnen erhielten. Es hieß allerdings, dass sie nicht um ihres Glaubens willen verhaftet und abgeurteilt wurden, sondern wegen der öffentlichen Bekundungen ihrer Überzeugungen und wegen der entsprechenden Erziehung der Kinder. So erklärt es Tanja Hartkewitsch. Du kannst in voller Freiheit beten, doch dass nur Gott allein dich hört. Wegen dieses Gedichts bekam sie zehn Jahre. Ein Mensch, der glaubt, das geistig Wahre zu erkennen, muss dies vor seinen Kindern verbergen. Die religiöse Erziehung der Kinder wurde in den 20er Jahren nach Paragraf 58, 10, d.h. als Konterrevolutionäre Agitation klassifiziert. Zugegeben, man bot den Gläubigen vor Gericht eine Chance. Sie sollten bloß der Religion abschwören. Es gab Fälle, wenn auch wenige, wo der Vater abschwor und daheim blieb mit den Kindern, die Mutter aber dieser Kinder den Weg nach den Solowki wählte. In all diesen Jahrzehnten waren die Frauen in ihrem Glauben standhafter gewesen. Für die Religion bekam man den Zehner, die damalige Höchststrafe. Im Zuge der Müllbeseitigung in den Städten für die anbrechende reine Gesellschaft waren in denselben Jahren, besonders 1927, die nach den Solowki abgehenden Nonnentransporte mit Prostituierten komplettiert. Parteigängerinnen des sündigen irdischen Lebens fielen sie unter einen leichteren Paragrafen und erhielten drei Jahre. Die Verhältnisse, die sie während des Transports in den Zwischenlagern und auf den Solowki selbst antrafen, waren der Ausübung ihres fröhlichen Gewerbes nicht hinderlich. Sie verdingten sich bei den Chefs wie bei der Wachmannschaft und kehrten nach drei Jahren mit schweren Koffern zu ihrem Ausgangspunkt zurück. Den Religiösen hingegen war eine Rückkehr zu Kind und Heim für immer verbaut. Schon in den frühen 20er Jahren kamen rein nationale Ströme in Fluss. Die Ströme fließen durch unterirdische Rohre und sanieren das an der Oberfläche blühende Leben. Nach dem Prozess der Industriepartei stand für 1931 der grandiose Prozess gegen die werktätige Bauernpartei auf dem Programm einer angeblich nie und nirgends existierenden riesigen Untergrundorganisation, welche sich aus Kreisen der ländlichen Intelligenz, der Konsum- und Agrargenossenschaften und der Spitze der gebildeten Landwirte rekrutierte und auf den Sturz der proletarischen Diktatur hingearbeitet habe. Beim Prozess der Industriepartei wurden die werktätigen Bauern bereits als entlarvt und allseits durchschaut erwähnt. Da hatte es sich Stalin in einer schönen grüblerischen Nacht plötzlich anders überlegt. Warum? Das werden wir vielleicht nie mehr erfahren. Wollte er seinen Seelenheil retten? Dazu war es zu früh. War er die Eintönigkeit leid, stieß es ihm schon auf, rührte sich ein Gefühl für Humor. Doch niemand wird es wagen, Stalin des Humors zu zahlen. Viel eher war es so. Bald würde das ganze Dorf sowieso an Hunger krepieren. Nicht 200.000 bloß. Wozu sich um diese bemühen? So wurde denn die gesamte Bauernpartei abgesagt? Alle Geständigen wurden aufgefordert, die Geständnisse zu widerrufen. Ihre Freude kann man sich leicht vorstellen. Es drängen sich die Absätze, es drängen sich die Jahre. Und nie werden wir dahin gelangen, alles der Reihe nach aufzuzeichnen. Die GPU jedoch, die wurde bestens damit fertig. Die GPU, die gab sich keine Blößen. Aber niemals wollen wir vergessen. Erstens, dass die Gläubigen ins Gefängnis wandern, ohne Unterbrechung, wie selbstverständlich. Da zeichnen sich manche Daten und Spitzen ab. Einmal war es die Nacht des Kampfes gegen die Religion am Weihnachtsabend 1929 in Leningrad, als zuhauf religiöse Intellektuelle eingesperrt wurden und nicht nur bis zum Morgengrauen, nicht als Weihnachtsmärchen. Ein andermal dort selbst, im Jahre 1932, die gleichzeitige Schließung vieler Gotteshäuser und Hand in Hand damit die Massenverhaftung von Geistlichen. Mehr, Daten und Orte aber bleiben im Dunkeln. Niemand ist da, sie uns zu überbringen. Zweitens, dass mit Nichten versäumt wurde, die Sekten zu bekämpfen. Drittens, dass die große Patience der Sozialisten weiter gespielt wird, unermüdlich wie selbstverständlich. Viertens, dass 1929 die seinerzeit nicht landesverwiesenen Historiker eingesperrt werden. Fünftens, dass die Nationalitäten nicht aufhören zu strömen, einmal aus dieser, einmal aus der entgegengesetzten Himmelsrichtung des Reiches. 1928 wird es Zeit, mit den Bourgeoisen Überbleibseln von der NEP abzurechnen. Meist werden ihnen immer höher und höher zuletzt vollkommen unerträglich werdende Steuerforderungen präsentiert, irgendwann weigern sie sich zu zahlen und werden sogleich wegen Zahlungsunfähigkeit verhaftet und ihres Vermögens für verlustig erklärt. Der Staat braucht Kapital, braucht Gold. Ende 1929 beginnt der berühmte Goldrausch. Wer gerät in den goldenen Strom? Jeder, der irgendwann vor 15 Jahren ein Geschäftsbetrieb, vom Handel oder einem Handwerk lebte und nach Auffassung der GPU Gold zurückgelegt haben könnte. Doch gerade diese Leute hatten selten Gold. Ihr Vermögen legten sie in Mobilien und Immobilien an, längst hatte es sich in Luft aufgelöst, war während der Revolution verloren gegangen, was sollte da übrig geblieben sein? Große Hoffnung setzt man natürlich auf die einsetzenden Zahntechniker, Juweliere und Uhrmacher. Alles wird verhaftet, alles in die Zellen der GPU gestopft, die so voll sind, wie man es nicht für möglich gehalten hätte. Nutzbringend auch dies, umso schneller werden sie damit herausrücken. Die Aktion nimmt Irreformen an. Männer und Frauen werden in eine Zelle gesperrt, müssen voreinander auf die Latrine gehen. Wer schert sich um solche Nichtigkeiten? Gold her, ihr Schweinehunde! Die Untersuchungsrichter führen Läpsel braucht, egal, ob später eine Strafe dazukommt oder nicht, was soll's? Hauptsache ist, her mit dem Gold, du Schweinehund! Der Staat braucht Gold, doch was willst du damit? Den Untersuchungsrichtern versagt die Stimme, versagen die Kräfte zu drohen und zu foltern, da hilft nur mehr diese Universalmethode. In die Zellen nur Gesalzenes reichen, dazu kein Wasser. Wer das Gold abliefert, darf sich satt trinken, einen Gold Zehner für ein Glas klares Wasser. Nach Golde drängt, am Golde hängt, doch alles. Die läppischsten Kriminalromane und Räuberopern waren in der Dimension eines großen Reiches zur handgreiflichen Wirklichkeit geworden. Also sprudelten und glucksten die Ströme, doch über alle anderen hinweg, ergoss sich 1929 30 der Viel-Millionen-Strom der liquidierten Kulaken. Übermäßig breit war er, selbst das vollentfaltete Netz der Untersuchungsgefängnisse, das zudem mit dem Goldstrom überfüllt war, hätte ihn nicht auffangen können, doch er machte einen Bogen darum und floß direkt in die Durchgangsstellen und Etappengefängnisse, direkt ins Lagerland Gulag. Die Sturzflut, zu der dieser Strom, dieser Ozean, wenn Tagesschnelle angespollen war, konnte auch durch die Repressions- und Gerichtsorgane eines so riesenhaften Staates nicht mehr bewältigt werden. Die ganze russische Geschichte hat nichts auch nur annäherndes Vergleichbares anzubieten. Es war eine erzwungende Völkerwanderung, eine ethnische Katastrophe. Dieser Strom unterschied sich von den vorangegangenen auch noch dadurch, dass man sich hier erst gar nicht den Kopf darüber zerbrach, was nach der Verhaftung des Familienoberhauptes mit der hinterbliebenen Familie zu geschehen habe. Hier hat man umgekehrt von vornherein nur Nestweise ausgehoben, nur Familien en bloc, wobei sorgsam darauf geachtet wurde, dass kein Kind, ob 14, 10 oder 6 Jahre alt, verloren ging. Jedes fein säuberlich zusammengehakte Häuflein hatte an denselben Bestimmungsort zu kommen, zur selben gemeinsamen Vernichtung. Es war das erste Experiment dieser Art, zumindest in der neueren Geschichte. Später wird es Hitler mit den Juden wiederholen, dann wiederum Stalin mit den treulosen oder verdächtigen Nationen. Alle Vorstellungen von Menschlichkeit schienen verloren, alle in Jahrtausenden erworbenen menschlichen Begriffe zunichte. Wie im Blutrausch wurden die besten Ackersleute mitsamt ihren Familien zusammengetrieben und ohne jeder Habe, blank wie sie waren, in die nördliche Einöde, in die Tundra und Taiga geworfen. Doch aus diesem kollektivierten Dorf hörten die Ströme nicht zu Fließen auf. Erstens der Strom der Schädlinge. Allerorts wurden Agronomen als Landwirtschaft Schädlinge entlarvt. Zweitens der Strom der Ähren Abschneider Nächtens im Feld die Ähren schneiden und aufklauben eine gänzlich neue Art von ländlicher Beschäftigung und eine neue Methode der Ernteeinbringung. Es war kein geringer Strom, viele Zehntausende meist nicht einmal erwachsene Bauern, sondern Burschen und Mädchen und Kinder, die in der Finsternis hinausgeschickt wurden, die Ähren zu schneiden. Weil die Ähren nicht hoffen konnten, vom Kalkos für ihr Tagwerk etwas herein zu bekommen. Diese bittere und kaum gewinnbringende Beschäftigung, unter der Leibeigenschaft war solche Not den Muschiks unbekannt, bestraften die Gerichte mit vollem Maß zehn Jahre. Böswilligster Raub von sozialistischem Eigentum. Es klingt paradox. Die ganze Energie für ihre langjährige Tätigkeit schöpften die alles durchdringenden und unermüdlich wachen Organe aus einem einzigen Paragrafen von den insgesamt 148, die der nicht allgemeine Teil des Strafgesetzbuches von 1926 aufzählt. Doch es könnten zu seinem Lob mehr Epitheter gefunden werden, als seinerzeit Tugenev für die russische Sprache oder Neklasov für Mütterschen Russland zusammenzutragen vermochten. Der große, mächtige, üppige, weitverzweigte, vielfältige, alles sauber fegende Paragraf 58, welcher diese unsere Welt nicht einmal so sehr durch seine Formulierungen als vielmehr durch seine dialektische und großzügigste Auslegung voll auszuloten imstande war. Wer von uns hat seine weltumspannende Umarmung nicht zu Kosten bekommen? Es gibt unter der Sonne wahrlich kein Vergehen, keine Absicht, keine Tat und keine Tatlosigkeit, die nicht vom gestrengen Arm des Paragraf 58 erreicht und gestraft werden konnte, doch kein anderer Punkt wurde in einem solchen Maß und mit einem derartigen Einsatz von revolutionärem Gewissen breitgetreten wie Punkt 10. Er lautete Propaganda oder Agitation, welche einen Appell zum Sturz, zur Untergrabung oder zur Schwächung der Sowjetmacht enthält bzw. Verbreitung, Herstellung oder Aufbewahrung von Literatur gleichen Inhalts. Und er legte in Friedenszeiten nur das Mindestmaß der Strafe fest, nicht weniger, nicht milder, während das Limit nach oben hin unbeschränkt blieb. Und so ist's gewesen. Hier ein Schnappschuss aus jener Zeit. Eine Bezirksparteikonferenz im Moskauer Gebiet, den Vorsitz führt der neue Bezirkssekretär anstelle des Sitzenden früheren. Am Ende wird ein Schreiben an Stalin angenommen, Treuebekenntnis und so. Selbstreden steht alles, wie auch jedes Mal sonst der Saal aufspringt, wenn sein Name fällt. Im kleinen Saal braust stürmischer in Ovationen übergehender Applaus auf. Drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten. Noch immer ist er stürmisch und geht noch immer in Ovationen über, doch die Hände schmerzen bereits, doch die erhobenen Arme erlahmen, die Älteren schnappen nach Luft und es wird das Ganze unerträglich dumm, selbst für Leute, die Stalin aufrichtig verehren. Aber wer wagt es als Erster? Aufhören könnte der erste Bezirkssekretär, doch er ist ein Neuling, er steht hier anstelle des Sitzenden, er hat selber Angst. Denn im Saal stehen und klatschen auch NKWD-Leute, die passen schon auf, wer als erster aufgibt. Im kleinen, unbedeutenden Saal wird geklatscht und Väterchen kann es gar nicht hören. Sechs Minuten, sieben Minuten, acht Minuten. Sie sind verloren, zugrunde gerichtet, sie können nicht mehr aufhören, bis das Herz zerspringt. Hinten in der Tiefe des Saales im Gedränge kann einer noch schwindeln, einmal aussetzen, weniger Kraft, weniger Garage hineinlegen, aber nicht im Präsidium, nicht vor aller Augen. Der Direktor der Papierfabrik, ein starker und unabhängiger Mann, steht im Präsidium, begreift die Verlogenheit, die Ausweglosigkeit der Situation und applaudiert. Neun Minuten. Zehn. Er wirft sehnsüchtige Blicke auf den Sekretär, doch der wagt es nicht. Verrückt, total verrückt, sie schielen mit schwacher Hoffnung einer zum anderen, unentwegt Begeisterung auf den Gesichtern, sie klatschen und werden klatschen, bis sie hinfallen, bis man sie auf Tragbaren hinausbringt und auch dann werden die Zurückgebliebenen nicht aufgeben. Und so setzt der Direktor in der elften Minute eine geschäftige Miene auf und lässt sich in seinen Sessel im Präsidium fallen. Und, oh Wunder, wo ist der allgemeine ungestüme und unbeschreibliche Enthusiasmus geblieben, wie ein Mann hören sie mitten in der Bewegung auf und klumpsen ebenfalls nieder. Sie sind gerettet. Der Bann ist gebrochen. Allein an solchen Taten werden unabhängige Leute erkannt, erkannt und festgenagelt. In selbiger Nacht wird der Direktor verhaftet. Mit Leichtigkeit werden ihm aus ganz anderem Anlass zehn Jahre verpasst, Doch nach Unterzeichnung des abschließenden Untersuchungsprotokolls vergisst der Untersuchungsrichter nicht die Mahnung und hören sie in Zukunft nie als erster mit dem Klatschen auf. Wie aber denn? Wie sollen wir sonst aufhören? Sehen Sie, das ist die Darwin'sche Auslese unter Anwendung der Zermürbungsmethode Dummheit. Heute aber wird ein neuer Mythos geschaffen. Jede gedruckte Erzählung, jede geduckte Erwähnung des Jahres 1937 ist unbedingt ein Bericht über die Tragödie der hochgestellten Kommunisten. Wir selber lassen uns unwillkürlich davon überzeugen, dass das Gefängnisjahr 1937-38 in der Aushebung eben nur der prominenten Kommunisten sich erschöpfte. Doch von den Millionen der damals Eingesperrten konnten die bekannten Partei und Staatsfunktionäre, wenn es viel ist, höchstens 10% ausmachen. Selbst in den Schlangen, die vor den Leningrader Gefängnissen mit Paketen für die Eingelieferten standen, waren einfache Frauen vom Rang einer Putzfrau in der Mehrzahl. Das wahre Einsperrgesetz jener Jahre aber lässt sich an der vorgegebenen Ziffer definieren, am Erfassungsplan und Erfassungsnetz. Jede Stadt, jeder Bezirk, jede Armee Einheit erhielt eine Sollzahl zugewiesen, welche fristgerecht zu erfüllen war. Alles Übrige hing von der Fertigkeit der Einsatzkommandos ab. Der ehemalige Tschechist Alexander Kalganov erinnert sich, in Taschkent ein Telegramm erhalten zu haben, schickt 200. Im Augenblick aber waren sie gerade mit einer Partie fertig und es gab scheinbar niemanden mehr zum Nehmen. Gut, sie brachten 50 Mann Nachschub aus den Bezirken herbei. Da ein Einfall. Die von der Miliz festgenommenen Bütowekie in Bütowekie in aufzuwerten. Gesagt getan, doch die Sollziffer ist immer noch nicht ganz erreicht. Eine Anfrage von der Miliz Was tun? Zigeuner haben mitten in der Stadt ungeniert ihre Zelte aufgeschlagen. Das ist's. Der Tabor wird umzingelt und alle Männer von 17 bis 60 nach § 58 eingezogen. Planerfüllung zu vermelden. Nirgends wird nachdrücklich erklärt, es müssten möglichst viele Intellektuelle eingesperrt werden, doch so wie in den früheren Stömen werden auch sie jetzt nicht übersehen. Es genügt eine studentische Denunziation, diese Wortverbindung klingt längst nicht mehr seltsam, dass der Lektor mehr Lenin und Marx und niemals Stalin zitiert und der Lektor kommt nicht zur nächsten Vorlesung. Wenn er aber gar nicht zitiert, die Verhaftungen breiten sich wie Seuchen auf Straßenzüge und Häuserblocks aus, so wie man ansteckende Krankheiten ohne es zu wissen weitergibt durch Händedruck Atem oder verseuchte Sachen, so übertrug ein Mitmensch durch Händedruck Atem eine zufällige Begegnung die Keime der unvermeidlichen Verhaftung. Denn wenn es dir bestimmt ist, morgen die Bildung einer Untergrund Gruppe zwecks Vergiftung der städtischen Wasserleitungen zu gestehen, dann bin ich, der ich dir heute auf der Straße die Hand gereicht habe, ebenfalls verloren. Der Rückausstoß des Jahres 1939 war in der Geschichte der Organe ohne Präzedenz ein dunkler Flecken auf ihrer Reputation. Im Übrigen war dieser Gegenstrom nicht groß, ein bis zwei Prozent der früher Verhafteten, so sie noch nicht verurteilt, noch nicht weit fortgebracht, noch nicht gestorben waren. Klein, aber geschickt genutzt war der Strom. Für einen kassierten Rubel kam eine Kopeke Wechselgeld zurück, notwendig, um alles auf den schmutzigen Jehoff abzuschieben, um den in sein Amt eintretenden Beria zu stützen und des einzigen Glorie noch stärker erstrahlen zu lassen. Mit dieser Kopeke wurde der verbleibende Rubel bis zum Rand in die Erde getrieben, denn wenn nun eruiert und freigelassen wurde, selbst die Zeitungen meldeten furchtlos einzelne Verleumdungen, dann hieß das so viel, dass die übrigen Verhafteten ganz sicher Schufte waren. Die Rückkehrenden aber schwiegen, sie hatten unterschrieben, sie waren stumm vor Angst und kaum einer erfuhr kaum etwas über die Geheimnisse des Archipels. Nebenbei bemerkt, wurde diese Kopeke als bald wieder einkassiert, in denselben Jahren gemäß denselben Punkten des unerschöpflichen Paragrafen 58. Wem ist schon zum Beispiel der Strom der sich nicht von ihren Männern lossagenden Frauen im Jahre 1940 aufgefallen? Wer erinnert sich schon nicht einmal an Tambow selbst, dass dort in diesem friedlichen Jahr eine komplette Jazzkapelle verhaftet wurde, alles entlarvte Feinde des Volkes? Wer bemerkte die 30.000 Tschechen, die 1939 aus der besetzten Tschechoslowakei ins blutsverwandte Slawische Reich flohen? Wer hätte garantieren sollen, dass nicht irgendeiner ein Spion war? Sie wurden allesamt in nördliche Lager gebracht, von woher dann in den Kriegsjahren das tschechische Kor auftauchte? Na Moment mal, gestatten sie, war es nicht 1939, als wir den Westukrainern, Westbielorussen und dann 1940 den Balten und Moldauern unsere freundschaftliche Hilfe anboten? Unsere Brüder erwiesen sich gleich als total ungesäubert und es begannen die Ströme der sozialen Prophylaxe zu fließen. Man schnappte die allzu begüterten und einflussreichen in einem Aufwaschen auch die allzu selbstständigen allzu klugen allzu prominenten. In den früheren polnischen Gebieten zuhauf die Polen damals wurde der Grundstock für das berüchtigte Kartyn angeworben, damals in den Lagern des Nordens das Fundament für die zukünftige Sigorski Anders Armee gelegt. Überall wurden die Offiziere ausgehoben. Auf solche Weise durchgerüttelt verstummte die Bevölkerung, die möglichen Führer eines Widerstandes waren ihr genommen. Umsicht und Vorsicht wurden zur Lebenshaltung frühere Beziehungen, frühere Bekanntschaften verkümmerten. Finnland ließ uns die abgetretenen Gebiete ohne Bevölkerung zurück. Dafür wurden in Karelien und Leningrad im Jahre 1940 alle Personen finnischer Herkunft ausgehoben und zwangsumgesiedelt. Wir haben dieses Bächlein nicht bemerkt. Uns fließt kein finnisches Blut in den Adern. Im selben finnischen Krieg wurde der erste Versuch gestartet, unsere in Gefangenschaft geratenen Soldaten als Landesverräter vor Gericht zu stellen. Der erste Versuch in der Geschichte und siehe da, wir haben ihn gar nicht bemerkt. Die Probe war vorbei, da begann auch schon der Krieg und mit ihm der grandiose Rückzug. Eile Tatnot aus den westlichen Republiken, bevor der Feind kam, in wenigen Tagen zusammenzuputzen, was dort noch zu holen war. In Litauen waren beim überstürzten Aufbruch ganze Militäreinheiten, Regimenter, Flak und Artillerieabteilungen zurückgelassen worden, nicht versäumt wurde der Abtransport von einigen tausend Familien unzuverlässiger Litauer, später warf man 4000 von ihnen im Krasnoyarska Lager den Urkas, den Kriminellen, zum Ausplündern vor. Vom 28. Juni an wurden in Lettland und Estland eiligst Verhaftungen durchgeführt, doch es brannte der Boden unter den Füßen und der Rückzug war noch eiliger. Es wurden ganze Festungen, so die von Brest-Litovsk bei der Evakuierung vergessen, mit der Erschießung der politischen Häftlinge in den Höfen und Zellen der westlichen Gefängnisse Lemberg, Ravenor, Tallinn und anderen kam man zurecht. In Tartu wurden nur 192 Menschen exekutiert, die Leichen in den Brunnen geworfen. Wie soll man sich das vorstellen? Du sitzt nichtsahnend da, die Zellentür geht auf und sie schießen dich nieder. Du rufst etwas, das Letzte, niemand aus seinen Gefängnismauern wird es hören und weitererzählen. Man sagt übrigens, es sei nicht alle zu Tode geschossen worden, vielleicht werden wir noch ein Buch darüber zu lesen bekommen. Im Hinterland war der erste Kriegsstrom jener der Gerüchte und Panikmacher. In den ersten Tagen wurde ein einschlägiger, außerordentlicher UKAS erlassen. Es war ein Probeaderlass berufs allgemeiner Disziplinierung. Alle bekamen zehn Jahre, fielen jedoch nicht unter den Paragraf 58 und die wenigen, die überlebten, wurden 1945 amnestiert. Danach folgte der Strom der Radioverheimlicher. Rundfunk, Geräte und Einzelteile oder Ersatzteile mussten abgeliefert werden. Eine gefundene, denunzierte Radiolampe kostete zehn Jahre. Daneben floss der Strom der Deutschen, der Volga-Deutschen, der Kolonisten aus der Ukraine und vom Nordkaukasos, überhaupt aller Deutschen, die irgendwo in der Sowjetunion lebten. Bestimmend war allein die deutsche Herkunft. Helden des Bürgerkrieges, alte Parteimitglieder, sie waren Deutsche und mussten in die Verbannung. Im Spätsommer 1941 brach der Strom der Eingekesselten hervor, schwoll im Herbst gewaltig an. Noch vor einigen Monaten hatten ihnen unsere Städte mit Blumen und Fanfaren das feierliche Geleit gekleben. Denn sie waren es, die die schwersten Panzerangriffe der Deutschen abzufangen hatten, die schließlich im Allgemeinen Chaos und am wenigsten durch eigene Schuld nicht in die Gefangenschaft, nein, in deutsche Kessel gerieten und in kleinen versprengten Kampfgruppen sich wieder zu den Unsrigen durchschlugen. Statt Statt sie nach der Rückkehr brüderlich zu umarmen, wie es jede Armee der Welt getan hätte, ihnen ein wenig Erholung und einen kurzen Heimaturlaub zu gönnen und sie wieder zur Truppe einzuziehen, wurden sie verdächtigt, entwaffnet, in rechtlose Scharen aufgelöst und an die Prüf- und Sortierungsstellen weitergeleitet, wo die Offiziere der Sonderabteilung zunächst einmal jedem Wort von ihnen mit Misstrauen begegneten, wo sie am Ende auch noch beweisen mussten, dass sie waren, wofür sie sich ausgaben. Der Sieg vor Moskau gebar einen neuen Strom, den Strom der schuldigen Moskauer. Bei ruhiger Betrachtung erwies sich nun, dass jene Moskauer, die nicht davongelaufen waren, sich nicht evakuieren ließen, sondern furchtlos in der bedrohten und von den Behörden verlassenen Hauptstadt geblieben waren, sich allein schon dadurch verdächtig gemacht hatten, entweder die Autorität der Macht untergraben zu wollen, § 58 10, oder die Deutschen erwartet zu haben. Mit 1943, als sich im Kriegsgeschehen die Wende zu unseren Gunsten vollzog, begann, mit jedem Jahr bis 1946 immer üppiger werdend, der Millionenstrom aus den ehemals besetzten Gebieten und aus Europa zu fließen. Man möge jedoch nicht meinen, dass die ehrliche Teilnahme an einer antideutschen Untergrund Organisation gegen das Schicksal in diesen Strom zu geraten Gefeit machte. Bitterer und härter wurde bestraft, wer in Europa gewesen war und sei es nur als Ostsklave. Er hatte einen Zipfel europäischen Lebens gesehen und hätte darüber erzählen können. Aus eben diesem Grunde, nicht einfach, weil sie sich gefangen nehmen ließen, wurden die meisten Kriegsgefangenen vor Gericht gestellt und je mehr sie außer den deutschen Todeslagern vom Westen zu sehen bekommen hatten, desto sicherer wurden sie verurteilt. Der beste Nachweis dafür ist, dass auch die Internierten strikt als Kriegsgefangene abgeurteilt wurden, so beispielsweise eine Gruppe von sowjetischen Matrosen, die es in den ersten Kriegstagen nach Schweden verschlagen hatte. Sie verlebten den ganzen Krieg in Schweden nicht nur frei und bestens versorgt, sondern auch noch in einem Komfort, den sie sich weder früher noch auch später träumen ließ. In der Heimat gab's Rückzug und Vormarsch und Schlachten, die Heimat hungerte und siechte, während die Haderlumpen sich neutrale Wänster anschlemmten. Nach dem Krieg wurden die Männer von den Schweden zurückgeschickt. Der Landesfahrer stand außer Zweifel. Trotzdem passte nicht alles zusammen, so dass man sie fürs erste Heim fahren ließ. Wo sie sich bald in antisowjetische Agitation verstrickten, weil sie das freie und satte Leben im kapitalistischen Schweden in den leuchtendsten Farben beschrieben, die Gruppe Kadjenko. Die Geschichte hatte ihre anekdotische Fortsetzung. Im Lager ließen sie von Schweden kein Wort mehr verlauten, es hätte ihnen eine zweite Straffrist reingebracht. Aber in Schweden hatte man irgendwie von ihrem Schicksal erfahren. In den Zeitungen erschienen verleumderische Berichte. Zu jener Zeit waren die Burschen über viele nähere und fernere Lager verstreut, plötzlich ließ man sie alle mit Sonderkommandos in die Leningrader Krästie bringen, wo sie zwei Monate intensiv aufgepäppelt wurden, währenddessen ihnen auch neue Frisuren wuchsen. Danach wurden sie mit bescheidener Eleganz eingekleidet, auf den kommenden Auftritt gedrillt, streng dahingehend verwarnt, dass jedes Schwein, das aus der Reihe tanzt neun Gramm ins Genick bekommt, und bei einer Pressekonferenz den geladenen ausländischen Journalisten und sonstigen Personen, die sie aus Schweden kannten, vorgeführt. Die ehemaligen Internierten hielten sich gut, erzählten frisch von der Leberbeck, wo sie lebten, arbeiteten, studierten, und empörten sich über die bürgerliche Hetze, über die sie vor kurzem in der westlichen Presse gelesen hatten, die wird ja bei uns an jeden Kiosk verkauft, worauf sie sich nach kurzer Absprache in den Zug gesetzt hatten und nach Leningrad gefahren waren, nach den Reisekosten fragte niemand. Ihr munteres, gepflegtes Aussehen war das beste Dementi. Die bloßgestellten Journalisten schrieben Entschuldigungen, westliche Fantasie war außerstande, das Geschehene anders zu erklären. Die Objekte des Interviews aber wurden schnurstracks ins Gefängnis gebracht, kahl geschoren, in die alten Lumpen gekleidet und in dieselben Lager zurückgeschickt. Da sie sich hatten, ging's ohne Zusatzstrafen ab. Ganz für sich floss in den letzten Jahren des Krieges der Strom der deutschen Kriegsverbrecher. Sie wurden aus dem System der allgemeinen Kriegsgefangenenlager herausgeholt und wie ihr Gericht ins Gulag-System überstellt. Obwohl der Krieg mit Japan keine vollen drei Wochen dauerte, wurde 1945 zur Deckung des dringenden Bauarbeiterbedarfs in Sibirien und Mittelasien eine Unmenge von japanischen Kriegsgefangenen gemacht und wiederum stellte auch dieses Kontingent seine Kriegsverbrecher für den Gulag. Ende 1944, als unsere Armee den Balkan überrollte und besonders 1945, als sie Mitteleuropa erreichte, fingen die Kanäle des Gulag auch noch den Strom der russischen Immigranten auf, der Alten, die seit der Revolution dort saßen und der Jungen bereits dort aufgewachsenen. In der Regel wurden die Männer in die Heimat befördert, die Frauen und Kinder beließ man in der Immigration. Nicht alle wurden einkassiert, das stimmt, bloß jene, die irgendwann in den 25 Jahren oder vor dem in der Revolution wie zaghaft auch immer eine politische Meinung geäußert hatten. Wer rein dahin vegetierte, blieb ungeschoren. Die Hauptströme flossen aus Bulgarien, Jugoslawien, der Tschechoslowakei, weniger aus Österreich und Deutschland. In den übrigen osteuropäischen Ländern hat es kaum Russen gegeben. In den beiden Jahren 1945 und 1946 verarbeitete der Archipel den großen Strom der diesmal echten Gegner der Macht, der Vlasov-Leute und Krasnov-Kosaken, der Mohammedaner aus den von Hitler aufgestellten Nationalverbänden. Sie hatten gekämpft, manchmal aus Überzeugung, manchmal unter Zwang. Zugleich wurde mindestens eine Million Sowjetflüchtlinge ergriffen. Zivilpersonen aller Altersstufen und beiderlei Geschlechts, die sich glücklich aufs Territorium der Alliierten Zerretten vermochten, von diesen jedoch 1946-47 auf heimtückische Weise an die sowjetischen Behörden ausgeliefert wurden. Unmöglich scheint es im Westen ein politisches Geheimnis lange zu verbergen, unweigerlich dringt etwas in die Presse, an die Öffentlichkeit, umso erstaunlicher also, dass gerade das Geheimnis dieses Verrats von der britischen und amerikanischen Regierung so sorgfältig bewahrt werden konnte, fürwahr das letzte Geheimnis des Zweiten Weltkriegs oder doch von den letzten eines. Ich konnte, der ich vielen dieser Leute in den Lagern und Gefängnissen begegnete, ein Vierteljahrhundert lang nicht recht glauben, dass die westliche Öffentlichkeit über diese in ihren Maßstäben grandiose Auslieferung von einfachen russischen Menschen nichts wisse, von ihrer Übergabe an die Willkür ihrer Freifahrt in den Untergang. Erst 1973, Sunday, Oklahoma, 21.1. tauchte eine Publikation von Julius Epstein auf, dem ich hiermit die Dankbarkeit der zugrunde gegangenen Tausenden und der wenigen Überlebenden zu übermitteln, mir die Freiheit nehme. Ein kleines bruchstückhaftes Dokument fand ich da abgedruckt, auf dem bis heute geheimgehaltenen vielbändigen Material über die Zwangsrepatriierung in die Sowjetunion. Nachdem sie zwei Jahre unter britischer Hoheit verlebt hatten und sich in Sicherheit wähnten, waren die Russen völlig überrumpelt und hatten nicht mal Zeit zu begreifen, dass sie repatriiert wurden. Es waren überwiegend einfache Bauern mit einem persönlichen Groll gegen die Bolschewiki im Herzen. Die britischen Behörden aber verfuhren mit ihnen wie mit Kriegsverbrechern, lieferten sie gegen ihren Willen an jene aus, von denen ein gerechtes Urteil nicht zu erwarten war. Sie wurden dann allesamt auf den Archipel expediert, auf das sie dort verkämen. Anmerkung von 1973. Eine bestimmte Zahl von Polen aus der Arme Akrajova und der Anhängerschaft von Mikolaitschik passierte 1945 unsere Gefängnisse auf dem Weg nach Gulag. Eine bestimmte Zahl von Rumänen und Ungarn. Seit Kriegsende floss unermüdlich und über viele Jahre der üppige Strom der ukrainischen Nationalisten, die Benjerer-Leute. Es sei erinnert, dass dieses Kapitel mitnichten versucht, alle Ströme aufzuzählen, die das Land Gulag dünkten, nur jene von ihnen, die eine gewisse politische Färbung hatten. Ähnlich wie man im Anatomie-Lehrgang nach der genauesten Beschreibung des Blutkreislauf- Systems wieder an den Anfang zurückkehren und mit der Beschreibung des lymphatischen Apparats beginnen kann, so könnte man in abermaliger Rückschau von 1918 bis 1953 die Ströme der Bytowiki und der eigentlichen Kriminellen verfolgen. Auch diese Beschreibung würde einen breiten Platz einnehmen. Viele berühmte, nun teilweise auch schon vergessene, obgleich von keinem Gesetz aufgehobene Verordnungen müssten hier ausgeleuchtet werden. Sie hatten dem unersetzlichen Archipel Menschenmaterial im Überfluss geliefert. Doch wir haben nicht die Absicht uns in eine weitläufige und ergiebige Betrachtung der kriminellen, disziplinären und sonst wie strafrechtlich einzustufenden Ströme zu vertiefen. Nicht zu übergehen ist denn dass wir nun da wir das Jahr 1947 erreicht haben eine der großartigsten stalinischen Verordnungen bereits beim Jahr 1932 befassten wir uns mit ihm mit dem berühmten Gesetz vom 7 8 oder 7 8 einem Gesetz mit großzügigem Anwendungsbereich für eine Ähre eine Gurke zwei Kartoffeln eine Spule Garn waren ausnahmslos zehn Jahre festgesetzt Allein die Erfordernisse der Zeit wie Stalin sie verstand änderten sich und jener Zehner der in Erwartung des harten Krieges auszureichen schien war jetzt nach dem welts historischen Sieg nicht mehr recht präsentabel So wurde abermals das Strafgesetzbuch missachtend als hätte es nicht bereits zahlreiche Paragraphen und Verordnungen über Unterschlagungen und Diebstahl gegeben am 4. Juni 1947 ein Sie alle überdeckender UK verkündet den die niemals verlegenen Heftige sofort in UK 4. Sechstel umtauften Der Vorzug des neuen UK lag in seiner Frische Schon allein sein Erscheinen musste zum Aufleben dieser Art von Verbrechen führen und einen reichen Strom von Neubestraften liefern Doch der noch größere Vorzug lag in den Haftzeiten Wenn sich ein ängstliches Mädchen zur Ehrensuche zwei Freundinnen mitnahm organisierte Rotte Wenn ein paar Zwölfjährige gemeinsam auszogen Gurken oder Äpfel zu klauen dann erhielten sie bis zu 20 Jahren Lager Für Betriebe war die oberste Grenze auf 25 angehoben Diese Frist selbst das Viertel Maß war einige Tage zuvor als Ersatz für die humanerweise aufgehobene Todesstrafe eingeführt worden Endlich wurde auch das alte Unrecht begradigt dass nur die politische Nicht-Denunziation ein Staatsverbrechen sein Nun wurden auch den Nicht-Anzeigern von Eigentumsdelikten an Staats- und Kölchhofs Besitz drei Jahre Lager oder sieben Jahre Verbannung aufgebrummt Die neue stalinische Linie jetzt nach dem Sieg über den Faschismus wie niemals zuvor energisch viel und für lange verhaften zu müssen wirkte sich natürlich sogleich auch auf die politischen aus Die Jahre 1948-49 stachen durch vermehrte Verfolgungen und Bespitzelungen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens hervor Die Krönung war die selbst für das stalinische Unrechtswesen unglaubliche und tragische Komödien der Wiederholer So wurden in der Sprache des Gulag jene unglücklichen Überbleibsel des Jahres 1937 genannt denen es gelungen war die unmöglichen die unüberlebbaren zehn Jahre durchzustehen die nun 1947-48 zerschunden und gebrochen zaghaften Schritts das Land der Freiheit betraten um wie sie hofften den kurzen Rest ihres Lebens in stiller Zurückgezogenheit hinter sich zu bringen doch eine unbändige Fantasie oder hartnäckige Bosheit oder ungestellte Rache inspirierten den siegreichen Generalissimus zu diesem Befehl all die Krüppel von Neuem zu verhaften ohne jede Schuld dabei war es für ihn selbst wirtschaftlich und politisch unrentabel die Zermahlungsmaschinen mit ihrem eigenen Abfall zu stopfen aber genau so hatte Stalin es befohlen der Fall war eingetreten da eine historische Persönlichkeit ihre Launen an der historischen Notwendigkeit ausließ da besann sich seine alleinherrschaftliche Majestät dass es nicht ausreicht die vom 37er Jahr übrig gebliebenen einzusperren denn die Kinder dieser seiner Erzfeinde die mussten ja auch dahin die sind inzwischen gewachsen und kämen vielleicht auf Rache Gedanken nach der großen europäischen vermanschung gelang es Stalin zum Jahre 1948 wieder einen festen Wall ums Land zu ziehen darüber den Plafond etwas niedriger zu zimmern und in den solcher Art eingefassten Raum die alte Luft vom Jahre 1937 zu pumpen und es flossen 1948 49 und 50 vermeintliche Spione vor zehn Jahren deutsch-japanische nunmehr anglo-amerikanische Gläubige diesmal Sektierer überlebende Genetiker und Züchter die Jünger Wawilows und Mendels einfach intelligente denkende Menschen mit besonderer strenge Studenten denen es an Abscheu für den Westen mangelte da gab's frei nach Auswahl W.A.T. Lobpreisung der amerikanischen Technik W.A.D. Lobpreisung der amerikanischen Demokratie P.S. Verbeugung vor dem Westen Die Ströme glichen den von 1937 ungleich waren die Strafen nun galt als Norm nicht mehr der patriarchalische Zehner sondern das stalinische Viertelmaß Nun genoss der Zehner bereits den Ruf einer kindischen Frist Bis dahin war der Widerstand in Litauen und Estland bereits gebrochen doch es sprudelten von dort her im Jahre 1949 mächtige Ströme der neuen sozialen Prophylaxe und der Kollektivierung Ganze Zug Garnituren aus den drei baltischen Republiken beförderten Stadtbewohner ebenso wie Bauern in die sibirische Verbannung Der historische Rhythmus war in diesen Rekubliken verzerrt In gedrängter Frist hatten sie nun die Entwicklung des übrigen Landes nachzuholen 1948 zog ein weiterer nationaler Strom in die Verbannung Griechen aus dem Asow, Kuban und Suchumi Gebiet Untadelig war in den Kriegsjahren ihre Treue gegenüber dem Vater und Lehrer gewesen Nun ließ sie an ihnen wohl den Zorn über die Niederlage in Griechenland aus Es hat den Anschein als sei dieser Strom ebenfalls die Frucht seines persönlichen Wahnsinns gewesen In Stalins letzten Lebensjahren zeichnete sich auch schon deutlich der Strom der Juden ab Seit 1950 wurden sie nach und nach als Kosmopoliten herausgeangelt Zu diesem Behufe ward auch die Ärzteaffäre in Szene gesetzt Es scheint er hatte ein großes Judengemetzel ins Auge gefasst Allein es ist dieses eine Vorhaben in seinem Leben gescheitert Der Herrgott blies ihm allem anschein nach durch Menschenhände das Lebenslicht aus Aus dem vorher Dargelegten müsste wohl anschaulich hervorgehen dass die Auszählung von Millionen und die Besiedlung des Gulag mit kaltblütig durchdachter Konsequenz und unermüdlicher Beharrlichkeit betrieben wurde Dass es leere Gefängnisse bei uns niemals gab sondern entweder volle oder extrem überfüllte Dass in allen Jahren während ihr euch mit Eifer dem Studium der gefahrlosen Geheimnisse des Atomkerns hingabt den Einfluss Heideggers auf Sartre studiertet und Reproduktionen von Picasso sammeltet Dass da die Gefängniswagen stetig durch die Straßen flitzten Dass da die Geheimdienstleute an die Türen klopften Und es scheint mir durch diese Darlegung der Nachweis erbracht dass die Organe sich ihr Brot allzeit redlich verdient haben Kapitel 3 Die Vernehmung Wenn man den tschechowschen Intelligenzlern auf ihr stets banges Fragen nach der Welt wie sie in 20 30 40 Jahren wohl aussieht geantwortet hätte dass in 40 Jahren in Russland die peinliche Befragung eingeführt sein würde die da war den Schädel mit einem Eisenring zusammenpressen den Angeklagten in ein Säurebad tauchen ihn nackt und gefesselt den Ameisen oder Wanzen aussetzen ihm eine glühende Stahlrute in den After treiben langsam mit dem Stiefel seine Geschlechtsteile zertreten und als leichtester Grad ihn tagelang mit Schlaflosigkeit und Durst martern ihn zu einem blutigen Klumpen schlagen dann wäre kein Tschechowstück zu Ende gegangen dies hätte alle Helden ins Irrenhaus gebracht Ach nicht nur die Tschechowschen Gestalten welcher normale russische Mensch nicht minder jedes Mitglied der RSDRP hätte am Beginn des Jahrhunderts solches Glauben 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 in Jahren in als bereits Flugzeuge flogen Tonfilm und Radio erfunden waren vollzogen nicht von einem einzelnen Bösewicht nicht an einem einzelnen verborgenen Ort sondern von zehntausenden darauf gedrillten Menschenbestien an wehrlosen Millionen von Opfern und ist wirklich nur dieser Ausbruch des Atavismus so grauenhaft der heute wohlgefällig als Personenkult bezeichnet wird oder ist es schrecklich dass wir in denselben Jahren das Pushkin Jubiläum feierten schamlos dieselben Tschechow Stücke aufführten ob zwar die Antwort schon gegeben war oder ist es noch schrecklicher dass uns auch noch 30 Jahre später gesagt wird lassen wir das das erinnern an die Leiden von Millionen verzerrt die historische Perspektive die Suche nach dem Wesen unserer Sitten verdunkelt den materiellen Fortschritt denkt doch lieber an die angeblasenen Hochöfen an die Walzwerke an die gezogenen Kanäle nein nicht an die Kanäle dann an das Gold von Kalimah nein auch das wollen wir sein lassen an alles mögliche bitte sehr aber mit Verstand mit lobender Anerkennung es ist nicht recht zu verstehen warum verwünschen wir heute die Inquisition hat es denn außer den Schalterhaufen keine feierlichen Gottesdienste gegeben schwer zu begreifen was wir an der Leibeigenschaft auszusetzen haben war es dem Bauernden verboten sein Tagwerk zu verrichten dazu durfte er zu Weihnachten Sternen singen und zu Pfingsten flochten die Mädchen Kränze das Sprachwörterbuch von Dahl präzisiert die Ermittlung unterscheidet sich von der Untersuchung dadurch dass sie der vorläufigen Feststellung dient ob ein hinlänglicher Grund zur Einleitung behördlicher Untersuchungsmaßnahmen vorliegt du heiliger Einfalt die Organe kamen alle Zeit ohne Ermittlung aus von oben zugewiesene Listen oder ein erster Verdacht die Anzeige eines Spitzels oder sogar eine anonyme Denunziation reichten immer zur Verhaftung und Anklageerhebung aus und die der Untersuchung zugeteilte Zeit wurde nicht darauf verwandt das Verbrechen zu klären sondern in 95% der Fälle nur darauf den Untersuchungsgefangenen dahin zu bringen dass er übermüdet erschöpft und entkräftet alles in Kauf nimmt damit es bloß zu Ende geht Schon 1919 war das gängigste Mittel im Untersuchungsverfahren den Revolver auf den Tisch Nicht nur politische auch zivile Untersuchungen wurden auf solche Art abgewickelt Beim Prozess des Hauptkomitees für Brennstoffbeschaffung Gloftop 1921 beschwerte sich die angeklagte Machrowskaya darüber dass man ihr vor den Verhören Kokain eingab Der Ankläger parierte Wenn sie gesagt hätte dass man grob mit ihr umgegangen war ihr mit erschießen drohte dann hätten wir all dies noch halbwegs glauben können Der Revolver liegt auf dem Tisch wird manchmal auf dich gerichtet und der Untersuchungsrichter strengt sich nicht sondern dich an eine Schuld für dich zu ersinnen vielmehr erzähl schon du weißt ja selbst So sprach 1927 der Untersuchungsrichter Chaikin zu der Skripnikowa so sprachen sie 1929 zu Witkowski Auch ein Vierteljahrhundert später hatte sich nichts geändert 1952 als dieselbe Anna Skripnikowa bereits zum fünften Mal eingesperrt wurde sagte ihr der Chef der MGB Untersuchungsabteilung von Schonitzkite Sivakov Wie ich vom Gefängnisarzt höre steht dein Blutdruck auf 240 zu 120 Das ist zu wenig du Schwein Sie ist über 50 Wir werden dich auf mindestens 340 bringen damit du endlich krepierst ganz ohne Schläge ohne Brüche und blaue Flecken Wir brauchen dich bloß nicht schlafen zu lassen Und sobald die Skripnikowa nach einem nächtlichen Verhör tagsüber in der Zelle die Augen schloß kam brüllend und drohend ein Wärter hereingestürzt Die Augen auf Die Augen auf Sonst ziehe ich dich an den Beinen von der Pritsche und binde dich stehend an die Wand Auch 1921 standen die nächtlichen Verhöre an der Spitze und auch damals wurden Scheinwerfer beim Verhör aufgestellt Und auf der Lubyanka wurde 1926 nach Aussage von Bertha Gandal einmal kalte einmal stinkende Luft in die Zellen geblasen Und es gab eine Korkzelle wo man ohnehin keine Luft bekam und noch geröstet wurde Der Dichter Kliujev hat dem Vernehmen nach darin gesessen und Bertha Gandal auch Vassily Alexandrovich Kasianov Teilnehmer am Jaroslavler Aufstand von 1918 erzählt dass solche Zellen so lange angeheizt wurden bis dem Insassen das Blut aus den Poren trat sobald die Werder es durchs Guckloch bemerkten brachten sie eine tragbare und schleppten ihn fort das Protokoll zu unterschreiben bekannt ist die heiße und die gesalzene Praxis der goldenen Zeit und in Grosinien wurden an den Händen der Häftlinge brennende Zigaretten ausgedrückt mit 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 herrske burg gefängnis stießt man sie in der dunkelheit in behälter voll unrat so einfach ist das gekoppelt wenn anklage um jeden preis erhoben werden soll sind drohungen gewalt und folter unvermeidlich und je fantastischer die anklage ausfällt desto härter muss die untersuchung sein um ein geständnis zu erzwingen da es aber fabrizierte erfundene fälle immer gab hat es auch zwang und folter immer gegeben mit nicht erst als bestandteil des jahres 1937 sie sind ein konstantes merkmal von allgemeingültigem charakter verwunderlich ist es daher wenn ehemalige Häftlinge in ihren Erinnerungen heute manchmal schreiben die Folter sei im Frühjahr 1938 erlaubt worden geistige oder sittliche Schranken die von der Folter hätten abhalten können hat es für die Organe niemals gegeben in den ersten nachrevolutionären Jahren wurde die Anwendbarkeit der Folter aus marxistischer Sicht ganz offen in den Zeitschriften das rote Schwert und der rote Terror diskutiert nach den Folgen zu urteilen war die Antwort positiv wenn auch nicht allgemeingültig ausgefallen richtiger wäre es über das Jahr 1938 zu sagen wenn bis Datum die Anwendung der Folter einer bestimmten amtlichen Verbrämung einer für jeden Untersuchungsfall zu erteilenden Genehmigung bedurfte wie vielleicht wie leicht sie auch immer zu bekommen war so wurden 1937 38 in Anbetracht der außerordentlichen Situation die vorgeschriebenen Millionenzugänge zu dem Archipel mussten in vorgeschriebener kürzester Frist durch die Maschinerie des individuellen Untersuchungsverfahren getrieben werden ein Novum gegenüber den Massenströmen der Kulaken und der Nationalitäten die Gewaltanwendung und Folter ohne Einschränkungen bewilligt und die Entscheidung darüber entsprechend den Erfordernissen der termingerechten Abwicklung dem Untersuchungsrichter überlassen Ebenso wenig wurde dabei die Art der Folter reglementiert Erfinderische Neuerungen waren beliebig zugelassen 1939 wurde diese generelle Bewilligung aufgehoben Wieder bedurfte es einiger Formalitäten eines Papiers vielleicht nun nicht mehr so leicht zu beschaffen Im Übrigen waren einfache Drohungen Erpressungen Täuschungen ebenso wie die Martha mit Schlaflosigkeit und Karzer zu keiner Zeit verboten Doch bereits vom Kriegsende an und in den Jahren danach wurden bestimmte Kategorien von Häftlingen ausgesondert an denen von vornherein ein breiter Fächer von Folterung erlaubt war Dazu gehörten die Nationalisten vornehmlich die Ukrainer und vornehmlich dann wenn es um eine illegale Kette ging beziehungsweise eine solche vermutet wurde und es notwendig war sie bis zum letzten Glied aufzuwickeln alle Namen aus den Verhafteten herauszuholen und ebenso falsch wäre es dem Jahr 1937 jene Erfindung zuzuschreiben dass ein persönliches Geständnis des Beschuldigten wichtiger sei als alle Beweise und Fakten Sie geht auf die 20er Jahre zurück Die brillante Lehre Wischinskis indes war tatsächlich zum Jahre 1937 ausgereift Im Übrigen wurden damals nur Untersuchungsrichter und Ankläger zwecks moralischer Ertüchtigung daran eingeweiht uns andere erreichte die Kunde erst 20 Jahre später als sie in Nebensitzen und unterferner liefen in Zeitungsartikeln getadelt somit ihre Kenntnis als selbstverständlich vorausgesetzt wurde Es stellt sich heraus dass Wischinski Andrei Januarjevic ein kleiner Versprecher Jaguarjevic ist allzu verlockend in jenem bedrohlich berüchtigten Jahre in seinem unter Fachleuten berühmt gewordenen Referat im Geiste erlesenster Dialektik die wir weder unseren Staatsbürgern noch jetzt den Computern zubilligen denn für sie hat Ja Ja und Nein zu bleiben darlegte dass es der Menschheit niemals möglich sei die absolute Wahrheit zu finden und sie sich mit der relativen begnügen müsse von daher tat ja einen Schritt den zu wagen den Juristen 2000 Jahre lang der Mut fehlte dass folglich auch die von Gericht und Untersuchungsbehörde ermittelte Wahrheit niemals absolut immer nur relativ sein könne daher ist uns wenn wir ein Todesurteil unterschreiben die absolute Sicherheit der Schuld des hinzurichtenden sowieso niemals gegeben immer nur in einem bestimmten Annäherungsgrad unter bestimmten Annahmen in einem bestimmten Sinne hieraus folgt ein überaus sachlicher Schluss überflüssige Zeitverschwendung wäre die Suche nach absoluten Indizien alle Indizien sind relativ nach untale liegend Zeugen die könnten einander widersprechen die Schuld beweise aber welche relativ und annähernd seinen kann der Untersuchungsberichter ohne Indizien und ohne Zeugen finden gleich hier an seinem Arbeitstisch gestützt nicht bloß auf seinen Verstand sondern auch auf seine Partei Instinkt seine moralischen Kräfte das heißt auf die Vorteile eines satten gut ausgeschlafenen und nicht kurz zuvor geprügelten Menschen und auf seinen Charakter das heißt den Willen zur Grausamkeit So kehrten die Schlussfolgerungen der fortschrittlichen Jurisdiktion nach vollbrachter spiralförmiger Entwicklung wieder zu den präantiken oder mittelalterlichen Auffassungen zurück gleich gleich den mittelalterlichen folterknechten waren unsere Richter Ankläger und Untersuchungsbeamte bereit den entscheidenden Beweis der Schuld im Schuldbekenntnis des Untersuchungshäftlings zu sehen das treuhaltige Mittelalter wählte allerdings dramatische und pittoreske Mittel zur Erlangung des gewünschten Zieles den Wippgeigen das Rad den Schwitzkasten die spanische Jungfrau die Pfählung und anderes mehr das 20. Jahrhundert durfte sich bereits auf neueste medizinische Errungenschaften und eine nicht geringe Gefängniserfahrung stützen irgendwer wird vollem Ernstes eine Doktorarbeit darüber verfasst haben und demnach auf solchen Überschwang verzichten zumal besagte Mittel sich bei massierter Anwendung als umständlich erwiesen und außerdem und außerdem zeichnet sich ein weiterer Umstand ab Wie immer sprach Stalin das letzte Wort nicht aus Die Untergebenen hatten es selbst zu finden während er sich einen füchsischen schakalischen Durchschlupf zum Rückzug freiließ und das vor Erfolgen von Schwindel befallen schrieb Schließlich war die planmäßige Peinigung von Millionen in der Menschheitsgeschichte etwas Neues und es konnte Stalin bei all seiner Macht des Erfolges nicht absolut sicher sein Bei so großen Mengen hätte der Verlauf des Experiments ein anderer werden können als bei einer geringen Zahl Unvermutete Explosionen geologische Verschiebungen oder zumindest eine weltweite Publikmachung mussten einkalkuliert werden Stalins Gewänder hatten in allen Varianten engelhaft weiß zu bleiben Folglich ist anzunehmen dass es keinerlei typografisch vervielfältigte Folterverzeichnisse für Untersuchungsrichter gab Es lag einfach an jeder einzelnen Untersuchungsabteilung zum angegebenen Termin dem Tribunal eine vorgegebene Zahl von geständniswilligen Kanickeln zu liefern Es wurde einfach gesagt mündlich aber oft dass alle Mittel und Wege gut sind solange sie dem Heerenzwecke dienen dass sich der Gefängnisarzt tunlichst aus dem Gang der Untersuchung herauszuhalten hat Wahrscheinlich wurden kameradschaftliche Begegnungen mit Erfahrungsaustausch gefördert Bestarbeiter als Vorbild dahingestellt Ja auch das materielle Interesse nicht vernachlässigt Gehaltszulagen für Nachtarbeit Prämiengelder für Zeiteinsparungen bei der Vernehmung Ja auch die obligaten Warnungen erteilt Wer mit dem Auftrag nicht zu Rande kommt Und wäre nun in irgendeiner Gebiets-NKWD eine Panne passiert Dann hätte auch der dortige Chef in aller Unschuld vor Stalin hintreten können Folteranweisungen hatte er direkt niemals erteilt und dennoch die Folter besorgen lassen Wir wollen versuchen einige der einfachsten Kunstgriffe aufzuzählen die ohne am Körper Spuren zu hinterlassen den Willen und die Persönlichkeit des Häftlings zu brechen Beginnen wir mit den psychischen Methoden Für ein Kanickel dem die Gefängnisqualen ganz unverhofft zuteil wurden sind diese Methoden von Ungeheurer mehr von zerstörerischer Kraft Ja selbst wenn du von den überzeugten einer bist ist auch nicht leicht Erstens fangen wir bei den Nächten an Warum wurde gerade die Nacht zum Brechen der Seelen erkoren Warum war die Wahl von Anbeginn auf die Nacht gefallen Weil der Häftling der aus dem Schlaf gerissen wird auch einer der noch nicht mit der Schlaflosigkeit gematert wurde um ein Stück nachgiebiger ist als zur nüchternen Tagesstunde Zweitens Der aufrichtig klingende Zuspruch Das ist das Allereinfachste Wozu das Katz-und-Maus-Spiel Nach einigen Tagen in der gemeinsamen Zelle hat der Häftling die Gesamtsituation bereits erfasst und der Untersuchungsrichter spricht träge und Freundschaft Licht auf ihn ein Du siehst ja selbst dass du nicht herauskommst Wenn du nicht nachgibst machst du dich bloß kaputt Schone deine Gesundheit Sobald du im Lager bist gibt's frische Luft und Licht Unterschreib also lieber gleich Sehr logisch und vernünftig Wer zustimmt und unterschreibt wenn ja wenn es lediglich um einen selber ginge doch selten trifft's sich so Der Kampf ist unausweichlich Eine andere auf den Parteimann gemünzte Art des Zuspruchs Wenn es im Land Mängel und Hunger gibt dann müssen sie als Bolschewik für sich entscheiden Können sie annehmen dass die ganze Partei daran schuld ist oder die Sowjet Macht Nein doch natürlich nicht beeilt sich der Leiter des Textil Konzerns zu antworten Dann haben sie doch den Mut die Schuld auf sich zu nehmen und er nimmt sie Grobes Fluchen Ein simpler Trick Recht wirksam allerdings bei wohlerzogenen weichen feinfühligen Menschen Zwei Fälle von Priestern sind mir bekannt die aufs bloße Fluchen hin nachgaben gegen den ersten Bozirka 1944 wurde die Untersuchung von einer Frau geführt anfangs konnte er sich in der Zelle des Lobes nicht genug tun wie höflich sie sei doch eines tages tages kam ganz verwirrt zurück und wollte lange nicht damit herausrücken mit welcher Raffinesse sie plötzlich loslegte ein Bein über das andere geschlagen es tut mir leid dass ich einen ihrer Aussprüche hier nicht anbringen kann viertens der Schlag mit dem psychologischen Kontrast plötzliche Übergänge während des ganzen Verhörs äußerst liebenswürdig sein mit Vatersnamen titulieren das blaue vom Himmel versprechen dann plötzlich den Briefbeschwerer packen pfeu du Dreckskerl neun Gramm ins Genick und mit ausgestreckten Armen wie um ihnen die Haare zu fahren als wüchsen Nadeln aus den Fingernägeln auf den Häftling zu näher ganz nah bei Frauen wirkt die Masche bestens als Spielart Zwei Untersuchungsrichter lösen einander ab Der eine ist ein Bluthund der andere sympathisch beinahe herzlich Der Untersuchungshäftling zittert jedes Mal Wer wartet drinnen Der Kontrast drängt ihn zum Zweiten Er möchte ihm alles unterschreiben und auch gestehen was gar nicht war Fünftens Die einleitende Erniedrigung In den berühmten Kellern des Rastower Gefängnisses Nummer 33 unter dem dicken Glas des oben liegenden Gehsteigs wurden die verhafteten Erwartung des Verhörs Beuchlings in den Gefängnisgang gelegt und Kopfheben verboten Sprechen verboten So lagen sie wie betende Muslims einige Stunden lang ehe sie der Werder an der Schulter rüttelte und zum Verhör abführte Alexandra Orwa hatte auf der Lubyanka die gewünschten Aussagen verweigert man brachte sie bei der Aufnahme befahl ihr die Wärterin sich auszuziehen die Kleider wurden unter einem Vorwand fortgebracht sie selbst nackt in einer Einzelzelle gesperrt bald kamen Werder Männer und guckten herein lachten und ergingen sich über ihre körperlichen Vorzüge sicherlich wären noch viele Beispiele zu nennen der Zweck war klar eine bedrückte Stimmung zu schaffen 6. Jedes Mittel das den Häftling verwirrt hier das Verhör von FIW aus Krasnoworsk im Moskauer Gebiet berichtet von IAPF Die Untersuchungsrichterin zog sich selbst im Verlaufe des Verhörs vor ihm aus Stück um Stück Strip hieß hörte aber in keinem Augenblick mit dem Fragen auf als wär's das Selbstverständlichste von der Welt marschierte im Zimmer auf und ab trat dicht an ihn heran und verlangte dass er nachgebe und endlich Aussage vielleicht war es ihr ein persönliches Bedürfnis vielleicht auch kalte Berechnung dem Untersuchungshäftling steht der Verstand still gleich wird er unterschreiben sie aber riskiert gar nichts der Revolver liegt auf dem Tisch die Klingel ist in Reichweite Siebentens Einschüchterung die meist beanspruchte und äußerst variable Methode oft kombiniert mit Verlockung und Versprechung die niemals eingehalten werden versteht sich 1924 Sie wollen nicht gestehen dann müssen Sie halt auf die Solow gehen wer gesteht den lassen wir laufen 1944 von mir hängt es ab in welches Lager du kommst Lager und Lager ist nicht gleich wir haben jetzt auch welche wie die Kartorga wenn du aufrichtig bist bekommst du eins von den leichten wenn du leugnest heißt es auf 25 Jahre mit Handschellen ins Bergwerk Die Drohung mit einem anderen schlimmeren Gefängnis geht nach sonst schicken wir dich nach Lefortevo wenn du auf der Lugianca bist oder die Sohanowka wenn du in Lefortevo bist da wird man anders mit dir reden du aber hast dich schon eingelebt in diesem Gefängnis ist das Regime wie es scheint Nietzsche war das heißt zu ertragen und welche Folter erwartet dich dort dazu Die Einschüchterung wirkt vorzüglich bei jenen die noch nicht verhaftet sondern erst ins große Haus vorgeladen sind er sie hat noch manches zu verlieren er sie hat vor allem Angst dass sie ihn sie heute nicht rauslassen die Sachen die Wohnung beschlagnahmen er ist bereit auszusagen und nachzugeben um diesen Gefahren zu entgehen natürlich kennt sie die Gesetze nicht und sie schieben ihr wenn es wenig ist einen Zettel mit gefälschten Auszügen aus der Strafprozessordnung hin ich wurde darauf hingewiesen dass mein eid ... fünf jahre haft in Wirklichkeit laut § 95 höchstens zwei Jahre und Aussage Verweigerung ... fünf Jahre Haft in Wirklichkeit laut § 92 höchstens drei Monate Eine weitere Untersuchungsmethode kündigt sich hier an und wird auch nie mehr fehlen 8. Die Lüge Wir Lämmer dürfen nicht lügen Der Untersuchungsrichter hört nicht auf damit Ihn betreffen all diese Paragrafen nicht Wir haben sogar zu fragen den Mut verloren Was bekommt er für die Lüge? Er kann beliebig viele Protokolle vor uns ausbreiten mit gefälschten Unterschriften unserer Verwandten und Freunde Es ist nichts als ein eleganter kriminalistischer Kunstgriff Die Einschüchterung gepaart mit Verlockung und Lüge bildet das Hauptinstrumentarium der Einflussnahme auf die Verwandten des Verhafteten die zur Zeugenaussage vorgeladen sind Wenn sie sich weigern solche die gewünschten Aussagen zu machen wird es ihm böse ergehen Sie bringen ihn ins Grab Eine Mutter höre sich das an Nur mit ihrer Unterschrift unter diesem untergeschobenen Papier können sie ihn retten zugrunde richten Nach den strengen Gesetzen des Zarenreiches konnten nahe Verwandte die Aussage überhaupt verweigern oder aber die in der Voruntersuchung gemachten Aussagen bei der Gerichtsverhandlung wieder zurückziehen Die bloße Bekanntschaft oder Verwandtschaft mit einem Verbrecher galt damals seltsamerweise nicht einmal als Indiz Neuntens Das Spekulieren auf verwandtschaftliche Gefühle wirkt vorzüglich bei den Untersuchungshäftlingen Es ist sogar die wirksamste aller Drohungen Durch die Liebe zu seiner Familie kann der tapferste Mensch gebrochen werden Oh wie richtig ist es doch prophezeit worden Feinde eines Menschen sind seine Hausgenossen Erinnern Sie sich an jenen Tataren der alles ertragen hat seine Pein und die seiner Frau aber die Leiden der Tochter nicht ertragen konnte 1930 übte sich die Untersuchungsrichterin Rimalis in solcher Drohung Wir verhaften ihre Tochter und stecken sie zu den Syphilitikerinnen in die Zelle Eine Frau Sie drohen alles einzusperren was ihnen lieb ist manchmal mit Tonuntermalung Deine Frau ist schon eingesperrt aber ihr weiteres Schicksal hängt von dir ab Eben wird sie in der Nebenzelle verhört Hör nur und tatsächlich da wimmert jemand und schreit Es ist nichts genau zu unterscheiden noch dazu durch die Wand und deine Nerven sind aufs äußerste gespannt Du gibst einen schlechten Beobachter ab Manchmal legen sie bloß eine Platte auf Irgendwesten Rationalisierungsvorschlag Stimme Durchschnittsgattern Sopran oder Alt Dann aber zeigen sie sie dir ganz in echt durch die Glastür wie sie still über den Gang geht den Kopf jammervoll gesenkt Sie ist deine Frau im Gang des Staats Sicherheitsdienstes Du hast sie ins Unglück gestürzt Dein Stasern war's Sie ist verhaftet In Wahrheit hat man sie in einer nichtigen Formalität wegen vorgeladen zur vereinbarten Zeit über den Korreger geschickt aber dass sie ja den Kopf nicht heben sondern bleiben sonst bleiben sie da Oder sie geben dir ihren Brief Die Handschrift stimmt Ich sage mich von dir los Nach allem was man mir abscheuliches von dir erzählt hat will ich nichts mehr von dir wissen Da solche Frauen gleich wie solche Briefe in unserem Land gar nicht undenkbar sind Bleibt dir einzig dein Herz zu prüfen Ist sie auch von dieser Art deine Frau? So wie keine Klassifizierung in der Natur mit starren Grenzen auskommen kann so wird es auch uns nicht gelingen die psychischen Methoden gegen die physischen eindeutig abzugrenzen Wohin zum Beispiel mit diesem netten Spielchen 10. Methode Lärm Den Untersuchungshäftling in 6 bis 8 Meter Entfernung hinsetzen und alles laut nachsagen und wiederholen lassen Einem ohne dies erschöpften Menschen fällt es nicht leicht oder zwei Schaltrichter aus Pappendeckel machen und zu zweit dem Arrestanten in beide Ohren brüllen hier stehe hier stehe Schweine Hund das Opfer ist betäubt verliert oft das Gehör die Methode ist zwar ineffizient aber trotzdem eine willkommene Abwechslung im verhörerischen Einerlei dem zu entgehen sich ein Untersuchungsrichter schon was Passendes einfallen lässt Hälfte Methode Kitzeln auch ein Spaß sie binden Arrestanten an Armen und Beinen und Kitzeln ihn in der Nase mit einer Gänsefeder der Arme windet sich ihm ist als bohrten sie ihm durchs Gehirn zwölftens Zigarette ausdrücken wozu die Haut des Häftlings dient wurde bereits erwähnt drittens äh dreizehntens Methode Licht grelles elektrisches Licht in der Zelle tags und nachts starke Glühbirnen für kleine Räume und weiß getünchte Wände die Schüler und Hausfrauen draußen müssen Strom sparen die Lieder sind entzündet ein arger Schmerz und beim Verhör brennen einem Wiederscheinwerfer ins Gesicht vierzehntens ein erfinderischer Einfall Chebotaryov wurde in der Nacht zum 1. Mai 1933 in der Kharabarowska GPU eine ganze Nacht zwölf Stunden lang nicht verhört nein zum Verhör geführt Häftling so und so Hände auf den Rücken der Wachsoldat führt ihn aus der Zelle eine Treppe hinauf ins Arbeitszimmer des Untersuchungsrichters der Wachsoldat geht weg der Untersuchungsrichter aber stellt keine Fragen lässt Chebotaryov auch nicht niedersetzen greift sofort zum Telefon abholen aus Nummer 107 er wird abgeholt zurück in die Zelle gebracht kaum dass er sich auf die Pritsche gelegt hat rasselt das Schloss Chebotaryov zum Verhör Hände auf den Rücken und dann wieder Nummer 107 abholen Überhaupt können die Druckmethoden lange vor dem Verhörzimmer beginnen 15 das Gefängnis beginnt mit der Box was so viel heißt wie Kasten oder Schrank wenn sie einen gerade erst geschnappt haben und man noch so ganz im Schwung der inneren Bewegung ist bereit zu erklären zu streiten zu kämpfen stecken sie einen für das Erste in einen Kasten der kann Licht und Platz zum Sitzen haben oder auch dunkel sein und so eng dass der Neuankömmling darin nur stehen kann dazu noch eingezwängt von der Tür darin lassen sie ihn einige Stunden 12 24 schmoren Stunden kompletter Ungewissheit vielleicht ist er für immer hier eingemauert in seinem ganzen Leben war ihm nichts ähnliches widerfahren wie soll er es wissen so vergehen diese ersten Stunden da sich der Sturm der in seinem inneren Tob noch nicht gelegt die einen verlieren den Mut der passendste Augenblick für das erste Verhör die anderen verbeißen sich in Zorn umso besser gleich werden sie den Untersuchungsrichter beleidigen sich eine Blöße geben und es kommt die Sache umso leichter ins Rollen 16 wenn es an Boxen Mangel gab machten sie es auch anders Jelena Strudinskaya wurde in der Novottschakaskar NKWD für sechs Tage im Gang auf einen Hocker gesetzt so dass sie sich nicht anlehnen konnte nicht schlafen nicht auf den Boden fallen und nicht aufstehen und das sechs Tage lang probieren sie es für nur sechs Stunden wiederum als Variante bietet sich ein höherer Hocker an von der Art wie sie in Laboratorien stehen dass die Füße nicht bis zum Boden reichen und darum nichts mehr versuchen sie es siebzehntens lokalbedingt kann die Box durch eine Divisionsgrube ersetzt werden wie es in den Garochowiczka Armeelagern während des großen Vaterlandischen Krieges der Fall war in einer solchen Grube drei Meter tief zwei Meter im Durchmesser unter freiem Himmel verbrachte der Verhaftete mehrere Tage ob es regnete oder nicht und sie war ihm Zelle und Latrine zugleich die 300 Gramm Brot und das Wasser wurden an einer Schnur hinab gelassen versetzen sie sich in diese Lage dazu eben erst verhaftet wenn innen drin alles nur so brodelt schwer zu entscheiden ob die Gleichförmigkeit der Instruktionen an alle Sonderabteilungen der Roten Armee oder die Ähnlichkeit der Feldmäßigen Bedingungen zur großen Verbreitung dieser Methode geführt haben in der 36. Panzergrenadier Division die an den Kämpfen von von Kalkhin Goll teilgenommen hatte und 1941 in der mongolischen Wüste stand wurde dem frisch verhafteten ohne jede Erklärung ein Spaten in die Hand gedrückt auf das eine in ihren Maßen genau vorgeschriebene grabförmige Grube aushebe hier kommt das psychologische Moment hinzu sobald der verhaftete bis über den Gürtel in der Erde steckte ließ man ihn aufhören nun musste er sich in der Grube niedersetzen sein Kopf war nicht mehr zu sehen ein Wachsoldat konnte mehrere Gruben bewachen und es schien als wäre rundum alles leer die Wüstenhäftlinge wurden in der mongolischen Gluthitze unbedeckt und in der nächtlichen Kälte unbekleidet gehalten ganz ohne Folter wozu Kraft darauf verschwenden die Tagesration war 100 Gramm Brot und ein Glas Wasser Leutnant Schulpenjof ein Hühner und Boxer 21 Jahre alt verbrachte in der Grube einen Monat nach zehn Tagen war er von Läusen übersät nach 15 Tagen holten sie ihn erstmals zum Verhör 18 den Untersuchungshäftling knien lassen nicht im übertragenen Sinne in die Knie zwingen nein im direkten richtig knien lassen und dass er sich nicht auf die Fersen setzt und den Rücken gerade hält im Zimmer des Untersuchungsrichters im Gang draußen kann einer zwölf Stunden lang knien 24 48 der Untersuchungsrichter darf inzwischen nach Hause gehen schlafen sonst wie sich amüsieren das System funktioniert ein Posten neben dem Knienden die Wachen lösen einander ab bei wem nun bewährt sich das Knien bei einem der schon geknickt ist schon kapitulations geneigt ist am besten bei Frauen Ivanov Rasumnik erwähnte eine Variante dem vor ihm knienden jungen Lord Keeper Nietzse urinierte der Richter ins Gesicht und dann Lord Keeper Nietzse dem mit nichts anderem beizukommen war zerbrach daran woraus zu folgern ist dass es sich auch bei den stolzen bewährt Neunzehntens oder ganz einfach stehen lassen vielleicht nur während der Verhöre auch das macht müde und mürb vielleicht auch umgekehrt bei den Verhörenden den Häftling sitzen lassen ihn nur von Verhör zu Verhör auf den Beinen zu halten ein Posten wird neben dem Stehenden aufgepflanzt der Wärter passt auf dass er sich nicht anlehnt und mit Tritten wieder auf die Beine gebracht wird so er einschlafen und der Länge lang hinfallen sollte manchmal genügen 24 Stunden im Stand damit der Mensch zusammenbricht und alles mögliche besteht 20 gewöhnlich kriegt man bei all diesen Stand Strafen 3 4 5 Tage lang nichts zu trinken immer klarer zeichnet sich die Kombinierbarkeit der psychologischen und physischen Methoden ab selbstverständlich ist auch dass alle vorher genannten Maßnahmen mit 21 Schlaf Verbot gekoppelt werden welches vom Mittelalter ganz ungebührend missachtet wurde es wusste nichts von den knappen Ausmaßen jenes Bereichs in dem der Mensch seine Persönlichkeit bewahrt Schlaflosigkeit noch verbunden mit Sitzverbot Durst grünem Licht Angst und Ungewissheit Ach was Folter trübt den Verstand und untergräbt den Willen der Mensch wird auf sein Ich zu sein Der Mensch agiert halb unbewusst oder vollends unkontrolliert so dass wir ihm wegen seiner Aussagen nicht böse sein dürfen sie sagten es unumwunden sie wollen nicht aufrichtig sein darum ist es ihnen verboten zu schlafen manchmal wurde der Raffinesse halber nicht das Stehen verordnet sondern das Sitzen auf einem weichen Diwan was besonders zum Schlafen einlädt der diensthabende Werther saß daneben und puffte den Betroffenen in die Seite sobald dem die Augen zufielen folgendermaßen beschreibt ein Opfer das den vorherigen Tag zu dem in einer Wanzenbox abgesessen hatte seine Empfindungen nach dieser Folter Schüttelfrost nach dem großen Blutverlust die Augen sind ausgetrocknet als hielte jemand ein glühendes Eisen daran die Zunge ist vor Durst angeschwollen und sticht bei der leisesten Bewegung wie ein Igel Schluck Krämpfe schnüren einem die Kehle zu die Schlaflosigkeit ist eine beachtenswerte Foltermethode eine die keinerlei sichtbare Spuren hinterlässt keinen Vorwand für Beschwerden gibt mag auch morgen schon wieder allem erwartender eine Inspektion hereinbrechen sie haben nicht schlafen dürfen ja glauben sie denn wir haben hier ein Sanatorium unsere Mitarbeiter haben auch nicht geschlafen das versäumte aber tagsüber nachgeholt man kann sagen dass das Schlafverbot zum universalen Mittel der Organe wurde aus der Sparte der Folter ging es in die eigentliche Geschäftsordnung des Staatssicherheitsdienstes über und wurde darum mit den billigsten Mitteln erzielt ohne Bedarf an Wachpersonal in keinem Untersuchungsgefängnis darf vom Wecken bis zum Zackenstreich auch nur eine Minute geschlafen werden in der Suchanowka und einigen weiteren wird die Pritsche tagsüber hochgeklappt in den anderen darf man sich einfach nicht hinlegen nicht einmal im Sitzen die Lieder senken die wichtigsten Verhöre aber geschehen immer nachts so geht es automatisch wer gerade in Untersuchung steht kommt zumindest fünf Tage in der Woche nicht zum schlafen in den Wochenendnächten wollen sich auch die Untersuchungsrichter mal ausruhen 22 in Weiterentwicklung des vorherigen das Vernehmungs Fließband nicht nur dass du nicht schläfst du wirst auch noch drei vier Tage und Nächte lang ununterbrochen voneinander Ablösende und Untersuchungsrichtern verhört 23 die bereits erwähnte Wanzenbox ein dunkler Bretterverschlag mit einer hundertköpfigen tausendköpfigen Wanzenzucht mit nacktem Oberkörper wird der Delinquent hineingestoßen im Nu haben die hungrigen Wanzen von ihm Besitz angriffen fallen gierig über ihn her stürzten sich von der Decke auf ihn herunter Am Anfang kämpft er erbittert schlägt um sich glaubt in ihren Gestank zu ersticken Nach einigen Stunden sinkt er kraftlos zusammen und lässt sich widerstandslos aussaugen 24 der karza wie schlimm es in der zelle auch sein mag im karza ist immer noch schlimmer von dort besehen erscheint jede zelle als paradies im karza wird der mensch durch hunger und gewöhnlich durch kälte geschunden in der suhanovka gibt es auch heiße karza die karza in neforte wo zum beispiel werden überhaupt nicht beheizt heizkörper stehen nur im gang draußen und in diesem geheizten gang machen die wärter in filzstiefeln und wattejacken dienst der arrestant aber wird bis auf die wäsche manchmal bis auf die unterhosen ausgezogen so hat er regungslos es ist zu eng einen tag drei tage fünf tage zu verweilen heiße suppe gibt es erst am dritten tag in den ersten minuten glaubst du das halte ich keine halbe stunde durch wundersamer weise jedoch bringt der mensch seine fünf tage hinter sich möglich natürlich dass er sie mit einer lebenslangen krankheit bezahlt der karzer kann verschiedene spielarten haben feuchtigkeit wasser am boden schon nach dem krieg musste mascha g im gefängnis von tschanowicz bloß füßig bis zu den knöchernen eisigen wasser stehen gestehe gestehe sie war 18 wie leid es einem da um die beine ist und wie lange man noch damit zu leben hat 25 soll das eingesperrt werden in einer brustschmalen nische als abart des karzers betrachtet werden bereits 1933 wurde s.a. tschepotarjow in der khabarowska gpu so gefoltert sie steckten ihn nackt in eine beton nische so daß er die knie nicht beugen die arme nicht ausstrecken den kopf nicht bewegen konnte dem war noch nicht genug kaltes wasser begann auf seinen scheitel zu tropfen wie aus einem dreigroschen heft und und im kleinen bäcklein an seinem körper herab zu rennen natürlich hatten sie ihm nicht gesagt dass es nur 24 stunden dauern würde da kann einem schon angst werden wie auch immer er verlor das Bewusstsein Tags darauf holten sie ihn scheinbar tot heraus im Krankenrevier brachten sie ihn mit Salmiak Geist Koffein und Herz Massage wieder zu sich Er konnte lange nicht begreifen woher er kam und was ihm geschehen war Einen Monat lang war er sogar für die Verhöre untauglich 26 Der Hunger wurde bei der Beschreibung der kombinierten Druckmittel bereits erwähnt Es ist kein ungebräuchliches Mittel das Geständnis aus dem Häftling herauszubringen Im Grunde ist das Element des Hungers ebenso wie die Verwendung der Nacht zum Bestandteil des gesamten Erpressungssystems geworden Die karge Gefängnisration im krieglosen Jahr 1933 300 Gramm Brot 1945 in der Lubyanka 450 das launische Spiel nach Belieben die Pakete von draußen zurückzuhalten oder auch den Einkauf im Gefängnisladen zu verbieten Dies wird an ausnahmslos allen angewandt ist ein Universalmittel Daneben gibt es manche verschärfte Hungermethode so von zu essen gab wie alt ist doch alledies feudal höhlenmenschlich darin das einzige Novum das es in einer sozialistischen Gesellschaft Verwendung fand über ähnliche Methoden wissen auch andere zu berichten die waren Usus wir wollen wieder einen Fall von Shibotaryov erzählen weil er so trefflich kombiniert war sie setzten ihn für 72 Stunden ins Verhörzimmer und erlaubten ihm lediglich das Austreten ansonsten durfte er nicht essen nicht trinken vor ihm stand ein Wassergrub nicht schlafen im Zimmer waren ständig drei Untersuchungsrichter anwesend sie arbeiteten in drei Schichten der eine schrieb ohne Unterlass dies schweigend ohne den Häftling zu belästigen der zweite schlief auf dem Divan der dritte ging im Zimmer auf und ab und schlug auf Shibotaryov ein sobald der einschlief dann tauschten sie ihre Funktion vielleicht waren sie selbst zu dieser Arbeit straf versetzt worden da ging plötzlich die Tür auf und Shibotaryov ward ein Festmahl serviert fetter ukrainischer Borsch Steak mit Röstkartoffeln und eine Kristallkaraffe mit Rotwein Den Wein rührte Shibotaryov aus angeborenem Widerwillen gegen Alkohol nicht an so sehr ihn der Untersuchungsrichter dazu auch aufforderte direkt zwingen konnte er ihn nicht das hätte das Spiel verdauben nach nach dem Essen sagten sie ihm jetzt unterschreibe aber was du vor zwei Zeugen ausgesagt hast das heißt was der Schweigsame in Anwesenheit des einen schlafenden und des anderen wachen Richters zusammengeschrieben hat von der ersten Seite an erfuhr Shibotaryov dass er als Intimus sämtlicher prominenter japanischer Generäle von diesem Aufträge zu erfüllen bekommen hatte er begann Seite um Seite durchzustreichen wurde verprügelt und hinausgeworfen anders der mit ihm gemeinsam verhaftete Blaginin der genau dasselbe durchmachte den Wein austrank in wohltuendem Rausch unterschrieb und erschossen wurde nach drei Tagen Hunger wirft dich ein einziges Glas um und da war's eine Karaffe 27 das Prügeln keine Spuren hinterlassend geprügelt wird mit Gummiknüppeln geprügelt wird mit Teppichklopfern geprügelt wird mit Sandsäcken arg ist der Schmerz wenn sie auf Knochen schlagen zum Beispiel mit Stiefeln gegen das Schienbein wo über dem Knochen nur Haut ist der Brigadekommandeur Karapunis Bravien wurde 21 Tage hintereinander geprügelt heute sagt er noch 30 Jahre später tut mir jeder Knochen weh und der Kopf auf eigenes und vernommenes zurückblicken kam er auf insgesamt 52 Folterarten oder auch noch so die Hände des Untersuchungshäftlings wurden in einer Sondervorrichtung festgeschraubt so dass die Handflächen fest am Tisch aufliegen und dann hauen sie mit der scharfen Kante eines Lineals auf die Gelenke da heulst du auf soll beim Prügeln das Zähneausschlagen gesondert aufgeführt werden Karapunis verlor acht Stück wie jedermann weiß benimmt einem ein Faustschlag ins Sonnengeflechte den Atem und lässt doch nicht die geringste Spur zurück Oberst Sidorov in Lefortovo übte sich nach dem Kriege bereits im freien Gummischuh schießen gegen die herabhängenden männlichen Annexe wer Fußball gespielt hat wo solches mit dem Ball passiert weiß den Schlag zu schätzen dieser Schmerz ist mit nichts zu vergleichen für gewöhnlich verliert man das Bewusstsein 28. In der Noworassiska NKWD erfanden sie eine Maschine zum Nägel quetschen in den Durchgangsgefängnissen sah man später bei vielen Leuten aus Noworassisk abgehende schwarze Fingernägel 29. Und die Zwangsjacke 30. Und das Brechen des Rückgrats immer in derselben GPU von Khabarovsk 1933 31. Und das Aufzäumen die Liegewaage Eine Eigenart der Suchanowka aber auch im Archangelsker Gefängnis als Methode nicht unbekannt Untersuchungsrichter Ivkov 1940 Ein langes grobes Tuch wird dir durch den Mund gezogen das Zaumzeug dann über dem Rücken an den Fersen fest gebunden Bleib einmal so als Rat auf dem Bauch ohne Essen und Trinken zwei Tage lang liegen Soll die Aufzählung weitergehen Wie lange noch Was alles können sie nicht noch erfinden die satt gefühllos und müßig sind Bruder und Mitmensch verdamme keinen dem solches widerfuhr bis dass er schwach ward und zu vieles unterschrieb Wirf nicht den Stein auf ihn Von Jugend an werden wir aufgeklärt und geschult im Beruf ausgebildet in Staatsbürger Pflichten unterrichtet beim Militär gedrillt in Körperpflege unterwiesen in die Anstandsregeln eingeführt sogar dem Verständnis des Schöngeistigen nähergebracht dies allerdings ohne sonderlichen Eifer Doch weder Bildung noch Erziehung und Erfahrung sind im geringsten dazu angetan uns auf die schwerste Lebensprobe vorzubereiten die Verhaftung wegen nichts die Vernehmung über nichts Romane Stücke und Filme Ach hätten doch die Autoren selber den Kelch der GPU zu lehren gehabt präsentieren uns jene denen wir im Verhörzimmer begegnen können als Ritter der Wahrheit und Menschenliebe als väterliche Freunde Freunde worüber werden uns nicht alles Vorträge gehalten deren Besuch Pflicht ist doch wo bleibt die Vorlesung über den wahren und erweiterten Sinn der Gesetzbücher und die Bücher selbst suchst du in Bibliotheken und Kiosken vergeblich die sind nicht für die sorglose Jugend gedacht es klingt beinahe wie ein Märchen das irgendwo in einem Land hinter den sieben Bergen ein Untersuchungshäftling sich der Hilfe eines Advokaten bedienen kann das heißt in den schwersten Stunden des Kampfes einen gesetzkundigen und klardenkenden Mann zur Seite zu haben das Prinzip der bei uns üblichen Untersuchung besteht letztlich noch darin den Untersuchungshäftling auch über die Gesetze in Unkenntnis zu lassen die Anklageschrift wird vorgelegt nebenher unterschreiben sie ich bin mit dem Inhalt nicht einverstanden unterschreiben sie aber ich bin unschuldig sie werden nach § 58 10 Abschnitt 2 und § 58 11 des Strafgesetzes der RSFSR angeklagt unterschreiben sagen sie mir wenigstens was die Artikel bedeuten lassen sie mich das Strafgesetzbuch lesen ich habe es nicht denn holen sie es vom Abteilungschef er hat es auch nicht unterschreiben sie ich möchte es aber sehen darauf haben sie kein recht es ist nicht für sie geschrieben sondern für uns sie brauchen es nicht ich erkläre es ihnen auch so diese Paragrafen besagen genau das wessen sie beschuldigt werden außerdem haben sie nicht zu unterschreiben dass sie nicht einverstanden sind sondern nur dass ihnen die Anklage vorgelegt wurde auf einem der zettel taucht ein neues buchstabengebilde auf st p o es macht sie stutzig wodurch unterscheidet sich die st p o vom st gb wenn der untersuchungsrichter gerade in guter stimmung ist wird das ihnen aufschlüsseln straf prozess ordnung wie nicht nur ein kodex sondern deren gleich zwei wurden ihnen vorenthalten als die drangingen ihnen nach ihren gesetzen den prozess zu machen seither sind zehn dann fünfzehn jahre vergangen über dem grab meiner jugend ist dichtes gras gewachsen abgesessen war die haftfrist und sogar die fristlose verbannung doch nirgends nicht in den kulturabteilungen der lager nicht in den bezirks bibliotheken nicht einmal in den mittelgroßen städten habe ich je das sowjetische Gesetzbuch mit den Augen zu sehen in den Händen zu halten mit Geld zu kaufen bekommen ja selbst danach zu fragen gab es keine instanz und hunderten meiner mithäftlinge erging es nicht anders in den vielen jahren der vor untersuchung der ersten zweiten und x gerichtsverhandlung der lagerzeit und der verbannung haben sie ein gedrucktes gesetz kein einziges mal zu gesicht bekommen und erst als die beiden Gesetzbücher die letzten tage ihrer 35 jährigen existenz hinter sich zu bringen in begriffe waren und durch neue ersetzt werden sollten dann erst sah ich sie die broschierten zwillinge das stgb und die stpo auf einem ladentisch in der moskauer metro liegen ausverkauf der künftigen makulatur so konnte ich den staunen darin lesen da heißt es in der stpo paragraf 136 es ist unzulässig aussage oder geständnis durch druck oder drohung vom untersuchungshäftling zu erpressen wie weit blickend und einsichtig paragraf 111 den häftling entlastende oder seine schuld milde umstände dürfen bei der untersuchung nicht außer acht gelassen werden aber ich habe im oktober für die sowjet macht gekämpft ich habe kolschak erschossen ich habe die kulaken gesäubert ich habe dem staat zehn millionen rubel einsparen geholfen ich war im letzten krieg zweimal verwundet ich habe drei orden verliehen bekommen das wird ihnen nicht zur last gelegt grinst die geschichte und fletscht des untersuchungsrichters zähne was sie gutes getan haben gehört nicht zur sache paragraf 139 dem beschuldigten steht das recht zu seine aussage eigenhändig zu verfassen beziehungsweise in das vom untersuchungsrichter erstellte protokoll korrekturen einfügen zu lassen wo hätte man doch die untersuchungshäftlinge zuerst in der gefängniskunde unterwiesen hätte man doch für den anfang eine vernehmung quasi als probe für die echte durchmachen dürfen hat man sich nicht bei den wiederholern des jahres 1948 den ganzen unnützen firlefanz der untersuchung geschenkt aber den erstlingen denen fehlt es an erfahrung und wissen und niemand ist da ihnen rat zu geben die einsamkeit des untersuchungshäftlings auch das eine bedingung für den erfolg der unrechten rechtsermittlung der ganze apparat wird eingesetzt den einsamen bedrängten willen zu zermalmen vom augenblick der verhaftung und bis über die erste schockperiode hinweg sollte der häftling im idealfall allein sein in der zelle im gang auf der treppe beim verhör ist sorge dafür zu tragen dass er keinem artgenossen begegnet und aus niemandes lächeln und niemandes blick zuversicht schöpft oder pures mitgefühl erkennt die organe setzen alles daran ihm die zukunft düster die gegenwart ungewiss erscheinen zu lassen dazu gehört ihnen glauben wiegen dass seine freunde und verwandten längst verhaftet die beweisstücke längst gefunden sind die macht über ihn und die seinen übertreiben das recht ihn zu begnadigen hervorheben welches die organe niemals besaßen ihm die milderung des urteils und des lagerregimes in aussicht stellen wenn er aufrichtig bereut das eine hat mit dem anderen nie etwas zu tun in der kurzen zeitspanne da der gefangene erschüttert erschöpft und unzurechnungsfähig ist ist ein höchstmaß an irreparablen aussagen an ihm herauszupressen möglichst viele völlig unbeteiligte personen in die sache hinein zu ziehen manch einer ist so verzweifelt dass er darum bittet das protokoll gar nicht mehr hören zu müssen wozu die qual bloß unterschreiben zu dürfen und erst dann ganz zuletzt ihn aus der einzelzelle zu den anderen sperren wo er mit später verzweiflung seine fehler entdeckt und nachzählt wie keine fehler machen in diesem zweikampf wer hätte hätte sie nicht gemacht wir sagten im idealfall allein sein in den gedrängten verhältnissen des jahres 1937 ja auch 1945 konnte indes dieses idealprinzip der abschirmung des frisch eingelieferten untersuchungshäftlings nicht voll zur geltung gebracht werden fast von den ersten stunden an geriet der verhaftete in die dicht besiedelte gemeinschaftszelle aber auch vorzüge lagen darin die die mängel aufhoben das übermaß an zellenbelegung konnte nicht nur die enge der einzelbox ersetzen sondern auch als erstklassige folter sich erweisen deren wert dadurch gesteigert wurde dass sie tage und wochen lang dauern konnte ohne die kräfte der untersuchungsrichter in irgendeiner weise zu beanspruchen gefangene wurden ja durch gefangene selbst gefoltert es wurden so viele hineingestopft dass nicht jeder ein stückchen boden zu ergattern vermochte dass menschen über menschen gehen mussten oder auch überhaupt sich nicht rühren konnten einer dem anderen auf den beinen saß so wurden im kichiniewer gefängnis 1945 in einer einzelzelle 18 man zusammen gepfercht in luganzt 1973 15 und Ivanov Rasumnik saß 1938 in einer für 25 mann berechneten standardzelle der butirka mit 140 anderen zusammen die latrinen waren derart überlastet dass die häftlinge nur einmal in 24 stunden zum austreten geführt wurden und manchmal sogar nur bei nacht wie es ähnlich auch mit dem spaziergang war in jenem jahr mussten die eingelieferten nach dem bad und nach der box einige tage lang auf den stufen im treppenhaus sitzen ehe eine partie ins lager abging und eine zelle frei wurde teev hat sieben jahre früher 1931 in der bezirka gesessen er erzählt unter den pritschen lagen sie dicht geschichtet auf dem nackten asfalt ich selbst saß sieben jahre später 1945 es war dasselbe doch vor kurzem erhielt ich von mkb einen wertvollen persönlichen hinweis auf die enge der bezirka im jahre 1918 im oktober im zweiten monat des roten terrors war der platzmangel so groß dass sie sogar in der wäscherei eine frauenzelle für 70 insassen einrichten mussten ja wann hat es denn das überhaupt gegeben dass die bezirka leer stand des gleichen hat er berechnet dass in der lubianka aufnahme im sogenannten hundezwinger wochenlang auf je einen Quadratmeter Boden drei Personen kamen messen sie es nach versuchen sie es auch das beileibe kein wunder ding 1948 war im innen gefängnis von vladimir eine 3x3 meter zelle dauernd mit 30 in stehenden belegt der hundezwinger hatte weder fenster noch eine lüftung von der körper wärme und dem atem stieg die temperatur auf 40 bis 45 grad sie saßen in unterhosen auf ihren warmen wintersachen die nackten leiber aneinander gepresst und bekamen hauteczeme vom fremden schweiß das dauerte wochen es gab keine luft kein wasser außer etwas suckengebräu und tee in der früh wenn dabei der latrinen kübel in der ecke allen arten menschlicher entleerung diente oder umgekehrtes in der zelle zwischen austreten und austreten so ein ding nicht gab wie in manchen sibirischen gefängnissen wenn und dies aufeinandersitzend wenn alle augenblicke wer zum verhört geholt und ein anderer vom verhört zurückgebracht wurde verprügelt schlaflos und zerbrochen wenn der anblick dieser wracks überzeugender war als alle drohungen des untersuchungsrichters und wer seit monaten nicht aufgerufen wurde dem schien jeder tot und jedes lager verlockender als seine eingepferchte lage dann mag dies alles einen durchaus brauchbaren ersatz für die theoretisch ideale einsamkeit abgegeben haben auch in solchen menschengewühl findest du nicht leicht den rechten heraus dich ihm anzuvertrauen und ihn um rat zu bitten auch werden dir folterungen und prügel eher glaubwürdig erscheinen wenn du die leute selbst siehst als wenn dir der untersuchungsrichter nur damit droht von den opfern selber erfährst du dass sie salzeinläufe in den rachen geschüttet bekamen und danach 24 stunden ohne wasser in der box standen dass sie eine mit reibeisen die haut am rücken wundreißen und terpentin drauf gießen der brigadekommandeur rudolf pinzow hat von beidem etwas abbekommen obendrein noch wurden ihm nadeln unter die nägel getrieben obendrein noch wurde er mit wasser voll geschwemmt alles damit er unterschrieb dass er die absicht hatte bei der oktober parade seine panzer brigade gegen die regierung zu wenden von alexandrov aber dem ehemaligen leiter der künstlerischen abteilung der vox der wegen zur seite sinkt und mit mühe die tränen zurück hält kann man erfahren wie abakum 1948 höchst persönlich prügelte jaja der minister für staatssicherheit abakum verabscheut die schwärzeste arbeit nicht er ist nicht zu stolz den gummiknüppel hier und da selber zu schwingen umso freudiger prügelt dann auch sein stellvertreter ryumin sein arbeitsplatz ist die suhanovka das generalszimmer es ist rundherum in nuss getäfelt seiden vorhänge um rahmen fenster und tür ein großer perser teppich dämpft die schritte damit diese pracht keinen schaden nehme wird für den zu prügelnden über den teppich eine schmutzige blutbefleckte matte ausgebreitet während während der exekution assistiert im generalszimmer kein einfacher wächter sondern ein oberst so so beginnt ryumin höflich und fährt zärtlich über den zwei zoll starken gummiknüppel die probe auf die schlaflosigkeit haben sie ehrenvoll bestanden alexander d. lernte es im stehen zu schlafen und diese list half ihm die schlafmater einen monat lang durchzuhalten nun wollen wir es mit dem knüppel versuchen bei uns hält keiner mehr als zwei drei behandlungen aus hose runter und hingelegt auf die matte der oberst setzt sich dem opfer auf den rücken ad nimmt sich vor die schläge zu zählen er weiß noch nicht wie das ist ein schlag auf den ischers nerv wenn die hinterbacken von langem hungern eingefallen sind man spürt es nicht in der schlagstelle es sprengt einem den schädel nach dem ersten schlag verliert das opfer vor schmerz beinahe die besinnung seine nägel verkrallen sich in die matte riumin bemüht sich präzise schläge zu setzen der vollgefressene oberst drückt den liegenden nieder gerade die passende arbeit für drei große sterne auf den achselstücken nach der behandlung kann das opfer nicht gehen getragen wird es selbstredend auch nicht sie schleifen es über den boden bald schwellen die hinterbacken an dass die hose nicht mehr zu knüpfen ist doch striemen bleiben fast keine zurück ein schrecklicher durchfall ist das nächste und auf dem kübel in seiner einzelzelle hockend beginnt d schalen zu lachen eine zweite behandlung steht ihm noch bevor und dann die dritte die haut wird platzen und am ende verliert riumin die beherrschung und beginnt auf den bauch zu schlagen bis die bauchdecke aufbricht und die gedärme aus dem riesigen bruch hervor quellen dann bringen sie den häftling mit peritonitis ins kranken gewirr der butylka und geben für eine weile ihre versuche auf aus ihm den anstand heraus zu prügeln so können sie auch dich zum krüppel foltern als simple altväterliche liebkosung erscheint es einem danach wenn in kishinev der untersuchungsrichter danilov einen priester hochwürden viktor shipowalnikov mit dem schürhaken auf den hinterkopf schlägt und ihn an den zöpfen zerrt der popenlangen haare eignen sich gut dazu die laien haben bärte daran zu zerren sie zu schleifen von einer ecke zur anderen richard achola aber den finnischen rotgardisten der mitgeholfen der niederwerfung des kronenstädter aufstands eine kompanie befehligte den hoben sie mit einer zange an seinem langen schnurrbart hoch abwechselnd je zehn minuten fürs rechte und linke ende und so dass die füße nicht bis zum boden reichten doch das furchtbarste was sie dir antun können ist dies dich rücklings hinlegen ohne Hosen die beine auseinander da setzen sich helfershelfer drauf zwei wackere sergeanten und halten dir noch die arme fest und der untersuchungsrichter auch frauen drücken sich vor solchen diensten nicht pflanzt sich zwischen deinen gegrätschten beinen auf und beginnt ganz langsam mit der spitze seines stiefels ihres schuhs jenes ding zu quetschen das dich einstens zum mann gemacht zuerst sachte dann immer stärker dabei blickt er dir unentwegt in die augen und wiederholt wiederholt seine fragen seine aufforderungen zum verrat so er nicht vor der zeit eine spur zu fest andrückt hast du noch 15 sekunden um aufzuschreien dass du alles zugibst dass du bereit bist alle 20 mann ins gefängnis zu bringen die sie von dir verlangen oder öffentlich zu verleumden was immer dir bis dahin heilig war und es richte dich gott nicht die menschen es gibt keinen ausweg gestehe es geht nicht anders beschwatzen die dich in der zelle eingeschleusten spitze es ist eine einfache rechnung schone deine gesundheit sagen die vernünftigen die zähne gibt dir niemand wieder hörst du von denen die keine mehr haben verurteilt wirst du ohnehin daran ändert dein geständnis nichts mehr resümieren jene die den kerner fast haben wer nicht unterschreibt wird erschossen lässt sich auch noch eine prophetische stimme aus dem hintergrund vernehmen um sich zu rächen um die spuren zu verwischen über die verhöre wenn du beim verhör drauf gehst sagen sie den verwandten lager ohne brieferlaubnis such dich wer bist du von den linientreuen einer dann wird sich ein anderer orthodoxer an dich heranmachen feindselige blicke um sich werfend dass euch kein uneingeweihter belauscht beginnt er aufgeregt auf dich einzuhämmern es ist unsere pflicht die sowjetische untersuchungsbehörde zu unterstützen wir befinden uns mitten im kampf wir sind selbst schuld wir waren zu weichherzig jetzt siehst du erst wie viel Mist im Lande gesüchtet wurde unter der Oberfläche wird ein erbitterter Krieg geführt auch hier um uns herum sind feinde hörst du wie sie reden die partei ist doch nicht jedem einzelnen rechenschaft schuldig warum und wozu wenn sie es verlangen müssen wir unterschreiben und noch ein orthodoxer pirscht sich heran ich habe 35 Mann genannt alle die ich kannte und kann auch ihnen nur raten möglichst viele Namen möglichst viele mit sich reißen dann muss der ganze Unsinn aufliegen und wir gehen alle frei was anderes wollen die Organe gar nicht haben die Einsicht des linientreuen Parteimitglieds fällt mit dem Ziel der NKWD zusammen das ist was die NKWD braucht dieser schillernde Fächer von Namen diese ihre erweiterte Reproduktion es ist die Qualitätsmarke ihrer Arbeit und der Angelpunkt für neue Fänge Komplizen Komplizen Gleichgesinnte die schüttelt sie mit Feuereifer aus jedem heraus es heißt R. Radoff habe Kardinal Richard Jöh als Komplizen genannt was protokollarisch vermerkt wurde und bis zur Rehabilitierungsvernehmung von 1956 niemandem aufgefallen war da wir schon bei den Orthodoxen sind für so eine Säuberung hat es eines Stalins bedurft aber doch auch solch einer Partei die da an der Macht standen waren die Mehrzahl bis zum Augenblick der eigenen Verhaftung mit dem Einsparren anderer unbarmherzig zur Hand willfährig und denselben Instruktionen folgend vernichteten sie ihre Mitmenschen lieferten jeden gestrigen Freund oder Kampfgenossen nach Belieben dem Henker aus und kein prominenter Bolschewik von denen die heute mit dem Nimbus der Märtyrer gekrönt sind hatte es verabseunt sich auch als Henker anderer Bolschewiki zu betätigen davon ganz zu schweigen dass sie allesamt Henker der Parteilosen waren vielleicht hatte das Jahr 1937 eben seinen Sinn darin dass es zeigte wie wenig die ganze Weltanschauung wert war derer sie sich so munter brüsteten als sie daran gingen Russland zu sausen und zu rupfen seine Festen niederzureißen seine Heiligtümer mit Füßen zu treten jenes Russland in dem ihnen selber eine derartige Abrechnung niemals gedroht hatte die Opfer der Bolschewiki in den Jahren von 1918 bis 1936 hatten sich niemals so jämmerlich aufgeführt wie die führenden Bolschewiki als der Sturm gegen sie losbrach wenn man sich die Geschichte der Verhaftungen und Prozesse von 1936 bis 1938 in ihren Einzelheiten vornimmt dann ist es nicht Stalin mit seinen Helfers Helfern der den größten Abscheuen und zerweckt sondern es sind die untertänig widerlichen Angeklagten eklig sind sie in ihrer seelischen Niedrigkeit zumal nach dem früheren Stolz nach der früheren Unversöhnlichkeit Wie also und was was kann dich standhalten lassen der du Schmerzen empfindest und schwach bist und unvorbereitet und voll lebendiger Zuneigung was braucht einer um stärker zu sein als der Verhörende mitsamt seiner ganzen Mausefalle Lass wenn du über die Schwelle des Gefängnisses trittst deine Angst um das vergangene warme Leben zurück Sprich es dir selbst vor das Leben ist zu Ende zu früh zwar was soll's da ist nichts zu machen die Freiheit sehe ich nicht wieder ich werde zugrunde gehen jetzt oder etwas später aber später wird sogar schlimmer sein also lieber jetzt ich besitze nichts mehr die Familie ist für mich gestorben und ich für sie mein körper ist mir von heut an eine überflüssige fremde last einzig meinen geist und mein gewissen will ich bewahren und sie solch ein häftling bringt die untersuchung ins wanken nur der wird siegen der sich von allem los gesagt hat doch wie seinen körper in einen Stein verwandeln nun aus dem pjatjajesz und Kreis haben sie schließlich lauter Marionetten für das Gericht machen können nur aus ihm selber nicht sie haben versucht ihn mit hinein zu ziehen zweimal haben sie ihn verhaftet nachts 1922 zum Verhör mit zers gebracht kam jenner war mit dabei demnach auch kein verächter des ideologischen kampfes mit den mitteln der tschekah doch pjatjajev hat sich nicht erniedrig hat nicht um gnade gefläht hat ihnen unumwunden die religiösen und sittlichen grundsätze dargelegt die es ihm nicht gestatten die in russland errichtete macht zu akzeptieren und am ende wurde er nicht nur für gerichtsuntauglich erkannt sondern freigelassen einen standpunkt habe der mensch ernst dolyarova erinnert sich an eine pritschen nachbarin 1937 in der botyrka eine alte frau sie wurde nacht für nacht verhört zwei jahre zuvor hatte ein aus der verbannung entflohender metropolit bei ihr in moskau übernachtet liegt ein ehemaliger sondern ein echter das stimmt ich hatte die ehre ihn zu empfangen schön und wohin ist er dann aus moskau gefahren ich weiß es aber ich sag's nicht der metropolit hatte sich von einem gläubigen zum anderen weitergereicht nach finnland durchgeschlagen die untersuchungsrichter arbeitenden schichten einzeln und gruppenweise fruchteln mit den fäusten vor den augen der preisen sie aber ließ sich nicht beirren ihr könnt mir nichts anhaben und wenn ihr mich in stücke schneidet ihr zittert ja selbst vor dem chef voreinander habt sogar angst mich alte umzubringen sie ist das schlusslied in der kette ich aber fürchte mich nicht und müsste ich gleich vor meinen herrjot hintreten ihm rät und antwort stehen es hat ja es hat 1937 solche gegeben die vom verhör nicht zurück kam ihre kleiner bündel nicht holten die den tod wählten ehe sie gegen andere unterschrieben die geschichte der russischen revolutionäre hat uns nicht gerade die besten beispiele mutiger standhaftigkeit hinterlassen doch auch hier hinkt der vergleich denn es hatten unsere revolutionäre echte gute verhöre mit 52 kunstgriften niemals zu kosten bekommen wie die fuhrleute zu gegolzt zeiten die geschwindigkeiten der düsenflugzeuge nicht erahnen konnten so kann auch niemand die wahren möglichkeiten der vernehmungsprozedur erfassen der nicht den fleischwolf in der aufnahmekanzlei des gulag passiert hat kapitel 4 die blauen glitzen drinnen im räderwerk des großen nächtlichen etablissements wenn uns die seele zermalmt wird und das fleisch hängt längst in fetzen herab wie von einem landstreicher die lumpen da leiden wir zu sehr da sind wir zu sehr in unsere schmerzen verstrickt als dass uns ein blick ein durchleuchtender und prophetischer für die blassen nächtlichen häscher bliebe die uns durch die marter drehen das randvolle leid macht uns blind was für vorzügliche chronisten wären wir sonst unseren peinigern geworden denn sie selbst werden sich leibhaftig nie beschreiben doch nein es wird sich jeder ehemalige gefangene genau an sein verhör erinnern an die daumenschrauben die sie ihm ansetzten und an den schmutz den sie ihm abpressten doch den untersuchungsrichter den kennt er selten beim Namen geschweige denn dass er sich gedanken über ihn gemacht hätte so wüsste auch ich über jeden meiner zellengenossen interessanteres und mehr zu berichten als über den hauptmann im staatsicherheitsdienst jesepoff dem vis-à-vis ich nicht wenige stunden in seinem zimmer abgesessen habe gemeinsame und sichere erinnerung unser aller ein fauliger tümpel war's ein durch und durch von fäulnis befallener orts heute noch und ohne jede aufwallung von zorn und missmut bewahren wir ihn in unseren durch die jahrzehnte besänftigten herzen diesen sicheren eindruck von niedrigen boshaften ehrlosen und und vielleicht verirrten menschen es ist bekannt dass alexander der zweite derselbe dem die revolutionäre mit vereinten kräften sieben mal nach dem leben trachteten einst das petersburger untersuchungsgefängnis auf der spalernaya den onkel des großen hauses besuchte und sich in der einzelzelle nummero 227 einsperren ließ über eine stunde saß er drin weil er nachempfinden wollte was die leute fühlen die er dort gefangen hielt wer will leugnen dass es für einen monarchen eine sittliche regung war das bedürfnis und der versuch die sache vom geistigen her zu betrachten doch unvorstellbar ist dass ich von unseren untersuchungsrichtern bis hinauf zu abakumov und beria auch nur einer gefunden hätte den die lust überkommen für eine kurze stunde in die streiflingshaut zu schlüpfen darüber in der einzelzelle zu grübeln sie sind von dienst wegen nicht verpflichtet ein bedürfnis nach bildung kultur und tieferen einsichten zu haben so bleiben sie dann ohne sie sind von dienst wegen nicht verpflichtet logisch zu denken so lassen sie es dann auch sein was der dienst von ihnen verlangt ist einzig die präzise erfüllung der direktiven und die gefühllosigkeit gegenüber den leiden und darin sind sie groß das nimmt ihnen keiner wir die wir durch ihre hände gegangen sind wir wittern dumpf ihre sippschaft die bis in die fingerspitzen allgemein menschlicher vorstellungen bar war die untersuchungsrichter die waren doch die letzten an die selbsterfundenen fälle zu glauben sie haben doch nicht allen ernstes amtliche konferenzen ausgenommen einander und sich selbst einreden können dass sie verbrecher entlarven und haben trotzdem protokolle zu unserem Verderb geschrieben fein säuberlich blatt um blatt am ende war's glatt unter welts moral stirb du heute und ich morgen sie verstanden dass die fälle erfunden waren und dienten dennoch fleißig jahr für jahr wie das entweder sie zwangen sich nicht zu denken was an und für sich schon den menschen zerstört meinten einfach es muss sein die für uns instruktionen schreiben können nicht irren doch wenn wir uns recht erinnern haben die nazis nicht anders argumentiert oder es mussten fortschrittliche lehrsätze eine granitfeste ideologie herhalten als sich m luri der direktor des hüttenkombinats von krivoi rock ohne widerstand dazu bewegen ließ die zweite lagerfrist gegen sich selber zu unterschreiben erging erging der darauf höchst gerührte untersuchungsrichter des berüchtigten arotukan der kalimar außenstelle für strafversetzte 1938 nach getanem werk darin dass es auch ihm keine freude bereite einen gewissen einfluss auszuüben trotzdem müssen wir tun was die partei von uns verlangt du bist ein altes parteimit sagt was würdest du an unserer stelle machen und es hat den anschein als stimmte ihm Luri beinahe zu vielleicht hat er auch darum so leicht unterschrieben weil er selbst bereits so dachte klingt doch überzeugend oder doch am häufigsten war es Zynismus die mit den blauen Litzen verstanden sich auf die Hackfleisch bereitung und liebten ihr gewerbe der untersuchungsrichter mironienko in den lagern von Jidinsk 1944 legte dem totgeweihten Babic nicht ohne stolz die rationalität der konstruktion dar untersuchung und gerichtsverhandlungen bilden nur die juristische verbereimung sie können an ihrem schicksal nichts mehr ändern denn dieses ist vorausbestimmt wenn sie erschossen werden sollen dann hilft ihnen die allerreinste unschuld nichts sie werden erschossen hauptsache wir kriegen den mann um den fall sind wir nicht verlegen das war in ihren kreisen ein beliebter witz eine stehende redewendung in unserer sprache hieß es foltern in der jährigen gute arbeit leisten die frau des untersuchungsrichters nikolai gravischenko säuselte beim kleinen hofklatsch mein kolja ist eine tüchtige kraft einer hatte lange nicht gestanden bis sie ihn kolja übergaben der brauchte nur eine nacht und das geständnis war fertig warum haben sie sich alle bloß so wild ins zeug gelegt nicht die wahrheit sondern die ziffern der verarbeiteten und verurteilten zu erzielen weil es so am bequemsten war drinnen zu bleiben im gemeinsamen trott weil diese ziffern ihr ruhiges leben waren ihre gehalts zulagen auszeichnungen beförderungen erweiterung und wohlstand für die organe selbst bei guten ziffern konnte man sich auch mal auf die faule haut legen da und dort ein wenig pfuschen hier und da in der nacht durchsumpfen was sie auch taten niedrige ziffern hingegen führten zur entlassung und degradierung zum verlust besagten futtertrogs denn wie hätte Stalin ihnen glauben können dass er in einem gebiet einer stadt einer armeetruppe plötzlich keine feinde mehr hatte so kam nicht barmherzigkeit sondern betroffenheit und verbitterung in ihnen auf wenn sie an einen aufsässigen häftling gerieten der sich nicht zur ziffer fügen wollte nicht durch schlaflosigkeit karzer und hunger klein zu kriegen war mit seinem leugnen schadete er der persönlichen position des untersuchungsrichters geradezu als möchte er ihn den richter selbst aus dem sattel heben und da war dann jedes mittel recht à la guerre komm à la guerre Mund auf Schlauch rein da hast du dein Salzwasser Art der Tätigkeit und getroffene Lebenswahl versperrten den Dienern des blauen Etablissements den Zugang zu den oberen Sphären des menschlichen Daseins darum lebten sie mit umso größerer Gier und Maßlosigkeit in jenen untersten all wo sie sich den stärksten dort waltenden Instinkten ergaben die da sind außer dem Hunger und dem Geschlecht der Instinkt der Macht und der Instinkt des Gewinns besonders der Macht in unseren Jahrzehnten hat sie sich dem Geld überlegen gezeigt das dass die Macht gift ist ist seit Jahrtausenden bekannt hätte doch nie jemand materielle Gewalt über einen anderen gewonnen aber es ist für einen Menschen der an etwas Höheres glaubt und sich darum seiner Begrenztheit bewusst ist die Macht noch nicht tödlich für Menschen ohne höhere Sphäre ist die Macht wie Leichengift für sie gibt's bei Ansteckung keine Rettung was reizvoll berauschend es ist ein Rausch für wahr du bist noch jung du bist in Klammern sei es gesagt noch eine Rotznase und deine Eltern hatten sich es ist gar nicht lange her die größten Sorgen gemacht wo dich überhaupt unterbringen denn du Tölpel wolltest nichts lernen da kamst du für drei Jahre in jene Lehranstalt und sie wie hoch es dich hinaufgetragen hat wie du hinab blicken kannst von deinem heutigen Stand und wie sich deine Bewegungen verändert haben dein Blick die Haltung deines Kopfes da tagt der wissenschaftliche Rat einer Hochschule sie wie sie alle aufmerken zusammenschrecken sogar wenn du eintrittst du kümmerst dich nicht um einen präsidialen Platz dort möge der Rektor sich breit machen du setzt dich am Rande hin und doch wissen alle wer hier den Ton angibt du die Spezialabteilung du kannst fünf Minuten bleiben und fortgehen darin liegt dein Vorteil gegenüber den Professoren auf dich mag wichtigeres warten doch dann später wirst du über ihre Resolution die Stirn runzeln oder besser den Mund verziehen und zum Rektor sagen es geht nicht da gibt es bestimmte Überlegungen nicht mehr und es wird nicht gehen oder aber du bist vom Smerch einer vom Sonderkommando ein kleiner Leutnant aber der alte beleibte Truppenkommandeur im Rang eines Obersten springt auf wenn du ins Zimmer trittst er schmeichelt dir und liebedienert und wird mit seinem Stabschef keinen Wodka trinken ohne dich eingeladen zu haben es macht nichts dass du bloß zwei kleine Sternchen hast das ist sogar spaßig denn deine zwei Sternchen werden mit anderen Gewichten gewogen und nach anderer Skala gemessen als die der gewöhnlichen Offiziere und es ist euch klar gestattet bei Sonderaufträgen Majors Achselklappen anzustecken als Fiktion quasi als Pseudonym alle Menschen dieser Armeetruppe oder dieses Betriebes oder dieses Bezirks stehen in deiner Gewalt Deine Macht über sie unvergleichlich stärker als jene des Kommandeurs des Direktors des Bezirks Sekretärs jene verfügen über den Dienst der Leute über ihr Gehalt und den guten Namen du aber über ihre Freiheit und niemand wird es wagen bei einer Versammlung über dich zu sprechen niemand über dich in der Zeitung zu schreiben nicht nur Schlechtes nein auch Gutes über dich zu schreiben ist verboten Du darfst eine behütete Gottheit noch nicht einmal erwähnt werden Du bist für alles spürbar und zugegen und gleichsam auch wie nicht existent und darum stehst du über der sichtbaren Macht von dem Augenblick an da du den Haupt mit der himmelblauen Mütze gekrönt hast was du tust untersteht niemandes Kontrolle alle anderen haben sich deiner Aufsicht zu unterwerfen darum ist es ratsam den einfachen sogenannten Bürgern gegenüber die für dich einfach Holzklötze sind einen rätselhaften tiefsinnigen Ausdruck aufzusetzen denn dir allein sind die besonderen Überlegungen bekannt niemand umsonst und darum hast du immer recht in einem Punkt nur darfst du dich nie vergessen auch du wärst derselbe Holzklotz geblieben wenn nicht das Glück dir widerfahren wäre ein Körnchen von den Organen zu werden von diesem wendigen kompakten lebendigen Wesen das im Staate lebt wie ein Bandwurm im Menschen und alles ist jetzt dein alles für dich bleib nur treu verrate die Organe nicht man wird sich stets für dich einsetzen und dir jeden Widersacher zu verschlingen helfen und jedes Hindernis aus dem Weg räumen bleib nur treu verrate die Organe nicht mach alles wie befohlen auch den rechten Platz werden sie für dich aussuchen die von dir allein wird es dann abhängen dass die Untersuchung so geruhsam wie möglich von statten geht dabei der Arbeitsaufwand möglichst niedrig und der abfallende Gewinn möglichst lukrativ bleibt und du auch sonst wie nicht um dein Vergnügen kommst da sitzt du also brav und plötzlich heureka fällt dir eine neue Methode der Einflussnahme ein rasch ans Telefon die Freunde verständigt rasch von einem zum anderen die Nachricht gebracht ach welch ein Spaß probieren wir es doch bisschen sich wehren würde ich mag starke Gegner es tut wohl ihnen das Rückgrat zu brechen wenn aber einer so stark ist dass er durchaus nicht aufgeben will all deine Methoden zunichte macht du bist wütend tu dir ja keinen Zwang an es ist ein enormer Genuss ein Höhenflug deiner Wut freien Lautschlitz zu lassen außer Rand und Bann zu geraten wo dich keiner aufhält Brust heraus und rette sich wer kann das ist genau der Zustand in dem man dem verfluchten Häftling in den Mund spuckt sein Gesicht in den vollen Spucknack drückt genau der Zustand ist in dem man Priester an den Haaren zerrt und dem Mann auf den Knien ins Gesicht pisst nach der Raserei fühlst du dich als echter Mann oder du verhörst ein Mädchen wegen Ausländer Freundschaft Mutterflüche auf sie los fragst sie beiläufig was denn haben die Amerikaner gar einen geschliffenen hast du vielleicht von den russischen nicht genug gehabt da kommt dir jäh eine Erleuchtung die muss doch von den Ausländern dies und jenes gelernt haben lass dir das Jahr nicht entgehen das ist wie eine Dienstreise ins Ausland und so beginnst du die hoch not peinliche Befragung wie in welchen Stellungen und weiter genauer jede Kleinigkeit da lernst du viel und kannst den Kumpel noch was abgeben hochrot ist das Mädel und in Tränen aufgelöst gehört das denn zur Sache gewiss doch erzähl und sie das ist deine Macht sie erzählt dir alles genau zeichnet es dir auf wenn du willst zeigst dir auch vor sie hat keinen Ausweg in deinen Händen liegt ihr Katzer und ihre Frist du lässt dir fürs Protokoll eine Stenotypistin kommen und die ist hübsch verlier also keine Zeit und greif hinein in ihre Bluse wegen des anwesenden Durchleins brauchst du dich nicht zu schämen ist ja kein Mensch ein Häftling vor wem überhaupt sollst du dich genieren wenn du die Weiber magst und wer mag sie nicht den einen wird deine Kraft imponieren die anderen werden aus Angst nachgeben ist dir ein Mädel über den Weg gelaufen merkt dir bloß den Namen und sie gehört dir wohin soll sie denn hast du am Weib eines anderen gefallen gefunden sie ist dein denn den Gatten aus der Welt zu schaffen kostet dich keine Mühe nein man muss erlebt haben was es bedeutet blau bemützt zu sein jedes die du dir aus besucht ist dein jedes Weib packt nur zu jeder Feind aus dem Weg die Erde unter deinen Füßen gehört dir der Himmel über dir ist dein strahlendes Himmel blau die Gewinnsucht schließlich ist ihrer aller Passion ja wie denn solche Macht und solche Unkontrolliertheit ungenützt lassen dazu müsste man wahrlich ein Heiliger sein Wenn es uns gegeben wäre die Beweggründe der einzelnen Verhaftungen gerade heraus zu erfahren würden wir staunend erkennen dass bei gleichbleibenden Ausgangspositionen der Verhaftung die konkrete Wahl des Wehen das persönliche Los in drei Vierteln der Fälle von menschlicher Hab und Rachgier abhing und die Hälfte jener Fälle wiederum von den gewinnsüchtigen Gelüsten der örtlichen NKBD den Staatsanwalt wollen wir natürlich nicht ausklammern Die Überlegungen und Handlungen der Blaubemützten sind bisweilen so kleinlich dass du aus dem Staunen nicht herauskommst Der Einsatzbevollmächtigte Senchenko nahm einem verhafteten Armee-Offizier die Kartenmappe und die Feldtasche ab und hängte sie sich vor dessen Augen sogleich selber um Einem anderen Gefangenen stahl er mit Hilfe eines protokollarischen Tricks seine ausländischen Handschuhe Beim Vormarsch war es ihnen ein besonderer Dorn dass sie nicht als erste an die Beute kamen Der Abwehrmann von der 48. Armee der mich verhaftete war auf meinen Zigarettenetui erpicht das richtiger gesagt gar kein Etui war sondern nur eine Schachtel aus einem deutschen Büro von einem höchstverlockenden Scharlach Rot allerdings Wegen dieser Spielsache leitete er ein spezielles dienstliches Manöver ein Zuerst ließ er aus dem Protokoll heraus Was ich hatte das können sie behalten Dann gab er Befehl mich nochmals zu untersuchen obwohl er genau wusste dass ich nichts mehr in den Taschen hatte Achso wegnehmen und damit ich nicht protestierte in den Karzer mit ihm Welcher zaristische Gendarme hätte es gewagt mit einem im Feld stehenden Offizier derart umzuspringen Jeder Untersuchungsrichter bekam eine bestimmte Anzahl von Zigaretten zugeteilt für die Ermutigung der Geständigen und der Spitzel Es gab welche die die Zigaretten alle in die eigene Tasche steckten Sie schummelten sogar bei den Verhörstunden bei den nächtlichen für die sie gesondert bezahlt wurden Wir bemerkten dass sie in den Protokollen die Zeit von und bis aufrundeten Bei der Haussuchung in der Wohnung des freiwillig verpflichteten Korsuchin stahl der Untersuchungsrichter Fyodorov Station Reschetti Feldpost 235 eigenhändig eine Armbanduhr Während der Leningrader Blockade befahl der Untersuchungsrichter Nikolai Fyodorovic Kluschkov der Frau seines Untersuchungshäftlings K.I. Strachowic Elisaveta Viktorov Nastrachowic eine Daunendecke zu bringen Ich brauche sie Sie erwiderte dass das Zimmer in dem die warmen Sachen lagen versiegelt sei also fuhr er mit ihr nach Hause ohne das Geheimdienst Siegel zu beschädigen schraubte er die Türklänge ab Das ist GB-Arbeit erläuterte er fröhlich und begann die warmen Sachen herauszuschleppen stopfte sich noch Kristall in die Taschen Elisaveta Viktorovna holte sich ihrerseits so viel sie konnte von ihrer Habe genug gerafft ermahnte er sie und raffte selber weiter Ähnliche Fälle sind ohne Zahl 1000 Weißbücher beginnend mit 1918 versteht sich würde das ergeben es genügte die früheren Gefangenen und ihre Frauen systematisch zu befragen vielleicht gab es auch blaube Mütze die niemals gestohlen nichts sich angeeignet hatten doch für mich ist solch ein blauer entschieden unvorstellbar ich verstehe es einfach nicht was hätte ihn bei seiner Gesinnung davon abhalten sollen vorausgesetzt dass ihm das Ding gefiel schon zu Beginn der 30er Jahre als wir die Jungsturmblusen trugen und am ersten Fünfjahres Plan werkten sie aber ihre Abende in aristokratisch westlichem Stil in den Salons der Concordia Josse und ihresgleichen verbrachten stolzierten ihre Damen in ausländischen Kreationen umher woher hatten sie die aber halten wir es lieber mit der Volksweisheit sprichst du wieder den Wolf sprich auch über den Wolf diese Wolfsbrot woher kommt sie in unserem Volke ist sie nicht von unserem Stamm nicht von unserem Blut doch um also die weißen Ornate der Gerechten nicht allzu eifrig zu schrubben möge jeder sich fragen was wenn mein Leben sich anders gewendet hätte wäre nicht aus mir ein gleicher Henker geworden ist es ist eine grausige frage so man ehrlich darauf antworten will ich erinnere mich an mein drittes jahre an der universität es war herbst 1938 wir jungen vom konsumol wurden ins bezirkskomitee vorgeladen zum ersten mal zum zweiten fragebögen seien auszufillen nach unserer einwilligung fragte man nicht viel denn lange genug hätten wir die schulbank gedrückt es rufe uns nun die heimat von der chemie und physik weg in die schulen der nkbd das ist doch immer so dass nicht irgendwer es so haben will sondern die heimat in eigener person für die zu denken und zu sprechen sich stets eine amtsperson findet im jahr zuvor hatte das konsumol bezirkskomitee für die luftwaffenschulen geworben und auch damals um das angefangene studium allerdings nicht so standhaft wie dieses mal ein viertel jahrhundert später könnte man meinen naja ihr habt begriffen was an verhaftungen um euch brodelt was an torturen in den gefängnissen praktiziert wird in welchen sumpf man euch zerren will nein die gefängniswagen die schwarzen raben die fuhren noch bei nacht und wir gehörten zu der bei tageslicht fahnenschwenkenden schar woher hätten wir über die verhaftung wissen und warum darüber nachdenken sollen dass alle honorationen des gebietes abgesetzt abgelöst wurden es war uns entschieden gleichgültig dass zwei drei professoren eingesperrt wurden na und sind wir mit ihnen tanzen gegangen die prüfungen würden nur noch leichter werden wir die zwanzig jährigen marschierten in der kolonne der oktober geborenen und als oktober geborene erwartete uns die allerlichteste zukunft leicht lässt sich nicht umreißen jenes durch keine beweisgründe zu belegen der etwas das uns davon abhielt in die schulen der nkwd zu gehen die vorlesungen über historischen materialismus hätten uns eines gänzlich anderen belehren müssen klar ergab sich daraus dass der kampf gegen den inneren feind ein heißer krieg eine ehrenvolle aufgabe sei es widersprach auch unserem praktischen vorteil die provinz stadt universität hatte uns zu jener zeit nicht mehr zu bieten als einem kümmerlich bezahlten lehrerposten in einem gottverlassenen landkreis die nkwd schulen lockten mit üppigen naturalien und doppelten bis dreifachen gehalt was wir empfanden hatte keine worte und wenn so hätten wir sie aus angsteinander nicht anvertrauen können irgendwo nicht im kopf in der brust saß der widerstand von allen seiten könne sie auf dich einreden du musst und dein eigener kopf ruft im kor du musst bloß die brust sträubt sich ich will nicht es stinkt ohne mich wie ihr wollt aber ich bleibe draußen nichtsdestoweniger ließ sich mancher von uns damals anwerben ich glaube sie hätten nur sehr stark zuziehen müssen um uns andere auch zu brechen so will ich mir also ausmalen wenn ich zu kriegsbeginn schon ein paar würfel am kragenspiegel gehabt hätte was wäre dann aus mir geworden man könnte sich heute freilich darin wiegen dass mein gemüt es nicht ertragen hätte ich hätte den mund nicht gehalten und wäre mit krach davongegangen als ich aber auf den gefängnis britschen lag da begann ich meine tatsächliche offizierslaufbahn zu überdenken und es graute mir und als mir die smärschleute beim brigadekommandeur damals diese verfluchten achselstücke samt dem koppel herunterrissen und mich vor sich hinschoben zu ihrem auto da war ich angesichts dieses trümmerhaufens meines daseins auch noch dadurch zutiefst betroffen dass ich nun in solch degradiertem zustand durchs zimmer der telefonisten gehen sollte oh schreck dass mich gemeine in diesem aufzug sahen hier angelangt möchte das buch wieder schließen wer in ihm politische entlarvungen und anklagen zu finden erwartete wenn es nur so einfach wäre dass irgendwo schwarze menschen mit schwarzer absicht schwarze werke vollbringen und es nur darauf ankäme sie unter den übrigen zu erkennen und zu vernichten aber der strich der das gute vom bösen trennt durchkreuzt das herz eines jeden menschen und wer mag von seinem herzen ein stück vernichten während der lebensdauer eines herzens bleibt dieser strich nicht unbeweglich bedrängt einmal von frohlockenden bösen gibt er dann wieder dem aufkeimenden guten freien raum ein neues lebensalter eine neue lebenslage und ein und derselbe mensch wird ein sehr anderer einmal dem teufel näher und dann auch wieder einem heiligen der name ja der bleibt und ihm wird alles zugeschrieben solches war sokrates vermächtnis erkenne dich selbst vor der grube also in die wir eben unsere beleidiger haben stoßen wollen halten wir wie vor den kopf geschlagen inne das hat sich doch ehrlich bloß so ergeben dass wir nicht die henker waren sondern sie vom guten zum bösen ist ein windstoß weit sagt unser sprichwort demnach auch vom bösen zum guten als eben erst in der gesellschaft die erinnerung an jene gesetzwidrigkeiten und folterungen aufwogte begann man uns auch schon von allen seiten zu erläutern zu schreiben zu entgegnen dort in allen gb hat es auch gute gegeben in Kishinev wurde Shippowalnikov einen Monat vor seiner Verhaftung von einem jungen Sicherheitsleutnant aufgesucht fahren sie fort schnell man will sie verhaften ob aus eigenen Stücken ob die Mutter ihn geschickt den Priester zu retten nach der Verhaftung fiel es ihm auch noch zu Vater Victor persönlich zu eskortieren das betrübt ihn echt warum sind sie nicht fort als verha von ihrem untersuchungsrichter goldmann der paragraf 206 zur unterschrift vorgelegt wurde witterte sie ihre rechte und machte sich daran das ganze dossier aller 17 mitglieder ihrer religiösen gruppen genauestens zu studieren goldmann sah rot musste sich aber fügen auf das ihm also mit ihr die zeit nicht lang wurde führte er sie in ein großes büro wo ein gutes dutzend verschiedener angestellter herumsaßen und ging fort zuerst las cornea war in akten dann kam unvermutet ein gespräch im gang aus langer weile wohl von seiten der angestellten und am ende hielt ihnen vera cornea war eine echte religiöse predigt man muss sie zudem kennen ein leuchtender mensch ist sie mit einem lebendigen verstand und einer freien art zu reden obwohl sie draußen nicht mehr war als schlosser pferdemark und hausfrau gebannt hörte man ihr zu hier und da sie durch eine klärende frage unterbrechend es war dies alles für die leute sehr neu vorgebracht das zimmer füllte sich von nebenan kam welche hinzu gewiss es waren nicht untersuchungsrichter sondern stehen die typistinnen 46 schwer ist veras monolog jetzt zu rekonstruieren vielerlei vermochte sie ihnen noch zu sagen über die vaterlands verräter warum hatte es 1812 im damaligen krieg keine gegeben unter der leibeigenschaft wohlgemerkt was natürlicher als sie damals zu vermuten am meisten aber sprach sie über den glauben und die gläubigen früher sagte sie ihnen habt ihr alles auf die entfesselte leidenschaft gesetzt plündert das geplünderte und die gläubigen standen auch dabei klarerweise im weg heute aber wo ihr bauen wollt und in dieser welt in seligkeit schwimmen was habt ihr da von der verfolgung der besten eurer bürger ist nicht für euch das aller wertvollste material denn der gläubige braucht keine kontrolle der stiehlt nicht und ist aus eigenem antrieb zum arbeiten bereit ihr aber wollt eine gerechte Gesellschaft auf neidern und faulenzern begründen darum zerbröckelt euch alles unter den händen warum müsst ihr den besten in die seele treten gebt der kirche die echte lostrennung lasst sie in ruhe und es wird euer vorteil sein ihr seid materialisten dann vertraut doch auf den aufschwung der bildung wenn ihr meint dass ihr den glauben aufhebt wozu verhaften da trat goldmann ins zimmer und fuhr sie an zu schweigen alles wandte sich gegen ihn halt doch den mund sei still endlich sprich nur weib sprich wie denn sie nennen bürgerin genossen das war verboten in konventionen verstrickt weib da gehst du nicht fehl wenn du es jesus nachsprichst und vera fuhr fort in anwesenheit ihres untersuchungsrichters nun diese zuhörer von vera kornejewas predigt in einem büro des staatsicherheitsdienstes woher kam es dass ihnen das wort der törichten gefangenen so lebendig zuflog warum hat es ihnen seit bald zweinhalb jahren nunmehr gerade die farbe des himmels angetan zu lermontovs zeiten waren es die o ihr blauen uniformen später die blauen mützen die blauen achselklappen die blauen kragenspiegel man hieß sie möglichst unauffällig zu sein die blauen felder flohen den dank des volkes zogen sich auf haupt und schultern zu kanten und schmalen litzen zusammen und blieben himmelblau trotz alledem ob es nur maskerade ist ob nicht vielmehr jede schwärze sich bisweilen am himmel läutern muss schön wäre der gedanke bis du erfährst in welcher form beispielsweise jagoda dem heiligen anhäng ein augenzeuge aus der gefolgschaft gorkis der damals jagoda nahe stand berichtet in jagodas landgut bei moskau waren im vorraum zum badehaus ikonen aufgestellt eigens dazu damit jagoda mit konsorten nackend aus pistolen darauf schießen konnte bevor er sich zum aufguss begab wie ist das zu verstehen ein bösewicht was ist das gibt es das überhaupt näher käme uns zu sagen dass es ihn nicht geben kann dass es ihn nicht gibt märchen dürfen bösewichter zeichnen für kinder der einfachheit des bildes halber und wenn uns die große weltliteratur der vergangenen jahrhunderte mit shakespeares und schillers und dickens vereinten Kräften pech schwarze bösewichter auf die beine stellt dann sieht es für uns schon fast possenhaft aus und leicht befremdlich für das moderne empfinden und schließlich die hauptsache wie sind die bösewichter gezeichnet ihre bösewichter verstehen sich durchaus selbst als bösewichter und wissen um die schwärze ihrer Seele daraus folgt der klare schluss ich kann nicht leben ohne böses zu tun lasst mich mal den vater auf den bruder hetzen lasst mich an den leiden des opfers mich weiden jago nennt seine ziele und beweggründe ohne umschweife schwarz in hass geboren nein das gibt es nicht nicht so um böses zu tun muss der mensch es zuallererst als gutes begreifen oder als bewusste gesetzmäßige tat so ist zum glück die natur des menschen beschaffen dass er für seine handlungen eine rechtfertigung suchen muss macbeths rechtfertigungen waren schwach und es zernagte ihn sein gewissen und auch jago ist ein lamm die fantasie und geisteskraft der shakespearschen bösewichter machte bei einem dutzend leichen hall denn es fehlte ihnen die ideologie die ideologie sie ist es die der bösen tat die gesuchte rechtfertigung und dem böse wicht die nötige zähe härte gibt jene gesellschaftliche theorie die ihm hilft seine taten vor sich und vor den anderen rein zu waschen nicht vorwürfe zu hören nicht verwünschungen sondern huldigungen und lob so stärkten sich die inquisitoren am christentum die eroberer an der erhöhung der heimat die kolonisatoren an der zivilisation die nationalsozialisten an der rasse die jakobiner die früheren und die späteren an der gleichheit an der brüderlichkeit und am glück der künftigen generationen dank der ideologie wie war es dem zwanzigsten jahrhundert beschieden die millionenfache untat zu erleiden sie ist nicht zu leugnen nicht zu umgehen nicht zu verschweigen und doch wollen wir es wagen darauf zu bestehen dass es bösewichter nicht gibt wer hat denn diese millionen vernichtet ohne bösewichter gäbe es auch keinen archipel ein gerücht kam auf so um 1918 bis 20 dass die petrograder tscheka und die von odessa angeblich nicht alle verurteilten erschossen sondern einen teil lebendigen leibes an die tiere der städtischen tierparks verfütterten ich weiß nicht ob es wahr ist oder üble nachrede und wenn es stimmt dann wie oft doch ich würde gar nicht nach beweisen suchen wie das so bei den blauen litzen brauch ist würde ich es ihnen überlassen das gegenteil zu beweisen woher auch inmitten der damaligen hungersnot futter für die tiergarten auftreiben der arbeiterklasse wegnehmen wenn diese feinde ohne dies sterben mussten warum sollten sie nicht durch ihren tod der aufrechterhaltung des tierbestandes in der republik nützen und damit unseren sprung in die zukunft fördern das wäre doch zweckmäßig oder dies ist die linie die shakespeares bösewicht nicht übertreten kann der bösewicht mit ideologie schreitet darüber hinweg und seine augen bleiben klar die physik kennt schwellenwerte und erscheinungen erscheinungen sind es die es gar nicht gibt solange nicht eine bestimmte der natur bekannte von der natur schiffrierte schwelle übertreten ist mit gelbem licht kannst du zinkzulfid solange du willst bestrahlen es gibt keine elektronen ab aber es braucht nur einen schimmer von blau und die elektronen sind gelöst die schwelle des photo effekts ist überschritten du kannst sauerstoff abkühlen bis auf 100 grad und tiefer ihn unter beliebigen druck setzen das gas bleibt gas und gibt seinen widerstand flüssigkeit zu werden erst bei 180 auf und so will es den anschein haben als wäre ein schwellenwert auch die böse die verbrecherische untat ja es wankt und zaudert der mensch sein leben lang zwischen gut und böse rutscht aus rutscht ab klettert hoch bereut und wird wieder finsterer doch solange die schwelle der gräueltat nicht überschritten ist liegt die rückkehr in seiner hand ist er selber noch von unserer hoffnung erfassbar sobald er aber durch die dichte seiner vergehen oder den grad ihrer verderbtheit oder die absolutheit der macht über die schwelle hinausgeht hat er die menschheit verlassen vielleicht unwiederbringlich die vorstellung von der gerechtigkeit setzt sich bei den menschen von alters her aus zwei hälften zusammen die tugend triumphiert das laster wird bestraft wir hatten das glück die zeit zu erleben da die tugend zwar nicht triumphiert aber doch auch nicht immer mit hunden gehetzt wird die tugend die geschundene sieche darf eintreten heute in ihrem bettelkleid in einem winkel hocken bloß nicht aufmucken doch wehe dem der über das laster ein wort verliert ja die tugend wurde mit füßen getreten aber das laster war nicht dabei ja Millionen einige mehrere wurden in den abgrund gefegt aber schuld daran war niemand und jeder bängliche anlauf was ist aber mit denen die stößt allseits auf vorwurf fürs erste noch wohlwollend was was denn genosse wozu die alten wunden aufreißen später auch mit erhobenem holzhammer kusch ihr überleber das hat man von der rehabilitiererei und dann hört man aus westdeutschland dass dort bis 1966 86.000 naziverbrecher verurteilt wurden und wir trumpfen auf wir geizen nicht mit zeitungsspalten und höfunkstunden wir brennen darauf auch noch nach der arbeit zu einer kundgebung zu eilen und zu fordern wie ein man auch 86.000 sind zu wenig auch 20 jahre sind zu wenig weitermachen bei uns aber stand nach berichten des militärkollegiums beim obersten gericht ein knappes dutzend vor gericht was hinter der oder und hinter dem rein geschieht das bekümmert uns sehr aber das hiesige hinter den grünen zäunen bei moskau und bei sochi aber das hiesige dass die mörder unserer männer und väter auf unseren straßen fahren und wir ihnen den weg freigeben das kümmert uns nicht das rührt uns nicht an das heißt im vergangenen wühlen will man indessen die 86.000 aus westdeutschland auf unsere relationen übertragen dann ergäbe dies für unser land eine viertel jahrhundert haben wir niemanden von ihnen gefunden haben niemanden von ihnen vors gericht zitiert haben angst ihre wunden aufzureißen und als symbol ihrer aller wohnt in der granowski straße 3 der selbst gefällige bornierte von kopf bis fuß von unserem blut durchdrängte molotow und wandert gemessenen schritts bis heute von nichts überzeugt zu der am straßenrand wartenden luxuslimousine ein Rätsel ist nicht für unsere zeitgenossen zu lösen weswegen ist es deutschland gegeben seine mörder zu strafen und russland nicht welcher verhängnisvolle weg steht uns bevor wenn es uns nicht gegeben ist die giftige vollnis aus unserem leben zu schneiden was soll dann die welt von russland lernen in den deutschen gerichtsprozessen geschieht dann und wann etwas wunderbares der angeklagte fasst sich an den kopf schlägt die verteidigung aus und will das gericht um nichts mehr bitten der reigen seiner verbrechen den sie aus der vergangenheit herbeizitiert und ihm vom neuen vorgeführt haben erfülle ihn mit abscheu sagt er und darum wolle er nicht länger leben es es ist das höchste was das gericht erreichen kann wenn das laster so gründlich verurteilt ist dass auch der verbrecher davor zurückschreckt ein land das das laster 86.000 mal durch seine richter verurteilen ließ und das in der literatur und unter der jugend endgültig verurteilt hat wird jahr um jahr stufe um stufe von ihm gereinigt und was bleibt uns irgendwann werden unsere nachfahren manche aus unserer generation als generation von schlappschwänzen bezeichnen zuerst ließen wir uns wie lämmer zu millionen misshandeln dann hegten und pflegten wir die mörder bis in ihr glückliches alter was tun wenn für sie die große tradition des russischen büßens unverständlich und lächerlich ist was tun wenn die tierische angst auch nur ein hundertstel von dem erdulden zu müssen was die anderen angetan in ihnen jeden hand zur gerechtigkeit überwiegt wenn sie gierig die süßen früchte ernten die aus dem blut der gefallenen aufgegangen sind natürlich natürlich sind sie die am fleischwolf kurbelten zumindest im jahre 37 heute nicht mehr die jüngsten sie stehen zwischen 50 und 80 und haben ihre besten jahre sorglos satt und durchaus komfortabel gelebt jede gleiche vergeltung kommt zu spät kann an ihnen nicht mehr vollzogen werden wir wollen ja auch großmütig sein wir werden sie nicht erschießen wir werden sie nicht mit salzwasser vollschwemmen nicht mit wanzen bestreuen nicht zur liege waage aufzäumen nicht schlaflos sie eine woche lang stramm stehen lassen weder mit stiefeln sie treten noch mit knüppeln sie prügeln noch mit eisenringen ihren schädel quetschen auch nicht wie post säcke sie in eine zelle schichten einen über den anderen nichts von dem was sie getan aber wir sind in unserem Land und so sehr sie zu richten als vielmehr ihre verbrechen zu erreichen dass es jeder von ihnen zumindest laut ausspricht ja ich bin ein mörder und henker gewesen und wenn dieses in unserem Land nur zu einer viertel million von malen gesagt worden wäre vielleicht hätte es schon gereicht unmöglich ist es doch im 20. jahrhundert nicht zu unterscheiden zwischen der gerichtlich zu ahnenden Bestialität und jenem Vergangenen das wir nicht aufrühren sollen wir müssen klar und vernehmlich schon die idee allein verurteilen die die willkür der einen gegen die anderen rechtfertigt indem wir über das laster schweigen und es nur tiefer in den körper treiben damit kein zipfelchen herausragt säen wir es und morgen geht es tausendfach auf nicht einfach darum geht es dass wir das nichtige alter der henker behüten indem wir sie nicht strafen nicht einmal tadeln wir berauben damit die neuen generationen jeder grundlage der gerechtigkeit darum sind sie so gleichgültig geraten nicht der erziehungsschwächen wegen die jungen merken sich dass die niedertracht auf erden niemand bestraft wird indes immer zum wohlstand führt und wie unbehaglich wie unheimlich wird es sein in einem solchen land zu leben kapitel 5 erste zelle erste liebe wie das wie reimt sich das zusammen zelle und liebe vielleicht so sie haben dich während der leningrader blockade ins große haus gesteckt dann ist zu verstehen du bist nur darum noch am leben weil du hineingeriet ist es war der beste ort in leningrad nicht für die untersuchungsrichter nur die dort auch wohnten auch arbeitszimmer in den kellern hatten für den fall dass von drüben geschossen wurde ohne spaß in leningrad hat sich damals niemand gewaschen die gesichter waren schwarz überkrustet aber im großen haus wurden die gefangenen an jedem zehnten tag unter die heiße dusche geführt ja zugegeben geheizt wurde nur in den gängen für die aufseher nicht in den zellen aber es funktionierte in den zellen noch die wasserleitung und der abtritt wo gab's denn sowas sonst in leningrad und die brotration war wie draußen 125 gramm dazu bekamst du aber noch einmal am tag einen pferdesud vom schlachtvieh und einen schlag grütze obendrein neidisch war die katz aufs hundeleben und der karzer sich niedersetzen und mit geschlossenen augen alle zellen revue passieren lassen in denen du deine zeit abgesessen gar nicht leicht sie zu zählen und in jeder menschen menschen in mancher zwei mann in anderen ein gutes hundert hier saßtest du bloß fünf minuten dort einen ganzen sommer lang doch von den vielen hältst du eine in besonderen ehren die erste zelle in der du deines gleichen getroffen hast menschen mit gleich hoffnungslosem schicksal so alt du auch werden magst bei der erinnerung an sie wird dich die gleiche rührung überkommen wie vielleicht nur noch bei der erinnerung an deine erste liebe und der menschen die mit dir den boden und die luft des steinernen würfels teilten damals 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 du dein leben ganz von vorn überdacht ist dieser menschen wirst du dich auch später einmal als deiner nächsten an verwandten erinnern damals du hattest ja keine familie außer ihnen in deinem ganzen leben vorher und in deinem ganzen leben nachher gibt es nichts was dem in der ersten zelle erlebten gliche mögen die gefängnisse jahrtausende vor dir gestanden haben und noch eine weile nach dir stehen bleiben ich möchte hoffen für eine kürzere dauer einzig und unwiederholbar bleibt jene zelle keine andere in der du die untersuchungshaft durchgemacht hast vielleicht war sie das furchtbarste was man sich für ein menschliches wesen denken kann ein lausiges verwandstes Loch ohne Fenster ohne Belüftung ohne Pritschen der Boden verdreckt das Loch heißt KPS beim Dorf sowjet bei der Miliz in der Eisenbahn station oder einem Hafen die Einzelzelle des Gefängnisses in Achangelsk wo die Fenster mit Männige überpinselt sind damit Gottes misshandeltes Licht nur noch blutrot hereindringt und eine 15 Watt Birne ewig von der Decke herunter leuchtet oder die Einzelzelle in der Stadt Tscheu Walsan wo ihr auf sechs Quadratmetern monatelang zu 14 fest aneinander gepresst saßet und die angezogenen Beine auf Kommando wechseltet oder eine der psychischen Zellen von Lefortovo die 111 zum Beispiel die rundum schwarz gestrichen war und oben brannte von früh bis früh diesmal eine 25 Watt Lampe das übrige war wie sonst in Lefortovo Asphaltboden die Beheizung von draußen der Regulierungshahn in den Händen der Wärter die Hauptsache aber das stundenlange zermürbende Geheul vom Windkanal des benachbarten Aerohydrodynamischen Instituts doch es fällt einem schwer zu glauben dass es nicht Absicht war ein Geheul so stark das Blechnapf und Becher vibrierten und vom Tisch herunter rutschten ein Geheul dass es sinnlos war zu sprechen dafür aber gut zu singen aus voller Kehle und der Aufseher merkte nichts und wenn das Heulen aufhörte überkam dich eine Seligkeit schöner als die Freiheit doch schließlich hast du nicht den Boden den dreckigen nicht die düsteren Wände nicht den Gestank der Latrine lieb gewonnen sondern diese da mit denen gemeinsam du dich auf Kommando umgedreht hast dieses etwas das zwischen euren Seelen pochte ihre zuweilen erstaunlichen Worte und die gerade dort in dir geborenen so freien und schwebenden Gedanken zu denen du dich vor kurzem noch nicht aufgerafft auch nicht zu ihnen dich empor geschwungen hättest allein bis zu dieser ersten Zelle dich durchzuschlagen was hat dich das bereits gekostet in einem Loch haben sie dich gehalten oder in einer box oder im Keller keiner sprach zu dir ein menschliches Wort keiner schenkte dir einen menschlichen Blick sie fraßen dir bloß mit eisernem schnabel das Hirn und das Herz ab du schriest du stöhntest und sie lachten Tage Wochen warst du Mutterseelen allein unter Feinden und gabst schon Verstand und Leben verloren und hast dich bereits vom Heizkörper herunterfallen lassen mit dem Kopf voran auf den eisernen Abflusskegel und plötzlich lebst du und bist unter Freunden und der Verstand kehrt dir wieder das ist die erste Zelle du hast darauf gewartet du hast sie herbeigeseht als wäre sie beinahe die Freiheit sie aber stopften dich vom Mauseloch in die Hundehütte von Lefortow in irgendeine verfluchte legendäre Suchanowka die Suchanowka das ist von den MGB Gefängnissen das allerschrecklichste damit drohen sie unsere einem die Untersuchungsrichter ein böses zischen wenn sie den Namen aussprechen und die drinnen gewesen sind aus denen kriegst du später nichts raus sie lallen nur mehr zusammenhangloses zeug und die übrigen sind tot Suchanowka das ist die ehemalige Jekaterineneinsiedelei für die Strafgefangenen ein Bau und für die Untersuchungshäftlinge ein anderer mit 68 Mönchzellen darin die Farb mit dem schwarzen Raben dauert zwei Stunden und nur wenige wissen dass das Gefängnis nahe bei Gorki Leninskier liegt einige Kilometer vom ehemaligen Gut der Sinaida Volkonskaya die schwarzen hat Die Umfangenden aber sitzen einzeln. Die Zellen messen 1,5 zu 2 Meter, genauer 156 x 209 cm. Woher wir das wissen? Es ist der Triumph einer fachmännischen Berechnung und eines starken Geistes. Alexander D., von der Suchanowka nicht gebrochen, rechnete sich das aus. Er zwang sich, nicht verrückt zu werden und den Mut nicht zu verlieren und sein Mittel dazu waren Kopfrechnungen. In Lefortovo zählte er seine Schritte, übertrug sie in Kilometer, versuchte sich an die Landkarte zu erinnern, wie viele Kilometer es von Moskau bis zur Grenze waren, wie viele dann quer durch Europa, über den Atlantik, sein Stimulus war, nach Amerika heimzukehren. Und er war in dem einen Jahr in der Einzelzelle von Lefortovo gerade am Grunde des Ozeans angelangt, als sie ihn in die Suchanowka holten. Hier, da ihm aufging, dass kaum einer über dieses Gefängnis zu erzählen haben wird, unser Bericht stammt zur Gänze von ihm, war er darauf aus, die Zelle abzumessen. Am Boden des S-Napfes fand er die Bruchzahl 10,22 und erriet, dass die 10 den Durchmesser des Bodens angab und die 22 den Durchmesser des oberen Kegelrandes. Danach zog er aus dem Handtuch einen Faden und machte sich so ein Zentimetermaß. Sein nächstes Ziel war, im Stehen schlafen zu lernen. So dachte er es sich aus, ein Knie gegen den Schemel gestützt und so, dass der Aufseher nicht merkt, dass die Augen geschlossen sind. Er schaffte es und verlor nur darum, nicht den Verstand. Ryumin hielt ihn einen Monat lang ohne Schlaf. In den Steinboden sind zwei runde Schemel eingeschweißt, wie Baumstümpfe, und wenn der Aufseher in der Wand das Vorhängeschloss aufsperrt, dann kippt für die sieben Nachtstunden, d.h. für die Stunden der Verhöre, denn tagsüber wird dort überhaupt nicht verhört, aus der Wand ein Brett heraus und eine winzige Strommatte für ein Kind gerade recht. Am Tag sind die Schemel frei, aber darauf sitzen darf man nicht. Außerdem liegt auf vier stehenden Rohren, wie ein Bügelbrett, der Tisch. Die Lüftungsklappe im Fenster ist immer zu, am Morgen nur wird sie für zehn Minuten aufgesperrt. Das Glas ist drahtbewehrt. Zum Spaziergang wird man nie geführt, zum Austreten nur um sechs Uhr früh, wenn noch keines Menschen dermend danach zumute ist. Am Abend nie. Auf jeden Block zu sieben Zellen kommen zwei Aufseher. Deswegen blickt dich das Guckloch in einem Fort an. Braucht ja nicht lange, der Aufseher, um an zwei Türen vorbei zur dritten zu schreiten. Darin liegt die Absicht der lautlosen Suchanowka, dir keinen Schlaf zu lassen und keinen fürs Eigenleben gestohlenen Augenblick, dich stets im Auge zu behalten und stets im Griff. Wenn du aber den Zweikampf mit dem Wahnsinn und alle Prüfungen der Einsamkeit durchgestanden und bestanden hast, dann hast du dir deine erste Zelle verdient. Und dein Geist wird sich aufrichten nun. Auch wenn du dich rasch ergeben hast, indem du dich allen gefügt und alle verraten hast, auch dann bist du für deine erste Zelle reif. Obwohl es ja für dich selber besser wäre, diesen glücklichen Augenblick nicht zu erleben und als Sieger im Keller gestorben zu sein, ohne einen einzigen Satz unterschrieben zu haben. Zum ersten Mal siehst du jetzt nicht Feinde. Zum ersten Mal siehst du jetzt Artgenossene, Lebende, die deinen Weg gehen, mit denen du dich verbunden fühlst und verbinden kannst, im freudigen Wort wir. Ja, ein Wort dies, das du draußen vielleicht verachtet hast, als es diente, deine Persönlichkeit zu ersetzen. Wir alle wie ein Mann, wir protestieren, wir verlangen, wir schwören. Und wie wohltuend ist es dir jetzt. Du bist auf der Welt, nicht allein. Es gibt noch Vernunft und geistbegabte Wesen. Menschen. Nach vier Tagen meines Zweikampfes mit dem Untersuchungsrichter, als ich mich in meiner grell beleuchteten Box gerade niedergelegt hatte, Keinen Augenblick früher, der Aufseher hat es abgepasst, rasselte das Schloss an meiner Tür. Ich hörte es genau, doch in den drei Sekunden, ehe er sein Aufstehen zum Verhör sprach, wollte ich den Kopf noch auf dem Kissen lassen und mir einbilden. Ich schliefe. Der Aufseher kam jedoch mit einer neuen Tour. Aufstehen! Bettzeug packen! Erstaunt und verärgert, weil es die allerwertvollste Zeit war, wickelte ich mir die Fußlappen um, zog die Stiefel an, den Mantel, die Wintermütze und nahm die zusammengerollte Anstaltsmatratze in die ausgebreiteten Arme. Auf Zehenspitzen, immer mir bedeutend, ich möge keinen Lärm machen, führte mich der Aufseher über den Grabes stillen Gang des dritten Stockes, der Lubyanka, vorbei am Tisch des Oberaufsehers, vorbei an den spiegelblanken Nummern der Zellen und an den olivgrünen Bucklochklappen bis zur Zelle Nr. 67. Die sperrte er auf. Ich trat ein, hinter mir rasselte sofort das Schloss. Eine Viertelstunde, wenn's viel ist, war seit dem Zapfenstreich vergangen, trotzdem ist die Schlafenszeit dem Untersuchungshäftling so ungewiss und so kostbar, dass die Einwohner der Zelle Nr. 67 bei meiner Ankunft alle schon schliefen. Ausgestreckt auf den Metallbetten die Arme oben auf. Der Lärm schreckte sie auf. Alle drei hoben im Nu den Kopf, auch sie horchten bange, für wehens aufzustehen galt zum Verhör. Diese drei erschrockenen, erhobenen Köpfe, diese drei unrasierten, zermürbten, blassen Gesichter erschienen mir so menschlich und lieb, dass ich da stand, die Matratze in beiden Armen und lächelte vor lauter Glück. Und sie lächelten zurück. Was war das doch für ein vergessener Ausdruck? In einer kurzen Woche. Vergessen. Von draußen? fragten sie. Die übliche erste Frage an einen neuen. Nein, antwortete ich. Die übliche erste Antwort des Neuen. Sie meinten damit, dass ich wahrscheinlich noch nicht lange drinnen wäre und also von draußen kam. Ich hingegen war nach 96 Stunden untersuchungshaft überzeugt, ein erfahrener Häftling zu sein. Wieso denn einer von draußen? Trotzdem war ich's. Und schon fragte mich der bartlose Alte mit den schwarzen, sehr lebhaften Augenbrauen nach den militärischen und politischen Neuigkeiten aus. Unglaublich. Obwohl es schon Ende Februar war, wussten sie nichts von der Konferenz in Yalta, auch nichts von Ostpreußen, das eingekreist war, überhaupt nichts über unseren Vorstoß bei Warschau, der Mitte Januar begonnen hatte, nicht einmal etwas über den unrühmlichen Dezember-Rückzug der Alliierten. Instruktionsgemäß hatten die Untersuchungshäftlinge über die Außenwelt nichts zu erfahren, und so wussten sie auch nichts. Jetzt war ich bereit, die halbe Nacht ihnen zu erzählen, voll stolz, als wären alle Siege und Umzingelung meiner eigenen Hände werk. Da brachte der diensthabende Wärter mein Bett herein, und es musste lautlos aufgestellt werden. Ein junger Mann meines Alters halte mir dabei, so wie ich, einer aus der Armee. Sein Uniformrock und die Fliegerkappe hingen am Bettpfosten. Noch vor dem Alten hatte er mich angesprochen, bloß nicht über den Krieg gefragt, sondern um Tabak gebeten. Doch so sehr meine Seele den neuen Freunden entgegenfloss, so wenige Worte in den paar Minuten auch gesprochen worden waren, in diesem meinem Altersgenossen und Frontkameraden witterte ich etwas Fremdes, und ihm verschloss ich mich ein für allemal. Das Wort Nasjetka für einen Zellenspitzel war mir noch unbekannt. Dass es von der Sorte in jeder Zelle einen geben musste, wusste ich ebenso wenig, doch bevor ich überhaupt Zeit fand, mir darüber klar zu werden, dass mir dieser Mann, Georgi Kramajenko, missfiel, hatte sich in meinem Inneren ein geistiges Relais in Gang gesetzt, ein Erkennungsrelais, das diesem Menschen für immer den Zugang zu mir versperrte. Ich würde einen solchen Fall nicht erwähnen, wenn er der einzige geblieben wäre, aber bald begann ich die Arbeit dieses Erkennungsrelais mit Verwunderung, Freude und Beängstigung als eine beständige mir angeborene Eigenheit zu empfinden. Jahre vergingen, mit Hunderten von anderen Menschen hatte ich auf den gleichen Pritschen zu liegen, in derselben Kolonne zu marschieren, in einer Brigade zu arbeiten, und er ließ mich nie im Stich dieser geheimnisvolle Erkenner, an dessen Zustande komme ich nicht, das leiseste Verdienst habe. Er reagierte noch, bevor ich mich an ihn erinnerte, auf jedes menschliche Gesicht, auf ein paar Augen, auf die ersten Laute einer Stimme, und dann öffnete er mich diesen Menschen sperrangelweit oder nur einen Spaltbreit oder gar nicht. Da schnappte etwas zu. Es geschah dies immer so untrüglich, dass mir all das Getue der Lageraufseher rund um den Einsatz von Zuträgern bald kindisch kükenhaft erschien, trägt's nicht der, der zum Verräter sich verdungen hat, auf dem Gesicht geschrieben? Hört man's nicht aus seiner Stimme, so schlau sich mancher auch anstellt? Etwas stimmt immer nicht. Und umgekehrt half mein Erkenner jene herauszufinden, denen man vom ersten Kennenlernen an das Ureigenste, Geheimste und Tiefste offenbaren konnte. So bestand ich die Achtjahrehaft, die Dreijahreverbannung, und nochmals sechs Jahre illegaler Schriftstellerei, die in nichts ungefährlicher waren, und vertraute mich in all den 17 Jahren bedenkenlos vielen Dutzenden von Menschen an und zahlte niemals drauf. Ich habe darüber nirgends was gelesen und beschreibe es hier für Liebhaber psychologischer Phänomene. Ich glaube, dass solche geistigen Vorrichtungen in vielen von uns eingebaut sind, doch als Menschen eines allzu technischen und intellektuellen Jahrhunderts schätzen wir dieses Wunder gering und lassen es nicht zur vollen Entfaltung kommen. Das Bett war aufgestellt. Nun hätte ich erzählen können, natürlich leise und liegend, um nicht gleich wieder aus dieser Gemütlichkeit heraus in den Karzer zu geraten. Da meldete sich unser dritter Zellengenosse, ein Mann in mittleren Jahren, aber schon mit weißgrauen Nagelspitzen im geschorenen Haar. Er hatte mich leicht unzufrieden angesehen und sagte nun mit der Rauheit, die den Nordländer ziert, »Morgen, die Nacht ist zum Schlafen da.« Es war in der Tat das Vernünftigste. Jeden von uns konnten sie zu jeder Stunde dieser Nacht zum Verhör schleifen und bis sechs Uhr am Morgen dort behalten, wenn der Richter schlafen ging und für uns das Schlafen schon wieder verboten war. Eine Nacht ungestörten Schlafs überwog sämtliche Geschicke des Planeten. Und ein weiteres störendes, doch nicht gleich zu erfassendes lag mit den ersten Sätzen meiner Erzählung im Raum. Zu früh aber war es noch für mich, ihm einen Namen zu geben. Eine alles umfassende Umpolung war eingetreten, mit der Verhaftung eines jeden von uns, oder eine 180-gradige Umkehrung aller Begriffe. Und was ich mit solchem Feuereifer zu erzählen begann, war für uns vielleicht gar nicht zum Freuen. Sie rollten sich zur Seite, bedeckten ihre Augen zum Schutze gegen die 200 Watt, mit Taschentüchern umwickelten den oberen Arm, der außerhalb der Decke zu frieren begann, mit Handtüchern, schoben den anderen Verstohlen darunter und schliefen ein. Ich aber lag wach, brandvoll erfüllt von diesem Fest, bei Menschen zu sein. Vor einer Stunde noch hatte ich nicht damit rechnen können, dass man mich mit jemandem zusammenlegen würde. Es hätte auch zu Ende gehen können mit mir, der Untersicherungsrichter versprach mir nicht einmal die Kugel ins Genick, ohne, dass ich noch jemanden gesehen hätte. Noch immer hing die Untersuchung über mir, doch wie weit war sie zurückgetreten? Morgen werde ich erzählen, nicht über meinen Fall natürlich, morgen werden Sie erzählen. Wie interessant wird doch der morgige Tag, einer der Besten im Leben. Dieses Bewusstsein kam mir sehr früh und sehr klar. Das Gefängnis ist für mich kein Abgrund, sondern die wichtigste Wende des Lebens. Aber mit den Leuten, die ich hier traf, wurde einem die Zeit nicht zu lang. Hör nur zu und vergleiche nach Herzenslust. Jener alte Mann mit den lebhaften Brauen, der gab sich noch sehr munter mit seinen 63 Jahren, hieß Anatoly Ilyich Vastienko. Er war eine echte Zierde unserer Lubyanka-Zelle, als Hüter der alten russischen Häftlingstraditionen, gleich wie als lebendige Geschichte der russischen Revolutionen. Was in seinem Gedächtnis aufbewahrt war, das machte er quasi zum Maßstab für alles Geschehene und Geschehende. Solcher Menschen braucht es nicht nur in der Zelle. Die Gesellschaft als Ganzes hat ihrer nicht genug. Den Zunamen Vastienko fanden wir an Ort und Stelle in einem Buch über die Revolution von 1905, das wir zum Lesen bekamen. Vastienko war von so lange her Sozialdemokrat, Sozialdemokrat, dass er scheinbar bereits aufhörte, einer zu sein. Seine erste Freiheitsstrafe erhielt er als junger Mann im Jahre 1904, kam aber mit dem Manifest vom 17. Oktober 1905 glatt wieder frei. Es gab vieles an Vastienko, was ich noch nicht verstehen konnte. Das beinahe Wichtigste und Allererstaunlichste schien mir darin zu liegen, dass er Lenin gut gekannt hatte. Er selbst aber erzählte es ohne sonderlichen Enthusiasmus. Meine Stimmung von damals, die war, jemand nannte Vastienko beim Vatersnamen, ohne den Vornamen davor zu setzen. Einfach so, Ilyich, trägst du heute den Pisskübel hinaus? Ich fuhr auf. Ich war aufs Tiefste gekränkt. Es schien mir lästerlich, nicht nur in diesem Zusammenhang, nein, überhaupt lästerlich, jemand anderen als den einzigen Ilyich zu nennen. Darum vermochte mir auch damals Vastienko trotz seinem Bemühen, erst weniges zu erklären. Er sagte es mir ganz eindeutig und in gutem Russisch, du sollst keine Götzen dir schaffen. Doch ich verstand es nicht. Er klempfte gegen meinen Enthusiasmus an, indem er nicht müde wurde, mir zu wiederholen, sie sind Mathematiker, sie müssten sich schämen, Descartes zu vergessen. Bezweifle alles. Alles. Was heißt alles? Doch nicht wirklich alles. Mich dünte, dass es reichte, woran alles ich zu zweifeln begonnen hatte. Dann sagte er wieder, von den alten Politischen ist kaum wer geblieben. Ich bin einer von den Letzten. Die politischen Strafgefangenen von früher sind alle vernichtet. Unseren Verband haben sie schon in den 30er Jahren aufgelöst. Warum denn? Damit wir nicht zusammenkommen, nicht diskutieren. Und obwohl diese einfachen und ganz ruhig gesprochenen Worte zum Himmel hätten schreien, die Scheiben hätten sprengen müssen, sah ich darin wiederum bloß eine von Stalins Gräueltaten mehr. Die Tatsache wog schwer, gewiss, aber die Wurzeln übersah ich. Es stimmt genau, dass nicht alles, was durch unsere Ohren geht, auch bis zu unserem Bewusstsein bringt. Was unserer Stimmung allzu fern liegt, geht verloren, ob in den Ohren, ob dahinter, es verschwindet. So kommt es, dass ich mich ganz deutlich an die zahlreichen Erzählungen Fastienkos erinnere und nur sehr verschwommen an seine Überlegungen. Er nannte mir verschiedene Bücher, die ich mir irgendwann, wenn ich frei kam, unbedingt beschaffen und vornehmen sollte. Alter und Gesundheit ließen ihm keine Hoffnung auf die eigene Freiheit, umso größere Freude machte ihm der Gedanke, dass ich mich irgendwann damit befassen würde. Fastienko war in unserer Zelle der munterste, obwohl er sich bei seinem Alter als einziger keine Chancen mehr aufs Überleben ausrechnen konnte. Er sprach zu mir, den Arm um meine Schulter. Leicht ist's für die Wahrheit einzustehen, sitz mal für die Wahrheit deine Jahre ab, und lehrte mich sein Lied, ein Katorga-Lied. Und sollte es auch kommen zum Sterben in düsterer Haft und im Schacht, es wird in den lebenden Erben die Sache von Neuem entfacht. Ich glaube daran, und diese Zeilen mögen helfen, dass sich sein Glaube erfülle. Jeder Mensch hofft im Frühling auf Glück, und jeder Häftling erhoffte sich zehnfach so stark. Du, Aprilhimmel! Das macht nichts, dass ich im Gefängnis stecke, erschießen werden sie mich wohl nicht. Dafür werde ich klüger werden da drinnen, werde vieles verstehen lernen. Himmel! Werde meine Fehler gut machen können, nicht vor ihnen, vor dir. Himmel! Ich habe hier begriffen, was ich falsch getan, und werde es noch gerade biegen. Später. Das Rundendrehen im Hof dauert im Ganzen 20 Minuten. Doch was gibt es nicht alles dabei zu erledigen? Beim Spaziergang selbst heißt es nur mehr Atmen mit aller Konzentration. Doch ist es dort in der Einsamkeit unter dem hellen Himmel auch gut, sich sein künftiges, helles, Tadel und fehlerloses Leben auszumalen. Doch ist es dort auch am bequemsten, die allerbrennendsten Probleme zu erörtern. Zwar ist das Sprechen beim Spaziergang verboten. Was tut's? Man muss sich nur darauf verstehen. Dafür kann euch hier sicherlich weder der Zellenspitzel noch das Mikrofon belauschen. Susi und ich bemühen uns, beim Spaziergang in ein Paar zu kommen. Wir unterhalten uns auch in der Zelle, heben uns aber das Wichtigste lieber für oben auf. Nicht an einem Tag sind wir Freunde geworden. Es geht langsam bei uns. Trotzdem weiß er mir mal für mal etwas Neues zu berichten. Mit ihm erlerne ich eine für mich neue Eigenschaft. Geduldig und beständig aufzunehmen, was niemals in meinen Plänen gestanden und scheinbar nichts zu schaffen hat mit der klar gezogenen Linie meines Lebens. Von Kindheit an ist mir von irgendwoher bewusst, dass mein Ziel die Geschichte der russischen Revolution ist. Wobei das Übrige mich in keiner Weise was angeht. Um aber die Revolution zu begreifen, brauche ich seit langem nichts mehr als den Marxismus. Alles andere, was mir zuflog, schüttelte ich ab, kehrte ihm den Rücken zu. Da führte mich das Schicksal mit Susi zusammen. Der hatte zum Atmen einen ganz anderen Bereich. Darum erzählte er mir nun immer das Seine. Und das Seine ist Estland und die Demokratie. Und obwohl es mir früher niemals eingefallen wäre, mich mit Estland abzugeben oder gar mit der bürgerlichen Demokratie bin ich jetzt ganz ohr für seine verliebten Berichte über die 20 freien Jahre dieses stillen, gelassenen und arbeitsamen kleinen Volkes, dessen Männer hochgewachsen, dessen Bräuche behäbig und gründlich sind. Ich lasse mir die aus bester europäischer Erfahrung gewonnenen Grundsätze der estnischen Verfassung erklären und die Arbeit der 100 Männer starken einzigen Kammer ihres Parlaments. Und ich weiß nicht wozu, aber es beginnt mir dies alles allmählich zu gefallen. Es beginnt dies alles, auch in meiner Erfahrung, sich niederzuschlagen. Bereitwillig vertiefe ich mich in ihre schicksalhafte Geschichte. Zwischen die zwei Hämmer, den treutonischen und den slavischen, von Alters eher hingeworfen, der winzige estnische Amboss. Abwechelnd sausten die Schläge nieder, einmal vom Osten, einmal vom Westen und es war für diesen Wechsel kein Ende abzusehen, bis zum heutigen Tage nicht. Die bekannte, ganz unbekannte Geschichte. Wie wir versuchten, sie im Jahr 1918 zu überrennen. Sie ließen sich nicht. Wie sie später von Judenitsch als Tschuden verachtet und von uns als weiße Banditen beschimpft wurden, während sich die estnischen Gymnasiasten als Freiwillige meldeten. Und wir hämmerten auch noch im Jahre 40 auf sie los und 41 und 44. Und die einen Söhne holte sich die russische Armee und die anderen die deutsche. Und die dritten flohen in den Wald. Und einige betagte Talliner Intellektuelle malten sich aus, wie schön es wäre, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, sich loszutrennen, irgendwie und ganz allein für sich zu leben. Da hätten sie beispielsweise als Ministerpräsidenten einen Autotiv und als Unterrichtsminister, sagen wir, einen Susi. Aber weder Churchill noch Roosevelt kümmerten sich um sie. Nur der Ankel Joe vergaß sie nicht. Mit dem Einmarsch unserer Truppen wurden die Träumer gleich in den Nächten aus ihren Talliner Wohnungen geholt. Nun saßen sie auf der Moskauer Lubyanka, 15 Mann etwa, jeder in einer anderen Zelle und wurden laut Paragraf 58.2 des verbrecherischen Wunsches nach Lostrennung angeklagt. Die Rückkehr aus dem Hof in die Zelle ist jedes Mal eine kleine Verhaftung. Selbst in unserer pompösen Zelle scheint die Luft stickig zu sein. Auch wäre ein Imbiss nach der Promenade nicht übel, doch halt! Daran dürfen wir nicht denken. An jenem Märzmorgen, an dem wir zu fünft in die palastartige Nummer 53 verlegt wurden, brachten sie uns den sechsten. Er trat ein als Schatten. Uns schien es, ohne mit den Schuhen den Boden zu berühren. Er trat ein und lehnte sich der eigenen Standfestigkeit ungewiss mit dem Rücken an den Türrahmen. Das Licht in der Zelle war bereits abgedreht, die Morgendämmerung trüb, trotzdem kniff er blinzelnd die Augen zusammen und schwieg. Wir sprachen ihn auf Russisch an. Er schwieg. Susi versuchte es auf Deutsch. Er schwieg. Fast Jenko fragte ihn auf Französisch, auf Englisch. Er schwieg. Erst allmählich zeigte sich auf seinem abgezehrten, gelben, halbtoten Gesicht ein Lächeln. Kein anderes solches habe ich in meinem ganzen Leben gesehen. Menschen, brachte er schwach hervor, wie aus einer Ohnmacht erwachend, als hätte er in der vergangenen Nacht auf seine Hinrichtung gewartet. So kam Juri Nikolajewitsch Jot in unsere Zelle nach drei Wochen Aufenthalt in einer unterirdischen Box. In jedem Leben gibt es ein Ereignis, das den ganzen Menschen bestimmt. Sein Schicksal genauso wie seine Überzeugungen, wie seine Passionen. Die zwei Jahre in diesem Lager haben Juri durchgerüttelt und anders gemacht. Es war, was dieses Lager war, mit Worten nicht zu umwinden, mit Sylogismen nicht zu durchdringen. In diesem Lager hatte ein Mensch zu sterben und wer nicht starb, musste Schlüsse ziehen. Jenes Gebräu, um das sich die Kriegsgefangenen Offiziere um sechs Uhr früh anstellten, wofür sie von den Ordnern mit Stöcken und von den Köchen mit der Schöpfkelle geprügelt wurden, dieses Gebräu konnte einen Menschen nicht am Leben erhalten. An den Abenden sah nun Juri aus dem Fenster ihres Verschlages jenes einzige Bild, um dessen Willen ihm die Kunst des Malens geschenkt worden war, abendliche Nebelschwaden über der versumpften Wiese, Stacheldraht ist um die Wiese gezogen, viele Feuer brennen darauf und rundherum sitzen vormals russische Offiziere nunmehr tierhafte Wesen, die an den Knochen der verendeten Pferdenagten, Fladen aus Kartoffelschalen backen, Dünger rauchen und über und über von Läusen wimmeln. Noch sind diese Zweibeiner nicht alle verreckt, noch haben sie nicht alle das artikulierte Sprechen verlernt und man erspäht im glutroten Widerschein des Feuers, wie ein spätes Erkennen ihre Gesichter durch Furcht, bevor sie zu den Neandertalern hinabsinken. Bitterkeit auf den Lippen. Das Leben, das sich Juri bewahrt, ist ihm für sich allein nicht mehr lieb. Er gehört nicht zu jenen, die leicht zu vergessen bereit sind, nein, sein Los ist das Überleben. Er muss Schlüsse ziehen. Das haben sie bereits erfahren, dass es nicht an den Deutschen liegt, oder zumindest nicht nur an den Deutschen, dass es von den Gefangenen aller Nationalitäten nur den sowjetischen so ergeht, so ans Sterben geht. Niemandem schlimmer als ihnen, selbst die Polen, selbst die Jugoslawen haben es erträglicher, na, und die Engländer, ja, und die Norweger, die werden mit Paketen vom Internationalen Roten Kreuz und von zu Hause überhäuft, die holen sich die deutschen Rationen gar nicht ab. Dort, wo die Lager nebeneinander liegen, werfen die Alliierten den Unsrigen barmherziger Almosen über den Stacheldraht, und die Unsrigen fallen darüber her, wie ein Rudel Hunde über den Knochen. Auf den Russen lastet der ganze Krieg, und den Russen solch ein Los? Warum das? Und wie sich nun richtig verhalten, wenn uns die Mutter den Zigeunern verkauft, nein, schlimmer, den Hunden vorgeworfen hat? Bleibt sie uns noch eine Mutter? Wenn die Frau auf den Strich geht, sind wir ihr dann noch zur Treue verpflichtet? Eine Heimat, die ihre Soldaten verrät, ist sie denn Heimat? Als im Frühjahr 1943 im Lager die Werbung für die ersten bielorussischen Legionen anlief, meldete sich mancher, um dem Hunger zu entgehen. Juris Entschluss war fest und klar, er wurde Leutnant der deutschen Armee. Juri blieb in unserer Zelle nicht länger als drei Wochen, und die ganze Zeit überstritten wir miteinander. Ich sagte, dass unsere Revolution etwas Wunderbares und Gerechtes gewesen sei, nur ihre Verzerrung im Jahre 1929 fand ich schlimm. Er sah mich bedauernd an und presste die nervösen Lippen zusammen. Zum ersten Mai wurde die Verdunklung vom Fenster genommen. Der Krieg ging sichtbar seinem Ende zu. Es war wie sonst niemals still an diesem Abend auf der Lübianka. Ob's nicht gerade auch der zweite Ostertag war? Die Feiertage überschnitten sich, die Untersuchungsrichter vergnügten sich in der Stadt, Verhöre gab es nicht. In der Stille war zu hören, wie jemand gegen irgendetwas protestierte, er wurde aus der Zelle in die Box geschleift. Wir errieten durchs Gehör die Lage aller Türen und sie prügelten ihn dort lange bei geöffneter Tür. In der versunkenen Stille war jeder Schlag ins Weiche und in den röchelnden Mund deutlich zu hören. Am 2. Mai böllerte Moskau mit 30 Salven, das bedeutete, eine europäische Hauptstadt ist gefallen. Es waren nur mehr zwei uneingenommen geblieben, Prag und Berlin, zu raten gab's welche von beiden. Am 9. Mai wurde das Nachtmahl gleich mit dem Mittagessen gebracht, wie sonst auf der Lubyanka nur am 1. Mai und am 7. November üblich. Nur daraus errieten wir das Ende des Krieges. Abends schossen sie wieder ein Feuerwerk mit 30 Salven ab. Nun gab es keine Hauptstadt mehr einzunehmen. Am selben Abend ein zweites Salutschießen mit 40 Salven Scheins das war dann das allerletzte Ende. Über den Maulkorb unseres Fensters hinweg, über die Maulkörbe der anderen Zellen der Lubyanka und sämtlicher Gefängnisfenster Moskaus schauten auch wir, die ehemaligen Kriegsgefangenen und ehemaligen Frontkämpfer in den feuerwerklich bunten, strahlend durchzogenen Moskauer Himmel. Boris Gamorov, ein junger Panzerabwehrschütze, bereits wegen dauernder Invalidität demobilisiert, unheilbarer Lungendurchschuss, bereits mit einer fröhlichen Studentenschaft hochgegangen, saß an diesem Abend in einer dichtbevölkerten Lubyanka-Zelle die Hälfte Gefangene und Soldaten von der Front. Diesen letzten Salut beschrieb er in einem kurzen Gedicht in acht alltäglichen Zeilen. Wie sie auf den Pritschen schon lagen, die Uniformmäntel übergezogen, wie der Lärm sie aufgeweckt, wie sie die Köpfe hoben, zum Maulkorb hin blinzelten. Ah, ein Salut! Sich niederlegten wieder, mit den Mänteln zugedeckt. Immer mit denselben Uniformmänteln, im Schlamm der Schützengräben, in der Asche der Lagerfeuer, im Gefetze der deutschen Granatsplitter. Nicht für uns war jener Sieg, nicht für uns jener Frühling. Kapitel 6 Jener Frühling Im Juni 1945 drangen an jedem Morgen und an jedem Abend blechernde Marschtöne an die Fenster des Bezirkergefängnisses, sie kamen von irgendwo in der Nähe, von der Lesnaya oder von der Nowoslobotskaya, lauter Märsche, und die Kapelle begann wieder und wieder von vorn damit. Wir aber standen an den weit geöffneten Fenstern, vor uns die schmutzig-grünen Maulkörbe aus drahtbewehrtem Glas und horchten. Waren's Armeetruppen, die da marschierten? Oder Werktätige, die sich nach Arbeitsschluss freudig im Gleichschritt ergingen? Wir wussten es nicht, obwohl doch auch wir schon das Gerücht aufgefangen hatten, dass eine große Siegesparade auf dem Roten Platz bevorstand, anberaumt auf den 22. Juni, den vierten Jahrestag des Kriegsausbruchs. Die Steine, die im Fundament zu liegen kommen, haben zu ächzen und in der Erde sich fest zu graben, die Krönung des Gebäudes ist anderen beschieden, doch selbst ehrenvoll im Fundament zu liegen, ist jenen verwehrt worden, die sinnlos verlassen und von Anbeginn verloren ihre Stirn und die Rippen hinhalten mussten, die ersten Schläge dieses Krieges aufzufangen und den Fremdensieg zu verheiteln. Jenes Frühjahr 1945 war in unseren Gefängnissen vornehmlich ein Jahr der russischen Kriegsgefangenen. Wie die Heringszüge im Ozean, so durchzogen sie, ein unübersehbarer dichter grauer Strom, die Gefängnisse der Union. Mit Jury J. hatte mich solch ein Zug vorerst nur gestreift, nun stand ich mittendrin, in ihrem steten und sicheren Vorwärtsstürmen zu einer ihnen scheinbar bewussten Bestimmung. Nicht nur Kriegsgefangene passierten die Zellen, ein Strom hatte zu fließen begonnen, der alle erfasste die in Europa gewesen. Die Emigranten der Bürgerkriegszeit, die Ostarbeiter des Krieges mit Deutschland, die Offiziere der Roten Armee, die in ihren Schlussfolgerungen zu scharf waren und zu weit damit gingen, sodass Stalin befürchten konnte, sie würden aus dem europäischen Feldzug den Wunsch nach europäischen Freiheiten mitbringen, wie es bereits vor 120 Jahren geschah. Und doch bestand das Gros aus Kriegsgefangenen. Und unter den Kriegsgefangenen verschiedener Jahrgänge gehörten die meisten zu meinen Altersgenossen, noch genauer gesagt, zu den Altersgenossen der Revolution, zu den Oktobergeborenen, den unbekümmerten Scharen, die 1937 die Demonstrationszüge zum 20. Jahrestag füllten, zu dem Jahrgang, der zu Kriegsbeginn die Kaderarmee stellte, die binnen weniger Wochen zerrieben ward. So wurde jener unter Siegesmärschen sich dahinschleppende Frühling zum Sühnefrühling meiner Generation. Wir waren es, denen man das alle macht den Sowjets in der Wiege gesungen. Wir waren es, die die braungebrannten Kinderhände nach den Pioniertrompeten ausstreckten und auf den Ruf seid bereit unser immer bereit salutierten. Wir waren es, die in Buchenwald Wachen versteckten und dort der kommunistischen Partei beitraten. Und wir waren es auch, die nun schwarz angeschrieben standen, nur darum, weil wir dennoch am Leben geblieben sind. Als wir Ostpreußen durchschnitten, sah ich die tristen Kolonnen der heimkehrenden Gefangenen, sie allein im Leid, als rundherum alles in Freude war. Und schon damals hat mich ihre Freudlosigkeit angerührt, obwohl ich deren Ursache noch nicht mitbekam. Ich sprang aus dem Auto, ging hin zu diesen freiwilligen Kolonnen. Warum Kolonnen? Warum ordneten sie sich in Reih und Glied? Niemand zwang sie dazu. Die Kriegsgefangenen aller Nationen trotten einzeln heimwärts, unsere aber wollten möglichst demütig ankommen. Dort hatte ich die Hauptmannsuniform an, darum war es wegen der Achselstücke und zudem am Straßenrand nicht zu erfahren. Warum sind sie denn so unlustig alle? Bald aber trug auch mich das Schicksal ihnen nach. Gemeinsam marschierten wir bereits von der Armeeabwehr in die Frontabwehr. Da bekam ich ihre ersten, mir noch unklaren Erzählungen zu hören. Später bereitete Jury J. dies alles vor mir aus und nun und hier unter den Kuppeln des ziegelroten Botirka-Schlosses fühlte ich, wie mich diese Geschichte der mehreren Millionen russischer Gefangener für immer durchbohrte, wie die Stecknadel eine Küchenschabe. Mein eigener Häftlings Werdegang erschien mir nun nichtig, längst hatte ich vergessen, mich um die abgerissenen Achselklappen zu greimen. Dort, wo meine Altersgenossen waren, da war ich nur zufällig nicht dabei gewesen. Ich begriff, dass es meine Pflicht war, die Schulter unter einen Zipfel ihrer gemeinsamen Last zu schieben und daran zu tragen bis zum Letzten, bis sie mich unter sich begrob. Bisweilen möchten wir gern lügen, doch die Zunge lässt es nicht zu, die Sprache macht nicht mit. Richter, Staatsanwälte und Verhörer haben diese Menschen zu Verrätern erklärt, doch sie irrten sehr bezeichnend in der Wahl des Wortes und die verurteilten selbst, das Volk gleich wie die Zeitungen wiederholten es und verfestigten diesen Fehler und gaben unwillkürlich die Wahrheit preis. Sie hätten als Verräter an der Heimat gelten sollen und wurden dennoch nirgendwo anders genannt, die Gerichtsprotokolle mit eingeschlossen als Verräter der Heimat. Du sagst es, sie waren nicht an ihr Verräter, es waren ihre Verräter, nicht sie, die Unglücklichen, hatten die Heimat verraten, von ihr, der berechnenden Heimat sind sie verraten worden, dreifach verraten sogar. Der erste Verrat war, der Stümperhafter auf dem Schlachtfeld, als die von der Heimat lobgesungene Regierung alles in ihren Kräften stehende unternahm, um den Krieg zu verlieren. Sie hatte die Befestigungslinien zerstört, die Luftwaffe der Vernichtung preisgegeben, Panzer und Artillerie kampfunfähig gemacht, die Truppe der tüchtigsten Generäle genommen und den Armeen jeden Widerstand untersagt. Die Kriegsgefangenen, das waren ja die Soldaten, die mit ihren Leibern den ersten Schlag auffingen und die deutsche Wehrmacht zum Stehen brachten. Zum zweiten Mal verriet sie die Heimat herzlos, als sie die in der Gefangenschaft Krepierenden im Stich ließ. Und nun verriet sie sie gewissenlos zum dritten Mal, indem sie sie mit Mutterliebe in ihren Schoß lockte, die Heimat hat verziehen, die Heimat ruft euch um, ihnen an der Grenze schon die Schlinge um den Hals zu werfen. Man könnte meinen, es sei genug Abscheuliches in den 1100 Jahren unserer staatlichen Existenz geschehen, genug davon erlebt worden, doch diese viel millionenfache Niedertracht, seine Kriegsmänner zu verraten und sie auch noch zu Verrätern zu erklären, Wo hat es das sonst wann gegeben? So viele Kriege Russland geführt hat, weniger wären besser gewesen, hat es denn viele Verräter gegeben in all den Kriegen? Ist es denn vermerkt worden, dass der russische Soldat fürs Verraten besonders anfällig wäre? Aber da gab es nun wieder der gerechtesten aller Ordnungen, den aller gerechtesten Krieg und Millionen des aller einfachsten Volkes waren Verräter. Wie das verstehen? Womit erklären? Seit an Seit mit uns kämpfte das kapitalistische England, von wo uns das Elend und Leid der arbeitenden Klasse dank Engels so drastisch überliefert wurde. Ja, warum hat sich dann bei ihnen in diesem Krieg bloß ein einziger Verräter gefunden, der Businessman Lord Ho Ho und bei uns Millionen? Angst und Bange wird es einem zwar mal den Mund auf zu machen, aber vielleicht liegt es doch an der Staatsordnung? Alle westlichen Völker haben es auch in diesem Krieg nicht anders gehalten. Ein Strom von Paketen und Briefen und jeder Art Unterstützung floss frei über die neutralen Länder. Die westlichen Gefangenen mussten sich nicht erniedrigen, aus dem deutschen Kessel zu schöpfen. Voll Verachtung sprachen sie mit den deutschen Wachen. Die westlichen Regierungen rechneten ihren in Gefangenschaft geratenen Soldaten die Dienstjahre, die fälligen Beförderungen, ja, sogar den Heeressold an. Nur der Angehörige der in aller Welt einzigen roten Armee ergibt sich nie dem Feind, so stand es im Reglement. I waren gefangen? nicht, wie es uns die Deutschen aus ihren Stellungen zuriefen. Doch wer hätte sich den Sinn davon vorstellen sollen? Den Krieg gibt's und den Tod gibt's und die Gefangenschaft soll's nicht geben? Eine umwerfende Entdeckung. Das bedeutet, geh hin und stirb. Wir aber bleiben am Leben. Doch wenn du auch auf Krücken aus der Gefangenschaft heimgerumpelt kommst, zwar Bein amputiert, aber lebend, wir werden zu Gericht sitzen über dich. Nur unser Soldat, der von der Heimat abgewiesene und ein Nichts in den Augen von Feind und Alliierten, nur er lächzte nach dem Schweinegebräu, das er auf den Hinterhöfen des Dritten Reichs vorgesetzt bekam, nur ihm war der Weg nach Hause unpassierbar versperrt. Bloß wollten es die grünen Gemüter nicht glauben. einen Artikel 58 1b soll's geben, wonach in Kriegszeiten aufs Gefangenen nehmen lassen keine mildere Strafe steht als der Tod durch Erschießen. Weil der Soldat an der deutschen Kugel nicht sterben wollte, soll er nach der Gefangenschaft einer sowjetischen das Genick hin halten, anderen die fremde, unseren die heimische. Wenige Kriegsgefangene haben als freie Männer die sowjetische Grenze überschritten und wenn einer im Wirrwarr durchgesickert war, dann wurde er später geholt, egal ob man schon 1746 47 schrieb. Die einen wurden an den Sammelpunkten in Deutschland verhaftet, die anderen blieben scheinbar frei, bloß, dass man sie ab der Grenze in Viehwagen und unter Bewachung in eines der zahlreichen über das ganze Land verstreuten Prüf- und Filtrationslager PFL beförderte. Diese Lager unterschieden sich in nichts von den Zwangsarbeitslagern ITL, das Besondere bestand nur darin, dass die Insassen noch keine Strafen hatten und im Lager selbst auf das Urteil warten mussten. All diese PFLs standen nicht abseits Warenbetrieben, Bergwerken und Baustellen zugeordnet, so dass sich die früheren Kriegsgefangenen, die wiedergewonnene Heimat von hinterm Stacheldraht wie vor dem Deutschland beäugend vom ersten Augenblick an in den zehnstündigen Arbeitstag eingliedern konnten. Zur Musestunde an den Abenden und in den Nächten wurden die zu Überprüfenden verhört, zu welchen Berufe die PFLs mit einer Vielzahl von Einsatzbeamten und Untersuchungsrichtern bestückt waren. Wie immer begann der Untersuchungsrichter mit der Feststellung, dass man unbesehen schuldig sei und man hatte rundum vom Stacheldraht eingekreist, die Beweise zu erbringen, dass man unschuldig war. Dazu musste man Zeugen nennen. Andere Kriegsgefangene, die genauso gut in 1000 Meilen weit entferntes PFL eingeliefert worden sein konnten, so kam es, dass die Einsatzleute aus Kämmerowor an diejenigen von Solikams um Auskunft schrieben, worauf dort Zeugen befragt und Antworten und neue Anfragen verschickt wurden, sodass aus dem Erstbefragten selbst ein Zeuge wurde. Ein Jahr konnte es wohl dauern, bis ein Schicksal aufgeklärt war, auch zwei bisweilen, was tut's, wenn nur die Heimat daran keinen Schaden nahm. Tagsüber wurde ja Kohle gefördert und wenn ein Zeuge auch Falsches ausgesagt hatte und ein anderer nicht mehr lebend vorgefunden wurde, war's niemandes Nachteil als des Verdächtigen selbst. Als Vaterlandsverräter wurde er verbucht und bei der auswärtigen Tagung des Tribunals mit einem Zehnerstempel versehen. Wenn aber trotz ihres großen Mühens alles dafür sprach, dass man bei den Deutschen tatsächlich nicht gedient mehr noch weder Engländer noch Amerikaner jemals zu Gesicht bekommen hatte, dass man aus dem Lager nicht von uns, sondern von ihnen befreit wurde, galt als erschwerender Umstand, ob lag es den Einsatzbeamten zu entscheiden, welcher Stufe der Isolation man würdig sei. Ach, hätte ich's doch gewusst, das war der Hauptraffar in den Gefängniszellen jenes Frühjahrs, hätte ich doch gewusst, dass sie mich so empfangen, dass sie mich so betrügen, dass es mir so ergehen würde. Nur die Vlasov-Leute seufzten nicht. Ach, hätte ich's doch gewusst, denn sie hatten gewusst, was sie auf sich nahmen, nur sie machten sich keine Hoffnung auf Gnade, keine Hoffnung auf eine Amnestie. Noch lange bevor sich unsere Wege unerwartet auf den Gefängnispritschen kreuzten, hatte ich von ihnen gewusst und was ich wusste zu fassen versucht. Zuerst waren es die mehrmals durchnäßten und mehrmals getrockneten Flugzettel, die sich im hohen drei Jahre nicht gemähten Gras des Frontgebiets von Ajol verloren hatten. Sie meldeten, die im Dezember 1942 erfolgte Gründung eines gewissen Smolenska-Russischen Komitees, das entweder eine Art russischer Regierung zu sein beanspruchte oder auch nicht. Vermutlich waren sich die Deutschen selbst darüber noch nicht im Klaren und die zaghafte Meldung klang deshalb sogar wie eine einfache Finte. Auf dem Flugzettel war General Vlasov abgebildet, darunter stand sein Lebenslauf. Das Gesicht auf dem unscharfen Foto schien Sattheit und Erfolg auszustrahlen wie bei sämtlichen Generälen unserer neuen Prägung. Dieses Foto machte es einem unmöglich zu glauben, dass man einen hervorragenden Mann vor sich hatte oder einen, dem Russlands wohl seit langem schwer im Herzen lag und der Flugzettel der die Schaffung der A.O.A. der russischen Befreiungsarmee verkündete. Er war nicht nur in einem ungenießbaren russisch geschrieben, sondern auch noch in einem fremden und unverkennbaren deutschen Geiste, auch noch ohne echtes Interesse für die Sache, dafür aber mit umso mehr Prahlerei, die drüben zu erwartende üppige Kost und die muntere Stimmung ihrer Soldaten betreffend. Das Ganze war unglaubwürdig. Ja, und die fröhliche Stimmung, wenn es die Armee überhaupt gab, das war doch gelogen. Auf die Idee konnte nur der Deutsche gekommen sein. Es gab tatsächlich fast bis zum Ende des Krieges gar keine ROA. Schon der Name und auch das Ärmelabzeichen waren eine Erfindung eines deutschen russischer Abstammung des Hauptmanns Strickfeld von der Ostpropaganda-Abteilung. Trotz seiner unbedeutenden Stellung besaß er einen bestimmten Einfluss und versuchte, die hitlerische Obrigkeit von der Notwendigkeit eines deutsch-russischen Bündnisses zu überzeugen, aber auch Russen für die Zusammenarbeit mit Deutschland zu gewinnen. Ein beidseitig vergebliches Unterfangen. Beide Parteien trachteten einzig danach, einander auszunutzen und hinters Licht zu führen. Die Deutschen besaßen dazu jedoch Position auf den Höhen, die Macht. Denn Blasov-Offizieren blieb das Fantasieren am Grunde der Schlucht. Eine Armee dieser Art gab es nicht. Hingegen wurden antisowjetische Militärformationen aus früheren sowjetischen Bürgern seit den ersten Kriegsmonaten aufgestellt. Als Erste meldeten die Litauer ihre Hilfsbereitschaft für die Deutschen an. Das eine Jahr unter unserer Herrschaft muss ihnen gar übel bekommen sein. Dann wurde aus ukrainischen Freiwilligen die SS-Division Galicien gebildet. Es folgten die estnischen Abteilungen, im Herbst 1941 die Schutzkompanien in Bielorussland und auf der Krim die Tartarischen Batailloner. Und es war dies alles von uns gesät. Auf der Krim zum Beispiel durch die 20 Jahre der stumpfsinnigen Moscheen Stürmerei. Wir mussten sie schließen und zerstören. Während die weitblickende Eroberin Katharina staatliche Subventionen für den Bau und die Erweiterung der Moscheen auf der Krim erteilt hatte. Auch die Hitlerdeutschen hatten grips genug, die Heiligt Kümmer beim Einmarsch unter ihren Schutz zu stellen. Später tauchten auf deutscher Seite kaukasische Verbände und Kosakentruppen mehr als ein Reiterchor Winter wurden Züge und Kompanien aus russischen Freiwilligen aufgestellt. Hier allerdings machte sich beim deutschen Kommando starkes Misstrauen bemerkbar, weswegen dann nur die Unteroffiziere Russen sein durften, die Feldwebel und Leutnants waren deutscher Provenienz, desgleichen die Kommandos, Achtung, Halt und andere. Wesentlichere und bereits komplett russische Verbände waren, die in Lokotz im Brejansker Gebiet ab November 1941 gebildete Brigade. Der dortige Maschinenbauprofessor K.P. Waskarbeunikow rief eine nationale russische Partei der Arbeit mit dem Heiligen Georg als Schutzpatron aus und erließ ein Manifest an die Bürger des Landes. Dass es gegen uns allen ernstes Russen gab und dass sie verbissener kämpften als beispielsweise verteidigte vor Ajoll einen Zug von Russen in deutscher Uniform den Flecken Sobrekinski Jevezielki. Sie schlugen sich mit einer solchen Verzweiflung, als wenn sie diese Gehöfte mit eigenen Händen erbaut hätten. Einer verschanzte sich im Keller, unsere Leute bewarfen ihn mit Handgranaten und dann blieb er gerade so lange ruhig, bis sich der Nächste hinunter traute. Erst als eine Panzergranate hineingeballert worden war, entdeckte man, dass er auch noch im Keller ein Loch hatte, in dem er sich vor den Detonationen der gewöhnlichen Granaten versteckte. Man stelle sich den Grad der Betäubung und Hoffnungslosigkeit vor, indem er diesen seinen letzten Kampf forcht. Auch der unbezwingbare Brückenkopf am Dnepa südlich von Kurs wurde ein weiteres Beispiel von ihnen gehalten. Zwei Wochen dauerten die erfolglosen Kämpfe um einige hundert Meter grimmige Kämpfe bei ebenso grimmigem Frost im Dezember 1943. In der Verwunschenheit der mehrtägigen Winterschlacht standen wir einander gegenüber, hüben und drüben Menschen in Tarnmänteln, die unsere Uniform verdeckten, und es trug sich bei Malier Kasselowitschi folgendes zu. Zwei Männer krochen im Schnee, sprangen hoch und verloren Richtung und lagen nebeneinander unter einer Fichte und schossen nicht mehr begreifend wohin einfach drauf los. Beide hatten sowjetische MPs. Sie bauten einander Patronen, lobten einen guten Schuss und fluchten über die eingefrorene Schmiere der Maschinenpistolen. Schließlich war das Zeug endgültig verklemmt. Eine Rauchpause tat Not. Sie streiften die Kapuzen ab und siehe da, der eine hatte einen Adler, der andere einen Stern auf der Mütze. Sie sprangen auf, die MPs schossen nicht. Trotzdem, wie mit Holzschlägeln, droschen sie damit aufeinander ein. Eine wilde Jagd begann, da ging's nicht um Politik, nicht um das heilige Vaterland. Das war einfaches steinzeitliches Misstrauen. Wenn ich ihn verschone, bringt er mich um. Es war in Ostpreußen. Einige Schritte von mir entfernt marschierten am Straßenrand drei gefangene Vlasov-Leute mit ihrer Wache, während auf der Chaussee gerade ein T-34 vorbeiratete. Plötzlich riss sich einer der Gefangenen los und warf sich mit einem wilden Satz flach unter den Panzer. Der Fahrer verriss das Fahrzeug, trotzdem wurde der Mann von einer Raupe erfasst. Er wand sich noch, roter Schaum brach aus ihm aus dem Mund und man konnte ihn verstehen. Den Soldatentod zog er dem Galgen vor. Man hatte ihnen keine Wahl gelassen. Sie durften nicht anders kämpfen, dieser Ausweg war ihnen versperrt, vorsichtiger mit dem eigenen Leben umzugehen. Wenn bei uns schon die reine Gefangenschaft als unverzeihlicher Vaterlandsverrat gewertet wurde, wie stand es dann erst um die, die die Waffen des Feindes führten. Ihr Verhalten aber wurde in der uns eigenen Holzhammer-Propaganda mit erstens Treulosigkeit und zweitens Feigheit erklärt. Nein, nicht nur Feigheit. Der Feigling sucht, wo es Vorteile und Nachsicht gibt, der Anstoß aber, in die Vlasov-Verbände der Wehrmacht zu gehen, konnte nur äußerste Notwehr gewesen sein, nur eine jenseits des Erträglichen liegende Verzweiflung, nur ein unstillbarer Hass gegen das Sowjet-Regime, nur die Missachtung des eigenen Heils, denn das wussten sie, dass ihnen hier kein Schimmer von Gnade vergingte. Von den Unseren wurden sie sofort erschossen, kaum, dass man vom Gefangenen das erste deutliche russische Wort vernahm. In der russischen Gefangenschaft ging es genauso wie in der deutschen den Russen am allerschlimmsten. Überhaupt hat uns dieser Krieg offenbart, dass es auf Erden kein schlimmeres Los gibt, als Russe zu sein. Ich schäme mich, wenn ich mich daran erinnere, wie ich damals, während der Erschließung ließ Plünderung des Kessels von Babruisk, als ich zwischen den zerschossenen und umgekippten deutschen Kraftwagen, den herrenlosen deutschen Lastgräulen und dem rundherum verstreuten erbeuteten Luxus einher schlenderte, plötzlich jemanden rufen hörte. Herr Hauptmann! Herr Hauptmann! Und in einer Niederung, in der deutsche Trosswagen und Autos stecken geblieben waren und das eben Erbeutete in Brand gesteckt wurde, sich da in reinstem russischem Hilfe anflähte. Einen Mann in deutschen Uniformhosen, aber mit nacktem Oberkörper, überall Blut an ihm, im Gesicht, auf der Brust, auf den Schultern, am Rücken und den Sergeanten vom Sonderdienst hoch zur Rosse, der ihn mit Peitschen hieben und mit der Kruppe seines Pferdes vor sich her trieb. Er ließ die Knute auf den nackten Leib des Opfers Sausen, dass es sich nicht umsah, nicht um Hilfe rief. Er trieb den Mann vorwärts und schlug auf ihn ein, immer neue blutige Striemen in seiner Haut prögelnd. Es war nicht der Punische, nicht der griechisch-persische Krieg. Jeder machtbefugte Offizier einer jeden beliebigen Armee hätte der mutwilligen Misshandlung Einhalt gebieten müssen. Einer jeden beliebigen, ja, bloß zweipoligen Klassifizierungssystems. Wer nicht mit uns ist, folglich gegen uns, der Falle der Verachtung und Vernichtung anheim. Kurz gesagt, ich war zu feige, den Vlasov-Mann vor dem Sonderdienstler in Schutz zu nehmen. Ich habe nichts gesagt und nichts getan. Ich ging vorbei, als ob ich nicht gehört hätte. Damit die allseits geduldete Pest nur ja nicht auf mich übergreife. Was wenn der Vlasov-Mann ein Superbösewicht ist? Was wenn der Sergeant glaubt, ich sei? Was wenn? Ja, einfacher noch, wer die damalige Atmosphäre in unserer Armee kennt, ob sich der Sonderdienstler von einem simplen Hauptmann auch etwas hätte befehlen lassen? Und so wurde ein wehrloser Mann wie ein Stück Vieh weiter getrieben und der Mann vom Sonderdienst hörte nicht auf, mit wutverzerrtem Gesicht auf ihn einzupeitschen. Dieses Bild ist mir für immer geblieben, denn es ist beinahe ein Symbol des Archipels und würde bestens auf den Buchumschlag passen. Das alles hätten sie vorausgeahnt und im Voraus gewusst und sich trotzdem auf den linken Ärmel der deutschen Uniformjacke das weiß-blau-rot umkantete Schild mit dem weißen Andreasfeld und den Buchstaben R-O-A genäht. Die Buchstaben lernte man allmählich kennen, die Armee aber blieb nach wie vor nicht existent. Die Einheiten waren verstreut, verschiedenen Instanzen unterstellt und Vlasovs Generäle spielten derweil in Dahlem bei Berlin Präferenz. Die Brigade Vaskar-Beunikows bzw. nach dessen Tode Kaminskis zählte Mitte 1942 fünf mit Artillerie bestückte Infanterie Regimenter zu je zweieinhalb bis dreitausend Mann, ein Panzerbataillon mit zwei Dutzend sowjetischen Panzern und eine Artilleriedivision mit rund dreißig Geschützen. Das Kommando lag in den Händen von kriegsgefangenen Offizieren, die Mannschaft wurde im Wesentlichen aus ortsansässigen Freiwilligen rekrutiert. Und die Brigade hatte das Gebiet, um Briansk von Partisanen freizuhalten. Zum selben Zwecke wurde die Brigade von Gil Blasiewicz im Sommer 1942 aus Polen, wo sie sich durch Grausamkeiten gegen Polen und Juden ausgezeichnet hatte, nach Mogilew verlegt. Anfang 1943 lehnte sich ihr Kommando dagegen auf, der Befehlsgewalt Vlasovs unterstellt zu werden, da es in dem von ihm verkündeten Programm den Kampf gegen das Weltjudentum und die verjudeten Kommissare vermisste. Schließlich waren es wiederum dieselben Radionov-Leute, Gil hatte seinen Namen in Radionov geändert, die im August 1943, als sich Hitlers Niederlage abzuzeichnen begann, ihre schwarze Fahne mit dem silbernen Totenkopf in eine rote umwandelten und den von ihnen besetzten nordöstlichen Winkel von Bielorussland zum freien Partisanenland mit wiederhergestellter Sowjetmacht erklärten. Über dieses Partisanengebiet begann man dazu mal in unseren Zeitungen zu berichten, ohne das Woher und Wieso zu erklären, später wurden alle überlebenden Radionov-Leute eingesperrt. Na, und wen haben die Deutschen gegen die Radionov-Brigade eingesetzt? Die Brigade Kaminskis, niemand anderen. Im Mai 1944 auch noch 13 ihrer Divisionen, um das Partisanenland auszuaddieren. Das war's, was die Deutschen von all diesen bunten Pokarben, dem St. Georgskreuz samt dem Andreas Wappen hielten. Die Sprache der Russen und der Deutschen waren gegenseitig unübersetzbar, unausdeutbar, niemals auf einen Nenner zu bringen. Schlimmer noch, im Oktober 1944 wurde die Kaminski-Brigade zusammen mit muslimischen Einheiten von den Deutschen gegen das aufständische Warschau eingesetzt. Während die einen Russen arglistig hinter der Weichsel schlummerten und den Untergang Warschaus durch Feldstecher Beugten, metzelten andere Russen den Aufstand nieder. Als ob die Polen im 19. Jahrhundert nicht Böses von den Russen erfahren hätten, mussten auch noch die krummen Messer des Zwanzigsten in die alten Wunden stechen. Ob das schon alles war? Ob schon zum letzten Mal? Gradliniger war scheinst der Wählergang des Ossintorfer Bataillons, das inzwischen nach Pskov verlegt worden war. Etwa 600 Soldaten und 200 Offiziere waren es in russischer Uniform mit der weiß-blau-roten Fahne und unter dem Kommando von Emigranten wie I.K. Sacharow und Lambsdorff. Das Bataillon wurde auf die Stärke eines Regiments gebracht und sollte unter Berücksichtigung der dortigen Banksarbeiterlager als Fallschirmtruppe an der Linie Walogdar- Archangelsk abgesetzt werden. Das ganze Jahr 1943 aber gelang es Igor Sacharow seine Leute aus dem Einsatz gegen Partisanen herauszuhalten. Daraufhin wurde er kaltgestellt, das Bataillon aber entwaffnet, ins Lager zurückgeschickt, später an die Westfront verlegt. Verloren, vergessen, als unnütz längst verworfen von den Deutschen war der ursprüngliche Plan. Im Herbst 1943 wurde der Beschluss gefasst, dass russische Kanonenfutter zum Atlantikwald zu bringen, gegen französische und italienische Partisanen einzusetzen. Wer von den Vlasov-Leuten politische Motive oder Hoffnungen im Sinne hatte, dem waren sie verloren gegangen. Die Bewohner der besetzten Gebiete verachteten sie als deutsche Söldlinge, die Deutschen schauten auf sie wegen ihres russischen Blutes herab. Ihre kümmerlichen Publikationchen wurden von der deutschen Zensurschere auf Großdeutschland und Führer zugeschnitten und darum blieb den Vlasov-Leuten einzig der Kampf bis aufs Messer und in den Musestunden der ewige Wurt gar. Ihr Schicksal war von Anfang an besiegelt und es gab für sie in all den Jahren des Krieges und der Fremde kein entrinnen irgendwo hin. Schon mit dem Rücken an der Wand schon am Vorabend des Untergangs hielten Hitler und seine Umgebung noch immer an ihrem unbeirrbaren Misstrauen gegen eigenständige russische Verbände fest. Noch immer konnten sie sich nicht zu ganzheitlichen russischen Divisionen entschließen, in denen sie den Schimmer eines unabhängigen ihnen nicht unterworfenen Russlands witterten. Erst im Getöse des letzten Zusammenbruchs im November 1944 wurde die Bewilligung zur späten Show gegeben. Alle nationalen Gruppen des Komitees zur Befreiung der Völker Russlands durften sich in Prag versammeln und ein Manifest erlassen. Eine Missgeburt wie die früheren, denn sich ein Russland ohne Deutschland und ohne den Narzissmus vorzustellen war darin verboten. Vorsitzender des Komitees wurde Vlasov. Erst im Herbst 1944 wurden die durchweg aus Russen bestehenden eigentlichen Vlasov-Divisionen aufgestellt. Die weisen deutschen Politiker gaben sich offensichtlich dem Glauben hin, dass die russischen Ostarbeiter gerade jetzt scharenweise zu den Waffen eilen würden. Die Rote Armee stand inzwischen schon an der Weichsel und an der Donau. Und wie zum Hohn, wie um den Weitblick der kurzsichtigen Deutschen zu bestätigen, führten die Vlasov-Divisionen ihren ersten und letzten selbstständig ausgeheckten Schlag gegen die Deutschen. Ende April, als rundherum alles niederkrachte, versammelte Vlasov bereits ohne Absprache mit dem Oberkommando seine zweieinhalb Divisionen in der Nähe von Prag. Da wurde es ruchbar, dass SS-General Steiner Vorbereitungen traf, um die tschechische Hauptstadt zu vernichten, ehe er sie dem Feind übergab. Und Vlasovs Divisionen liefen auf seinen Befehl zu den aufständischen Tschechen über. Und was sich an Bitterkeit, Kränkung und Zorn in den geknebelten russischen Herzen während dieser unbarmherzigen und wirren drei Jahre gegen die Deutschen gespeichert hatte, tobte sich jetzt im Angriff aus. Die Deutschen wurden überrumpelt und aus Prag vertrieben. Ob sich wohl alle Tschechen später darüber im Klaren waren, welche Russen ihnen die Stadt bewahrten? Bei uns wird die Geschichte verzerrt, darum heißt es, dass Prag von den sowjetischen Truppen gerettet wurde, obwohl die gar nicht hätten zur rechten Zeit kommen können. Danach begann die Vlasov-Armee ihren Rückzug nach Bayern den Amerikanern entgegen. Die Alliierten waren nunmehr ihre einzige Hoffnung, wenn sie nur den Alliierten von Nutzen sein konnten. Dann würde auch ihr langjähriges Baumern in den deutschen Schlinge einen Sinn erhalten. Doch die Amerikaner empfingen sie in Wehr und Waffen und zwangen sie, wie von der Konferenz in die Allt davor gesehen, zur Übergabe an die sowjetische Seite. Im gleichen Monat Mai folgte in Österreich ein gleich loyaler alligierter Schritt, welcher bei uns aus gewohnter Bescheidenheit verschwiegen wurde. Churchill lieferte dem sowjetischen Kommando das Kosakenchor aus, 90.000 Mann und dazu einen großen Tross mit Weib und Kind und Kegel und allem, was nicht an die heimatlichen Kosakenflüsse zurückkehren wollte. Der große Staatsmann, von dessen Denkmälern der einst ganz England übersät sein wird, hatte befohlen, auch diese ans Messer zu liefern. Einige Tage vor meiner Verhaftung geriet auch ich unter Vlasowsche Kugeln in dem von uns umzingelten gab es ebenfalls Russen. In einer der letzten Januar-Nächte unternahm ihre Abteilung einen Ausbruchsversuch gegen Westen ohne Artillerievorbereitung schweigend. Da es keine durchgehende Front gab, vertieften sie sich rasch in unsere Stellungen und nahmen meine vorgeschobene Schallmessbatterie in die Zange, so dass ich Mühe hatte, meine Leute über die letzte freie Straße hinauszulotsen. Um ein angeschossenes Fahrzeug zu holen, kehrte ich später zurück und sah, wie sie sich vor Morgengrauen alle in Tarnmänteln auf dem Schnee zusammenrotteten, dann plötzlich aufsprangen, mit Hurra gegen die Feuerstellung der 152-Millimeter-Division beim Adelich Schwenkkitten losstürmten und die zwölf schweren Geschütze, ehe sie einen einzigen Schuss abgeben konnten, mit Handgranaten außer Gefecht setzten. Von ihren Leuchtkugeln begleitet Flo unser letztes Häuflein drei Kilometer weit über weglose Schneefelder bis zur Brücke über den schmalen Passagefluss. Bald folgte meine Verhaftung und so saßen wir nun am Vorabend der Siegesparade alle gemeinsam auf den Pritschen der Botilka, ich rauchte ihre Stummel zu Ende und sie die meinen und ich trug mit einem von ihnen das blecherne Abortgefäß hinaus sechs Eimer, wenn's voll war. Heute, ein Vierteljahrhundert später, da die Mehrzahl von ihnen in den Lagern zugrunde gegangen ist und die Überlebenden den Rest ihrer Jahre im hohen Norden dahin bringen, wollte ich mit diesen Seiten daran dass dies eine für die Weltgeschichte recht ungewöhnliche Erscheinung ist, wenn einige hunderttausend junge Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren im Bündnis mit dem ärgsten Feind die Waffen gegen ihr Vaterland erheben. Dass man sich vielleicht überlegen sollte, wer die größere Schuld dafür trägt, diese Jungen oder das altehrwürdige Vaterland. Dass man dies mit biologischer Treulosigkeit nicht erklären kann, sondern soziale Ursachen suchen muss. Denn es stimmt, was im alten Sprichwort heißt, das Futter treibt den Gaul nicht aus dem Stall. So denke man sich das. Ein Feld. Und auf dem Feld treiben verwahrloste und verwilderte, zu gerippen abgemagerte Pferde umher. Noch saßen in jenem Frühjahr viele russische Immigranten in den Zellen. Es mutete einen beinahe wie ein Traum an, die Rückkehr der vergangenen Geschichte. Längst waren die Werke über den Bürgerkrieg zu Ende geschrieben und in den Regalen verstaut, seine Belange gelöst und seine Ereignisse in den Chronologien der Lehrbücher vermerkt. Die führenden Männer der Weißen Bewegung waren uns nicht mehr Zeitgenossen auf Erden, sondern Gespenster aus nebliger Vergangenheit. Die russischen Immigranten, die es härter über die Welt verstreut hatte, als die Stämme Israels mussten, wenn nicht überhaupt längst verkümmert, nach unseren sowjetischen Vorstellungen ein elendes Dasein fristen. Nichts als Eintänzer in drittklassigen Lokalen, Lakaien, Wäscherinnen, Bettler, Morphinisten und lebende Leichname. Bis zum Krieg von 1941 war unseren Zeitungen, genauso wenig wie der hohen Belletristik und der literarischen Kritik, auch nur Andeutungsweise zu entnehmen und unsere Sattenmeister ließen uns darauf im Dunkeln, dass das russische Ausland eine große geistige Welt darstellte, in der eine russische Philosophie blühte, mit Bulgakov, Berdjajev, Lovsky, eine viel umjubelte russische Kunst mit Rachmaninov, Schalyapin, Diagilev, der Pavlovla, dem Maler Benoit und dem Kosakenchor von Yarov, dass dort eine profunde Dostoyevsky-Forschung getrieben wurde, während sein Name bei uns zu damaliger Zeit mit dem Bannfluch belegt war, dass es diesen unglaublichen Schriftsteller Nabokov gab, dass Bunin noch lebte und gewiss doch in den 20 Jahren etwas geschrieben hatte, dass literarische Zeitschriften verlegt und Stücke in russischer Sprache inszeniert wurden, dass sich Landsleute auf Kongressen versammelten, wo Russisch gesprochen wurde, dass die Emigrantenmänner nicht die Fähigkeit verloren, Emigrantenfrauen zu heiraten und mit diesen Kindern zu zeugen, die somit unsere Altersgenossen waren. Die Vorstellung, die wir im Lande über die Emigranten eingepaukt bekamen, war derart falsch, dass bei einer imaginären Massenbefragung, auf wessen Seite standen die Emigranten im Spanischen Bürgerkrieg, im Zweiten Weltkrieg, wohl alle wie aus einem Munde geantwortet hätten, auf Frankos, auf Hitlers. In unserem Lande weiß man ja bis heute nicht, dass es viel mehr Weißimmigranten in den Reihen der Republikaner gegeben hatte, dass sowohl die Vlasov-Divisionen als auch das Kosakenchor des von Pannwitz, die Krasnov-Leute, aus sowjetischen Bürgern bestanden und am allerwenigsten aus Immigranten. Denn die Immigranten wollten mit Hitler nichts zu tun haben. Einsam und von allen abgelehnt blieben ergriffen hatten. Als witzige Anekdote oder auch gar nicht als solche sei erzählt, dass Denikin sich eifrig bemühte, auf Seiten der Sowjetunion gegen Hitler ins Feld zu ziehen und dass Stalin eine Zeit lang nahe daran war, ihn in die Heimat zurück zu holen. Offensichtlich nicht gerade als militärische Kapazität, eher schon als Symbol der nationalen Einigung. Während der deutschen Besetzung stießen viele russische Emigranten, ob jung ob alt zur französischen Resistanz und nach der Befreiung von Paris standen sie vor der sowjetischen Botschaft Schlange um die Heimführung zu beantragen. Was immer geschehen war, Russland bleibt Russland, das war ihre Parole und sie bewiesen damit, dass sie ihre Liebe zu ihm auch früher ehrlich gemeint hatten. In den Gefängnissen von 1945-46 waren sie fast so etwas wie glücklich darüber, dass diese Gitter und diese Aufseher unsere russischen Gitter und Aufseher waren. Verständnislos starrten sie auf die sowjetischen Jünglinge, die sich im Nachhinein verdattert fragten, was zum Teufel, hatten wir das nötig? Als ob uns Europa zu klein war. Dieselbe stalinische Logik, die jeden Sowjetmenschen für Lagerreif erklärte, der eine Weile im Ausland verlebt hatte, brachte den Emigranten das Gleiche los. Wie hätte es sie nicht treffen sollen? Sobald sowjetische Truppen in eine Stadt einzogen, ob am Balkan, in Mitteleuropa oder in Harbin, begann die Aktion. Man schnappte sie in ihren Wohnungen und auf der Straße, es waren ja keine Fremden. Für das Erste wurden nur die Männer verhaftet und nicht einmal alle, sondern wer sich im politischen Sinne exponiert hatte. Die Familien wurden später in die altbewährten russischen Verwannungsorte gebracht, ein Teil blieb zurück, in der Tschechoslowakei, in Bulgarien. Aus Frankreich, wo man ihnen mit Blumen und Ehren die Staatsbürgerschaft verlieh, wurden sie mit allem Komfort in die Heimat eskortiert. Das Verknasten wurde vor Ort erst besorgt. Langwieriger wickelte sich die Sache mit den Shanghai Immigranten ab, die waren 1945 noch außer Reichweite. Da fuhr ein Bevollmächtigter der sowjetischen Regierung hin und verkündete einen Erlass des obersten Sowjet. Vergessen und verziehen sei alles Immigrantentum. Wer wollte dem misstrauen? Eine Regierung soll lügen? Ob es den Erlass gegeben hat oder nicht, den Organen war er allemal kein Geheiß. Die Schanghaier bekundeten ihre Begeisterung. Sie dürften, so hieß es, jede Menge und jede Art von Sachen mit sich nehmen. Sie verfrachteten ihre Autos, das kam der Heimat zugute, sich in der Sowjetunion ansiedeln. Wo immer sie wollten, beliebige Berufe ausüben, versteht sich. In Shanghai ging's aufs Schiff. Doch schon das Schicksal der Schiffe war unterschiedlich. Auf manchen gab's, wer weiß warum, kein Essen. Unterschiedlich war auch der weitere Weg aus dem Hafen nach Hortgar, einem der wichtigsten Umschlagplätze des Gulag. Fast alle wurden in Güterzüge verladen, wie Häftlinge, bloß die strenge Bewachung und die Hunde fehlten noch. Von da ging es mit den einen in besiedelte Regionen, in Städte, wo sie tatsächlich für zwei, drei Jahre von der Leine gelassen wurden, die anderen fuhren geradewegs ins Lager. Der Zug hielt irgendwo noch vor der Volga mitten im Wald und da hieß es aussteigen und den steilen Bahndamm hinunter samt den weißen Klavieren und der letzte fernöstliche Immigranten Kehricht schön sauber in die Lager gefegt. Kapitel 7 Im Maschinenraum Die anliegende Box des Petirka Bahnhofs, die berühmte Filzbox, wo die Neuankömmlinge durchsucht werden und es Platz genug gab, dass fünf, sechs Aufseher in einem Schub bis zu 20 Seki bearbeiten konnten, stand an diesem Tag leer, blank die großen Filzertische, nur etwas abseits saß an einem kleinen zufälligen Tischchen von einer herabhängenden Lampe angeleuchtet ein adretter schwarzhaariger NKWD-Major. Sein Gesicht drückte im Wesentlichen geduldige Langeweile aus. Es war reine Zeitverschwendung für ihn dazusitzen, bis alle Häftlinge einzeln vor und ab geführt worden waren. Das Einsammeln der Unterschriften wäre, bedeutend schneller zu bewerkstelligen gewesen. Er wies mich auf den Schemel, der vor dem Tisch stand, erkundigte sich nach meinem Namen. Zu seiner rechten und zu seiner linken lagen durch das Tintenfass getrennt zwei Stöße mit völlig gleichen weißen Zettelchen vom Schreibmaschinenpapier das halbe Format, nicht größer als das, was man üblicherweise in den Hausverwaltungen als Heizungsquittung und in den Büros als Vollmacht zum Empfang von Schreibmaterial ausgehändigt bekommt. Der Major durchblätterte den ersten Stoß und fand den Zettel, der mich betraf, zog ihn hervor, leierte gleichgültig den Inhalt herunter, ich fing noch auf acht Jahre und kritzelte auf der Rückseite auch schon den Vermerk, dass mir der Text am Sohn zu Vierten zur Kenntnis gebracht worden sei. Mein Herz schlug um keinen halben Schlag schneller. So alltäglich war das. Soll das wirklich mein Urteil gewesen sein, die Schicksalsstunde meines Lebens? Ich hätte gern eine Bewegtheit verspürt, dem Augenblick angepasst. Es wollte mir nicht gelingen. der Major schlug schlug unterdessen den Zettel hin mit der Rückseite nach oben und der sieben Kopäken Federhalter mit einem aus dem Tintenfass hervorgezogenen Faserklumpen an der Spitze lag für mich parat. Nein, ich muss es selber lesen. Glauben Sie, dass ich sie anlüge? erwiderte schläfrig der Major. Na, meinetwegen und gab unwillig den Zettel frei. Ich drehte ihn um und begann die Sache absichtlich langsam zu studieren, nicht Wort für Wort, sondern jeden Buchstaben für sich. Es war Maschinen geschrieben, allerdings nicht das erste Exemplar, sondern eine Kopie. Auszug aus dem Beschluss des OSO beim NKWD der UdSSR vom 7. Juli 1945 Nummer Punkt 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 Das war dick unterstrichen und der Rest durch eine gepunktete Vertikale in zwei Teile geschnitten. Zur Verhandlung stand die Anklage gegen so und so Name geboren am in und beschlossen wurde besagten so und so wegen antisowjetischer Agitation und versuchte Gründung einer antisowjetischen Organisation mit 8 Jahren Besserungsarbeitslager zu bestrafen. Die Abschrift beglaubigt Punkt 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 Sekretär. Ob ich wirklich einfach unterschreiben und schweigend und schweigend und schweigend fortgehen sollte? Ich sah den Major an. Will er mir nicht etwas sagen? Erläutern? Nein, er hatte nicht die Absicht. Er winkte schon dem Aufseher an der Tür, den nächsten bereit zu halten. Um dem Augenblick wenigstens ein bisschen Bedeutsamkeit zu verleihen, fragte ich in tragischem Ton, aber das ist doch furchtbar. Acht Jahre? Wofür? Und hörte selber, dass meine Worte falsch klangen. Von Furchtbarem spürten weder ich noch er etwas. Da hier zeigte mir der Major noch einmal, wo ich zu unterschreiben hatte. Ich unterschrieb. Mir fiel einfach nicht ein, was ich noch tun könnte. Dann erlauben Sie mir zumindest, dass ich hier gleich die Berufung niederschreibe. Das Urteil ist doch er meinen Zettel auf dem linken Stoß ablegte. Folgen Sie mir, befahl der Aufseher und ich folgte. Ich war, wie sich herausstellte, nicht schlagfertig genug. Georgi Tenno, dem sie allerdings einen Zettel auf 25 Jahre brachten, antwortete so, das bedeutet doch lebenslänglich. Wenn man einen in früheren Jahren zur lebenslangen Haft verurteilte, wurden die Pauken geschlagen und macht es wie mit einer Seifen Quittung. 25 und der Nächste bitte. Arnold Rapoport nahm die Feder und schrieb auf der Rückseite, ich protestiere kategorisch gegen das gesetzwidrige Terrorurteil und fordere meine sofortige Freilassung. Der Urteilsverkünder hatte bis dahin geduldig gewartet und wurde erst zornig, als er das Geschriebene las. Er zerriss den Wisch samt Auszug. Macht nichts. Das Urteil blieb in Kraft, war ja bloß eine Kopie. Vera Kornejeva aber rechnete mit 15, wie groß dann ihre Freude, als sie auf dem Zettel nur 5 stehen sah. Sie begann zu lachen, ihr strahlendes Lachen und beeilte sich zu unterschreiben, ehe sie es ihr fortnahm. Der Offizier stutzte. Haben Sie auch richtig verstanden, was ich Ihnen vorgelesen habe? Ja, ja, besten Dank, fünf Jahre Besserungs Arbeitslager. Ruskas Janosch, ein Ungar, bekam sein Zehnjahresurteil auf dem Gang vorgelesen, in Russisch und ohne Übersetzung. Er begriff nicht, dass das, was er unterschrieb, ein Urteil war, wartete noch lange auf die Gerichtsverhandlung, erinnerte sich viel später im Lager dumpf an den Vorfall. Da ging's ihm auf. Die nirgendwo, weder in der Verfassung noch im Gesetzbuch erwähnten OSOS, die Sonderausschüsse des NKWD, erwiesen sich als handlichste Zackmaschine, anspruchslos und gefügig, bedurften sie keiner Gesetze zur Wartung. Das Strafgesetz war eine Sache, die OSO's eine andere, so rotierten sie dann flott, von den 205 StGB Paragrafen gänzlich unbelastet, die erwähnten sie auch nicht. Im Lager hatten sie dazu ein altes Sprichwort neu gefasst. Gegen das Nichts gibt's auch kein Gericht, nur den Sonderausschuss. Natürlich brauchte er zu Bedienungszwecken irgendwelche kodierten Inputsignale, doch dafür hat er sich in eigener Regie die Buchstaben Paragrafen erarbeitet. Eine wesentliche Erleichterung für die betriebliche Manipulation, das Kopfzerbrechen um die Anpassung an die StGB Formulierung erübrigte sich, deren Gesamtzahl auch ein Kind leicht im Gedächtnis behalten konnte. Ein Teil wurde von uns bereits erwähnt. ASA Antisowjetische Agitation KRD Kontrarevolutionäre Tätigkeit KRDT Kontrarevolutionäre trotzkistische Tätigkeit Das winzige T erschwerte dem SEC das Leben im Lager um Vieles. P Sch Spionageverdacht Ein über den Verdacht hinausgehendes Spionieren wurde ans Tribunal weitergeleitet. SWP Sch Beziehungen, die zum Spionageverdacht führen. KRM Kontrarevolutionäres Denken WAS Ausbrütung antisowjetischer Stimmung SOE Sozialgefährliches Element SWE Sozialverdacht Schädliches Element PD Verbrecherische Tätigkeit Großzügig Ausgeteilt an die ehemaligen Lager-Säki, wenn es gar keinen anderen Vorwurf mehr gab und schließlich das sehr voluminöse T Sch Familienmitglied desjenigen, der unter den vorherigen Buchstaben abgeurteilt worden war. Vergessen wir nicht, dass diese Buchstabenparagrafen keineswegs gleichmäßig über die Jahre und Menschen verstreut waren, sondern ähnlich wie die Strafparagrafen und UKAS-Punkte als plötzliche Seuchen ausbrachen. Ein weiterer Vorbehalt ist der, dass die OSO's gar keinen Anspruch darauf erhoben, Urteile zu fällen. Sie urteilten nicht, sie verhängten Verwaltungsstrafen, sonst nichts. Die juristische Ungebundenheit erscheint demnach durchaus einleuchtend. Doch obwohl die Verwaltungsstrafe nicht beanspruchte, ein Gerichtsurteil zu werden, konnte sie 25 Jahre betragen und Folgendes einschließen. Den Verlust aller Dienstgrade und Auszeichnungen, die Einziehung des gesamten Vermögens, die Strafverbüßung im Kerker, das Briefverbot. Und es verschwand ein Mensch in der Versenkung, wie es ein primitiver Gerichtsbeschluss nie sicherer bewerkstelligt hätte. Ein wichtiger Vorzug des OSO lag auch noch darin, dass es gegen seine Beschlüsse keine Berufung gab. Es war niemand zum Anrufen da, keine Instanz über dem OSO und keine darunter. Er unterstand niemandem als dem Innenminister, Stalin und Luzifer. Von nicht geringem Wert war auch die Schnelligkeit des OSO. Sie wurde lediglich durch die Tippgeschwindigkeit in Grenzen gehalten und schließlich kam der OSO ohne persönliche Vorführung des Angeklagten aus, somit den in- und externen Gefängnisverkehr entlastend. Sie benötigten nicht einmal sein Foto. In Zeiten der intensiven Gefängnisbeschickung boten die OSOs auch noch aus einem Vorteil, nämlich, dass der Gefangene nach Beendigung der Untersuchung sofort ins Lager abgeschoben werden konnte, statt jemand anderen den Platz auf dem Zellenboden wegzunehmen, verdiente er sich dort durch ehrliche Arbeit sein Brot. Die Durchschrift des Auszugs konnte er immer noch irgendwann später lesen. Eine Hecke von Auslegungen, Nachträgen und Instruktionen umrangt einen jeden StGB-Paragrafen. Wenn die Straftaten des Angeklagten durch Gesetze nicht zu erfassen sind, kann er immer noch verurteilt werden, nämlich, in Analogie, welche Möglichkeiten, oder einfach wegen seiner Herkunft, das heißt, Zugehörigkeit zum Beispiel zu einem sozial gefährlichen Milieu, oder wegen des Unterhaltens von Beziehungen mit gefährlichen Personen. Eine großzügige Palette und nur der Richter weiß, worin die Beziehungen bestehen und welche Person als gefährlich zu erachten ist. Eins darf man nicht von den editierten Gesetzen Genauigkeit verlangen. Es erschien am 13. Januar 1950 ein UK über die Wiedereinführung der Todesstrafe. Die aus den Kellern der Ljubljanka vermutlich niemals vertrieben worden war. Da stand geschrieben, dass Unterminierende die Versionsakte mit dem Tode bestraft werden könnten. Was soll das heißen? Darüber stand nichts. Ein Faible von Väterchen Josef Viserionovic nicht zu Ende zu sprechen, anzudeuten. Soll es sich bloß um die Handel die Minen an Eisenbahngeleisen anbringen? Um Mineure? Das wird verschwiegen. Saboteur, das kennen wir schon lange. Wer Ausschuss produziert, ist eben ein Saboteur. Aber ein Unterminierer? Wenn einer zum Beispiel in der Straßenbahn gesprächsweise die Autorität der Regierung unterminiert oder ein Mädchen einen Ausländer heiratet, ist es nicht als Unterminierung der Würde unserer Heimat zu werten? Es richtet ja keineswegs der Richter. Der Richter kassiert ledig der Just Gehalt. Das Richten besorgt die Instruktion. Instruktion von 1937 10 20 Tod durch erschießen Instruktion von 1943 20 Zwangsarbeit Tod durch den Strang. Instruktion von 1945 durchgehend 10 plus 5 Aberkennung der Bürgerrechte eine Arbeitskraft für insgesamt drei Fünfjahrespläne. Instruktion von 1949 durchgehend 25 Die Maschine stempelt. Wer einmal verhaftet ist, verliert alle seine Rechte schon mit den Knöpfen, die sie ihm an der Schwelle des Gb von den Kleidern schneiden. Der Verurteilung kann er nicht entgehen. Und die Rechtsgrundler haben sich so daran gewöhnt, dass sie sich 1958 unsterblich blamierten, indem sie in der Presse den Entwurf der neuen Grundlagen des Strafrechtsverfahren veröffentlichen ließen und darin die Möglichkeit eines Freispruchs zu vermerken, vergaßen. Das Regierungsorgan erteilte eine zarte Rüge. Es könnte der Eindruck entstehen, als ob unsere Geschichte und unsere Gerichte ausschließlich Schuldsprüche fällten. Andererseits klingt es vom Standpunkt der Juristen auch wieder plausibel, warum eigentlich soll das Ende eines Verfahrens in zwei Varianten möglich sein, wenn bei allgemeinen Wahlen nur für einen Kandidaten gestimmt wird. Ein Freispruch, das ist doch ökonomischer Nonsens. Das würde doch heißen, dass die Spitzel, die Verhafter, die Verhörer, die Staatsanwälte, die Gefängniswachen und die Begleitkonvois allesamt für nichts gearbeitet hätten. Hier ist ein einfacher und typischer Fall fürs Tribunal. 1941 sahen sich die operativen Sonderdienstabteilungen unserer inaktiven in der Mongolei stationierten Truppen zu besonderer Reg und Wachsamkeit veranlasst. Dies machte sich ein schlauer Fälscher namens Losowski zunutze, der den begründeten Verdacht hegte, dass sich ein ihm nahestehendes Frauenzimmer mit dem Leutnant Pavel Chulpenjow eingelassen hatte. Er stellte Chulpenjow unter vier Augen einige Fragen. Erstens Was meinst du, warum wir vor den Deutschen zurückweichen? Chulpenjow, sie besitzen die bessere Technik und haben früher mobil gemacht. Losowski, nein, es ist ein Manöver, wir locken sie ins Landesinnere. Zweitens Glaubst du an die Hilfe der Alliierten? Chulpenjow, ich glaube, dass sie uns helfen werden, allerdings nicht selbstlos. Losowski, betrügen werden sie uns, keinen Pfifferling ist ihre Hilfe wert. Drittens Warum wurde gerade Baroshilow zum Oberkommandierenden zur Nordwestfront gemacht? Chulpenjow gab seine Antwort und vergaß die Sache. Losowski aber schrieb eine Anzeige. Chulpenjow wird in die Politabteilung der Division geholt und wegen defatistischer Stimmungen, Hochschätzung der deutschen Technik, Geringschätzung der Strategie unserer Führung aus dem Komsomol ausgeschlossen. Das lauteste Wort führt der Komsomol-Organisator Kaljagin, der sich bei Chalchin-Gol vor Chulpenjow als Feigling aufgeführt hatte und den Zeugen nun billig und für immer loswerden will. Die Verhaftung Eine einzige Gegenüberstellung mit Losowski. Ihr damaliges Gespräch wird vom Untersuchungsrichter nicht zur Sprache gebracht. Die einzige Frage kennen Sie diesen Mann? Ja, Zeuge, Sie können gehen. Der Untersuchungsrichter befürchtet, dass die Anklage sonst zusammenbricht. Nach einmonatigem zermürbenden Sitzen in der Grube wird Chulpenjow zum Tribunal der 36. Motorisierten Division vorgeführt. Anwesend sind Divisionskommissar Libiedev und Politchef Slessaryov. Der Zeuge Losowski wird nicht einmal vorgeladen. Allerdings wird man nach der Verhandlung durchaus noch die Unterschriften von Losowski und von Kommissar Serjogin einholen, um dem Ganzen die erforderliche juristische Verbreimung zu geben. Die Fragen des Gerichtshofes haben sie mit Losowski Gespräche geführt. Was hat er sie gefragt? Was haben sie geantwortet? Chulpenjow gibt treuherzig Auskunft. Er weiß noch immer nicht, was er verbrochen haben soll. Das sagen doch viele, meint er naiv. Das Gericht lässt mit sich reden. Wer sagt das? Nennen sie Namen? Aber Chulpenjow ist nicht von ihrem Schlag. Sie geben ihm das letzte Wort. Ich bitte das Gericht, meinen Patriotismus nochmals auf die Probe zu stellen. Ich bitte um einen Auftrag, der mit Todesgefahr verbunden ist. Und fährt fort der treuherzige Riese für uns gemeinsam, für mich und für die, die mich verleumdet haben. Hat man sowas gehört? Solche ritterlichen Anwandlungen im Volk zu ersticken gehört zu unserem Auftrag. Pillen zu verteilen, Sajogin die Soldaten zu erziehen. Auch ist es nicht wichtig, ob du stirbst oder nicht. Wichtig ist, dass wir auf der Wacht stehen. Achtes Kapitel Das Gesetz in den Kinderschuhen Wir vergessen alles. Wir merken uns nicht das Gewesene, nicht die Geschichte, sondern nur das geradlinige Muster, dass man unserem Gedächtnis durch stetes Hämmern einzustanzen verstand. Ich weiß nicht, ob es eine Eigenschaft der gesamten Menschheit ist, aber eine unseres Volkes ist es bestimmt. Eine missliche Eigenschaft, auch wenn sie von zu viel Gutmütigkeit herrühren sollte, ist sie misslich und ärgerlich trotzdem. Zur leichten Beute macht sie uns für Lügner aller Art. Wenn es also unerwünscht ist, dass wir uns sogar an öffentliche Prozesse erinnern, vergessen wir sie prompt. Unverhohlen war es gesagt, in den Zeitungen stand es geschrieben, aber sie haben versäumt, uns eine Kerbe ins Hirn zu schlagen und schon und schon das vergessen. Die Kerbe im Hirn kommt nur von dem, was tagtäglich aus dem Lautsprecher schallt. Nicht die Jungen meine ich, die wissen es nicht, sondern die Zeitgenossen jener Prozesse. Fragen Sie doch einen Durchschnittsbürger nach den spektakulären Schauprozessen. Er wird den Bucharin-Prozess, den Sinoviev-Prozess nennen und nach einiger Anstrengung jenen der Industriepartei. Schluss. Andere Schauprozesse gab es nicht. Sie begannen jedoch sofort nach dem Oktober. Sie wurden bereits 1918 en masse und in vielen Tribunalen geführt, als es noch keine Gesetze, keine Strafgesetzbücher gab und als den Richtern als Richtschnur einzig die Bedürfnisse der Arbeiter- und Bauernmacht galten. Sie eröffneten, so schien es damals, die Zeiten furchtloser Gesetzlichkeit. Irgendwann wird sich irgendwer noch finden, ihre detaillierte Geschichte zu schreiben, wir aber wollen uns gar nicht erst vermessen, sie in unsere Untersuchung einzubeziehen. Anmerkung des Herausgebers Abschluss. Dieses Kapitel behandelt die öffentlichen Gerichtsverfahren, die in den ersten Jahren nach dem Erfolg der bolschewistischen Revolution durchgeführt wurden. Insbesondere werden fünf Verfahren von 1918 bis 1920 dargestellt. Anhand dieser kann man bereits die willkürliche Art der Anschuldigungen und die Zusammenarbeit von Staatsanwälten und Verteidigern gegen die Angeklagten ersehen. Neuntes Kapitel Das Gesetz wird Flüge Anmerkung des Herausgebers Dieses Kapitel beschreibt das Recht in den früheren 20er Jahren, als es sich noch im Pfadfinderstadium befand. Ausführlich werden fünf Verfahren geschildert, darunter solche gegen prominente Führer der Kirche, die mit der Exekution der Angeklagten endeten. Ziel dieser Verfahren war es, die Unterdrückung und Plünderung der Kirche zu beschleunigen. Lenin verfasste den politischen Abschnitt des Kriminalrechts. Dieser Teil war für das ganze Recht maßgeblich. Zehntes Kapitel Das Gesetz ist reif. Anmerkung des Herausgebers dieses Kapitel führt das Thema der beiden vorangegangenen fort und behandelt vor allem drei Verfahren der späten 20er und frühen 30er Jahre. In dieser Zeit geraten loyale Ingenieure selbst kommunistische Genossen unter Beschuss. Kapitel 11 Das Höchstmaß Die Geschichte der Todesstrafe in Russland windet sich im Zickzack durch die Zeiten. In der Gesetzessammlung des Zaren Alexej Mikhailovich waren 50 Verbrechen für das Schafott auserkoren und in den Militärsatzungen von Peter dem Großen bereits 200 entsprechende Delikte. Die Kaiserin Elisabeth hob die Todesstrafe zwar nicht auf, ließ sie aber auch keinmal anwenden. Es heißt, sie habe bei der Thronbesteigung ein Gelübde abgelegt, niemanden hinzurichten und sie hielt sich in den 20 Jahren ihrer Herrschaft daran. Trotz des siebenjährigen Krieges, den sie führte, kam sie ohne aus. Ein erstaunliches Beispiel für die Mitte des 18. Jahrhunderts, ein halbes Säkulum vor dem jakobinischen Köpferollen. Allerdings ist es uns zur zweiten Natur geworden, alles Vergangene zu bespötteln, nur kein gutes Haar dran zu lassen. So kann auch Elisabeth ohne große Mühe angeschwärzt werden. Ersetzte sie doch die Hinrichtung durch das Auspreitschen, das Nüstern Ausreißen, das Brandmarken von Dieben und die ewige Verbannung nach Sibirien. Ein gutes Wort sei aber auch zugunsten der Kaiserin vorgebracht. Wie hätte sie es den öffentlichen Vorstellungen zum hohen Resoluta anpacken sollen? Und ob nicht auch der heutige Todeskandidat diesen ganzen Komplex aus freien Stücken über sich ergehen ließe, dass bloß die Sonne nicht aufhört, ihm zu scheinen? Wir aber schlagen ihm aus lauter Menschlichkeit nicht vor. Vielleicht auch wird der Leser dieses Buches als bald geneigt sein, den elisabethanischen Strafen gegenüber einem Zwanziger oder auch nur einem Zehner in unseren Lagern den Vorzug geben. Unserer heutigen Terminologie folgend müssten wir sagen, dass Elisabeth einen allgemein menschlichen, Katharina die zweite hingegen, einen Klassenstandpunkt vertrat, welcher folglich auch der richtige war. Gar niemanden hinzurichten schien ihr befremdlich und der Staatsräson nicht bekömmlich. So ließ sie denn das Schafott zu ihrem, des Thrones und des Regimes Schutze als durchaus unerlässlich bestehen. Es stand mithin für politische Fälle bereit, für die Kriminellen aber, für die Bytowiki durfte die Todesstrafe, warum auch nicht, als aufgehoben gelten. Unter Paul I. wurde die Abschaffung der Todesstrafe bestätigt. Der Kriege gab's genug, trotzdem waren die Regimenter ohne Tribunale, und während der ganzen langen Zeit der Herrschaft von Alexander I. wurde die Todesstrafe nur wegen einiger im Feldzug von 1812 begangenen militärischen Vergehen verhängt. Nun wird man uns sogleich den Spießrutenlauf vorhalten, stand nicht am Ende der gleiche Tod? Ganz gewiss hat es das heimliche Morden gegeben. Wer wollte es leugnen? Bloß, es kann einer auch durch die Gewerkschaftsversammlung in den Tod getrieben werden, und es blieben trotz allem ein halbes Jahrhundert lang von Pugatschow bis zu den Dekabristen, selbst die Staatsverbrecher in unserem Land davor verschont, durch gerichtlichen Beschluss vom Leben zum Tode befördert zu werden. Das Blut der Dekabristen hat unserem Staat den Mund wässrig gemacht. Seit damals und bis zur Februar-Revolution wurde die Todesstrafe für Staatsverbrechen weder aufgehoben noch vernachlässigt. In den Gesetzbüchern von 1845 und 1904 verankert, wurde ihre Anwendung auch noch durch die militär- und seerechtlichen Bestimmungen erweitert. Und wie viele sind nun innerhalb dieser Zeit in Russland hingerichtet worden? Wir führten bereits in Kapitel 8 die von liberalen Politikern in den Jahren 1905 bis 7 angestellten Berechnungen an. Diese können durch die geprüften Angaben von NS Tagantsev einem Kenner des russischen Strafrechts ergänzt werden. Bis 1905 wurde die Todesstrafe in Russland als außerordentliche Maßnahme gehandhabt. In den 30 Jahren von 1876 bis 1904 der Blütezeit des Terrorismus der Narodnaya Volga derzeit, da es nicht um in der Waschküche geäußerte Absichten ging, derzeit der Massenstreiks und Bauernunruhen derzeit, in der alle Parteien der künftigen Revolution gegründet und gefestigt wurden, gab es 486 Hinrichtungen, das heißt etwa 17 pro Jahr, und zwar die kriminellen Verbrecher mit Inbegriffen. In den Jahren der ersten Revolution und ihrer Niederwerfung schnellte die Zahl der Hinrichtungen hinauf und die russischen Menschen waren konsterniert. Tolstoi trieb die Tränen in die Augen und Korolenko schlug Sturm, mit ihm andere und viele. Von 1905 bis 1908 wurden 2200 Menschen hingerichtet, 45 im Monat. Es war, wie Tagancev schreibt, eine Hinrichtungsepidemie. Kaum hatte er das geschrieben, da kam sie auch schon zum Stillstand. Die provisorische Regierung hat bei ihrer Einsetzung die Todesstrafe zur Gänze aufgehoben und im Juli 1917 für die im Einsatz stehende Armee und die Frontgebiete wieder eingeführt. Sie stand auf militärische Verbrechen, Mord, Vergewaltigung, Raub und Plünderung, die in jenen Gebieten damals stark um sich griffen. Das war von den unpopulärsten Maßnahmen eine, an denen die provisorische Regierung letztlich zugrunde ging. Mit der Losung »Nieder mit der Todesstrafe, nieder mit Kerensky, der sie uns wiedergebracht« riefen die Bolschewiki zum Umsturz auf. Wenn man den offiziellen Dokumenten glauben darf, wurde die Todesstrafe im Juni 1918 im vollen Umfang, nein, nicht wiederhergestellt, sondern als neue Hinrichtungs-Ära konstituiert. Wenn wir annehmen, dass Latis nicht zu niedrig veranschlagt, sondern lediglich über unvollständige Angaben verfügt, und davon ausgehen, dass die Revolutionstribunale in ihrer richterlichen Arbeit der außergerichtlichen Aktivität der Tcheka zumindest ebenbürtig waren, kommen wir zu dem Schluss, dass in den 20 zentralen Gouvernements Russland in 16 Monaten von Juni 1918 bis Oktober 1919 mehr als 16.000 Menschen erschossen wurden. Das ergibt mehr als 1.000 im Monat. Im Übrigen war es vielleicht gar nicht diese einzelnen durch Gerichtsurteil ausgesprochenen oder unausgesprochenen gebliebenen, später zu tausenden anschwellenden Erschießungen, durch die sich die 1918 beginnende Hinrichtungsära dem russischen Menschen schaurig und berauschend ankündigte. Schrecklicher düngt uns jener in Mode gekommene Brauch der kriegführenden Parteien und später dann der Sieger ganzer Lastkähne zu versenken. Jedes Mal mit ungezählten, nirgendwo aufgezeichneten, nicht einmal aufgerufenen Hunderten von Menschen. Die Seeoffiziere im finnischen Meerbusen, im weißen und schwarzen und kaspischen Meer und noch 1920 eine Partie Geiseln im Baikasee. In unserer eng gefassten Gerichtsgeschichte findet das keinen Platz, dafür aber in der Geschichte der Sitten, woraus das weitere folgt. Wo hat es in all unseren Jahrhunderten vom ersten Juryk an eine ähnliche Ballung von Grausamkeiten und Morden gegeben wie im Bürgerkrieg? 1932-33 kam die Todesstrafe energisch zur Anwendung, da ging's mit dem Erschießen hoch her. In dieser friedlichen Zeit warteten allein in den Leningrader Kresti im Dezember 1932 265 Todeskandidaten gleichzeitig auf die Vollstreckung. Und in einem Jahr werden es in diesen Kresti wohl 1000 und darüber gewesen sein. Was waren es für Missetäter? Woher die vielen Verschwörer und Quirulanten? Na, da saßen zum Beispiel sechs Keuchhausbauern aus der Umgebung von Sarasco Yesiello, deren Schuld im folgenden Bestand. Auf der bereits mit ihren Händen abgemähten Keuchhauswiese häuten sie, was an den Erdhügeln übrig geblieben war, für die eigenen Kühe ab. Von diesen sechs Bauern wurde kein einziger durch das WZIK begnadigt, das Urteil wurde vollstreckt. Welche blutrünstige Saitchicha, welche noch so gemeine und widerliche Feudalherr hätte es wagen können, sechs Bauern wegen ein paar Büschel Gras zu töten? Ja, schon das Auspeitschen hätte genügt, dass wir seinen Namen behielten und in den Schulen verfluchten. Und nur zu hoffen bleibt's, dass der Bericht meines lebenden Zeugen dereinst dokumentarisch bestätigt werden wird. Wenn Stalin sonst niemand und niemals mehr umgebracht hätte. In meinen Augen hätte er allein für diese sechs Bauern in den Kresti des Vierteilen verdient. Und da gibt es dann noch welche in Peking, Tirana, Tiflis, ja, und auch von den Moskauer Fettwänsten genug, die sich uns anzugrunzen unterstehen. Wie habt ihr es wagen können, ihn zu entlarven, gegen den großen Toten die Hand zu erheben? Stalin gehört der kommunistischen Weltbewegung? Ich meine jedoch nur dem Strafgesetz. Die Völker der Erde Gedenken seiner mit Sympathie, nur jene nicht, die er vor seinen Karren gespannt und mit der Knute ausgepeitscht hatte. Genug. Wir kehren zur Gelassenheit und Unparteilichkeit zurück. Natürlich hätte das WZIK da dies versprochen, das Höchstmaß zur Gänze aufgehoben. Das Schlimme war bloß, dass das WZIK selber im Jahre 1936 vom Vater und Lehrer zur Gänze aufgehoben ward. Der oberste Sowjet indes, der hielt sich schon eher ans Vorbild der Kaiserin Anna Ioyanorna selig. Bald wurde nur noch ein Höchstmaß an Strafe gewährt, aber nicht mehr ein Höchstmaß jenes unerfindlichen Schutzes. Die Erschießungen von 1937-38 ließen sich auch nach Stalins Sprachgefühl nicht mehr in den Schutzbegriff zwängen. Über diese Erschießungen wer schafft uns die abprobierte Statistik herbei? Welcher Rechtsgrundler? Welcher Kriminalhistoriker? Wo finden wir das Sonderarchiv, das sich uns öffnet und die Zahlen liefert? Es gibt sie nicht. Wird sie auch nicht geben. Darum wollen wir uns unterfangen, lediglich jene Ziffern zu wiederholen, die dazu mal 1939 40 in der Budirka Taufrisch von Zelle zu Zelle geflüstert wurden, jene Gerüchte aus erster Hand, die von den hoch- und mittelrangigen gestürzten Jeschof-Leuten herrührten, welche kurz vor dem jene Zellen passiert hatten. Die wussten Bescheid. Es berichteten die Jeschof-Leute, dass in diesen zwei Jahren in der ganzen Union jene eine halbe Millionen politischer und 480.000 Kriminelle erschossen wurden. Die Kriminellen liefen unter § 59 3 und wurden als Jagodas Komplizen liquidiert. Damit war der früheren honorigen Ganovenwelt der Todesstoß versetzt. Im Mai 1947 legte sich Väterchen Josef Vissajonowitsch vor dem Spiegel ein gesteiftes Jabot an, ein zufriedener Blick, er gefiel sich und diktierte dem Präsidium des obersten Sowjets die Aufhebung der Todesstrafe zu Friedenszeiten und 25 Jahre Freiheitsentzug traten an ihre Stelle, ein guter Vorwand, das Viertelmaß einzuführen. Doch unser Volk ist undankbar, verbrecherisch und unfähig, die Großmut zu würdigen. Darum mussten sich unsere Landesherren zweieinhalb Jahre lang recht und schlecht ohne Todesstrafe abmühen und am 12. Januar 1950 mit einem Gegen-UKAS herausrücken. Angesichts der zahlreich eintreffenden Erklärungen von nationalen Republiken Gewerkschaften, Bauernorganisationen, gleichwie von verschiedenen Persönlichkeiten des kulturellen Lebens, wurde die Todesstrafe für die inzwischen angesammelten Vaterlandsverräter, Spione und unterminierende Diversanten wieder herbeigeschafft. Das Viertelmaß wurde hierbei übersehen. Es blieb. Ja, und einmal wiedergewonnen zog unsere gewohnte heimische Halsabschneiderei alles weitere mühelos nach sich. Das Jahr 1954 fügte den vorsätzlichen Mord hinzu, der Mai 1961 die Veruntreuung staatlichen Eigentums, auch noch die Geldfälschung und auch noch den Terror in Haftanstalten, wer also einen Spitzel umbringt und gegen die Lagerverwaltung Drohungen ausstößt. Der Juli 1961 die Verletzung der Valutavorschriften, der Februar 1962 den Anschlag, die Faust geballt auf das Leben eines Milizmannes oder freiwilligen Milizhelfers und gleichzeitig die Vergewaltigung und im selben Atemzug die Korruption. Doch es gilt dies alles provisorisch, bis zur endgültigen Abschaffung nur, so steht es auch heute auf dem Papier und daraus ergibt sich, dass wir es ohne Todesstrafe am längsten unter Elisabeth ausgehalten haben. So viele sind also erschossen, zuerst Tausende, dann Hunderttausende. Wir dividieren, multiplizieren, bedauern, verfluchen und doch sind es Zahlen. Sie frappieren, erschüttern, werden später vergessen, aber wenn irgendwann einmal die Angehörigen der Erschossenen alle Fotografien ihrer Hingerichteten in einem Verlag zusammentrügen und der Verlag ein Fotoalbum daraus machte, mehrere Bände davon, dann könnten wir Seite für Seite umblätternd aus jedem letzten Blick in die verblichenen Augen sehr vieles für das uns verbliebene Leben gewinnen. Diese Lektüre fast ohne Buchstaben würde ewige Spuren in unsere Herzen graben. In einer befreundeten Familie, in der es ehemalige Häftlinge gibt, pflegt man diesen Brauch. Am 5. März, dem Todestag des Obermörders, werden auf den Tischen die Bilder von Erschossenen und im Lager zugrunde gegangenen aufgestellt, einige Dutzend so viel sich beschaffen ließ. Und den ganzen Tag ist es feierlich in der Wohnung, wie in einer Kirche, wie im Museum. Trauermusik wird gespielt, Freunde kommen, betrachten die Fotografien, schweigen, lauschen, sprechen leise zueinander, gehen ohne Abschied fort. Wenn es überall so wäre, eine kleine Kerbe, eine winzige wenigstens, bliebe uns dann von all diesen Toten im Herzen. Damit es doch nicht umsonst war. Auch ich besitze einige zufällige Bilder. Seht euch zumindest diese an. Pakrovski Viktor Petrovich erschossen 1918 in Moskau Strohbinder Alexander Student erschossen 1918 in Petrograd Anichkau Anichkov Anichkov Vassily Ivanovic erschossen 1927 auf der Lubyanka Svecin Alexander Andrejevich Professor im Generalstab erschossen 1935 1937 Re Reformatzky Mikhail Aleksandrovich Agronom erschossen 1938 in Ajol Anichkova Elisaveta Yevgenyevna erschossen 1942 in einem Lager am Jensei Man sagt Konstantin Rokossovsky der künftige Marschall sei 1938 zweimal zur angeblichen nächtlichen Exekution in den Wald gefahren vor die Gewehrläufe gestellt und zurück ins Gefängnis gebracht worden Auch dies ist ein Höchstmaß als kriminalistische Finte angewandt Ging auch gut aus Er lebte und gedieh und war gar nicht böse Und Töten lässt sich der Mensch fast immer ohne Aufbegehren Meistens können sich die Begnadigten nicht erinnern dass sich in ihrer Zelle jemand gewährt hätte Kapitel 12 Chirusak die Gefängnishaft Schon der letzte Monat des Jahres 1917 begann Licht in die Sache zu bringen ohne Zuchthäuser ging es ganz und gar nicht Immer fanden sich welche die nirgendwo sonst unterzubringen waren als hinter Gittern siehe Kapitel 2 Ja einfach weil es in der neuen Gesellschaft keinen Platz für sie gab Natürlich wurde sogleich verlautbart dass sich die Schrecken des zaristischen Kerkers niemals wiederholen würden Glücklicherweise klärte sich die Situation bald dahingehend dass die wichtigsten Zuchthäuser die Zentrals oder Astrox im Bürgerkrieg keinen Schaden erlitten hatten Erinnern wir uns auch an die erste Solowiecka Idee guter Ort ist was ein halbes Jahr ohne Verbindung zur Außenwelt liegt da kannst du rufen so viele willst keiner hört darfst dich unsertwegen auch anzünden Den naiven Glauben an die Kraft des Hungerstreiks schöpften wir aus den Erfahrungen der Vergangenheit und des gleichen aus der Literatur der Vergangenheit hingegen stellt der Hungerstreik eine Waffe rein moralischen Charakters dar die Wirksamkeit ist überhaupt erst gegeben wenn man voraussetzen kann dass der Kerkermeister noch einen Rest von Gewissen besitzt oder Angst vor der öffentlichen Meinung hat die zaristischen Kerkermeister waren rechte Grünlinge wenn bei ihnen ein Häftling zu hungern begann gerieten sie in Panik welch Jammer welche Not und brachten ihn ins Spital der Beispiele gäbe es mehr als genug aber es soll ja dieser Arbeit nicht ihnen gewidmet sein Es klingt geradezu lächerlich dass Valentinov nur zwölf Tage zu hungern brauchte um die Aufhebung der Untersuchungshaft nicht bloß irgendwelche Haftprivilegien zu erreichen worauf er in die schweiz zu lenin fuhr selbst im arlovsker zuchthaus dem dortigen kathorger zentral waren alle hungerstreiks siegreich 1912 wurde eine milderung des haftregimes erwirkt und 1913 eine weitere den gemeinsamen spaziergang aller politischen strafgefangenen betreffende welcher selbst wiederum offensichtlich so wenig von den Wachen behelligt wurde dass sie es zustande brachten Häftlinger eines zentralen kathorger gefängnisses ihren brief an das russische volk zu verfassen und herauszuschmuggeln auf das er veröffentlicht werde da kann unsereins nur den mund aufsperren sie sind die noch bei rechtem verstand während der revolution von 1905 und in den Jahren danach fühlten sich die Häftlinge so ganz als Herr im eigenen Kerker dass sie sich gar nicht mehr die Mühe gaben mit dem Hungerstreik zu drohen sondern entweder das staatseigene Inventar demolierten oder gar auf den Gedanken verfielen in den einfachen Streik ohne Hunger zu treten obwohl doch die Vorstellung streikender Gefangener möchte man meinen ein glatter Unsinn ist in den 20er Jahren beginnt sich das muntere Hungerstreiksbild zu verdüstern was freilich auch vom Blickwinkel abhängt doch man konnte in all diesen Jahren mit dem Hungerstreik zumindest persönliche Forderungen durchsetzen In den 30er Jahren vollzieht sich im staatlichen Denken den Hungerstreik betreffend eine neue Wendung Selbst diese geschwächten isolierten halberstickten Hungerstreiks sind dem Staate wie unschwer einzusehen zu nichts nütze ob es dem Ideal nicht näher käme wenn man davon ausginge dass die Gefangenen überhaupt keinen eigenen Willen zu haben keine Entscheidungen zu treffen hätten das Denken und Lenken Überlass einer der Direktion wenn man zurecht bedenkt dürfte es nur für solche Sträflänge in der neuen Gesellschaft eine Existenzberechtigung geben und darum hörte die Obrigkeit auch in den 30er Jahren auf Hungerstreiks Ankündigungen offiziell zur Kenntnis zu nehmen der Hungerstreik als Kampfmittel existiert nicht mehr wurden Jekaterina Olitskaya 1932 und viele andere vorher und nachher belehrt eure Hungerstreiks sind von uns annulliert basta die Olitskaya aber geräuschte nicht und begann zu hungern und sie ließen sie 15 Tage gewähren brachten sie dann ins Spital setzten ihr als Versuchung Milch mit Zwieback vor und doch hielt sie stand und trug am 19. Tag den Sieg davon ihre Forderungen aber waren ein verlängerter Spaziergang Zeitungen und Pakete vom politischen Roten Kreuz so musste sich einer abmühen um zu bekommen was ihm rechtens zustand ein nichtiger Sieg im Grunde und viel zu teuer bezahlt die die Oelitzkeier weiß auch von Mitgefangenen über ähnlich unsinnige Hungerstreiks zu berichten um die Übergabe eines Pakets oder den Austausch des Spazierpartners zu erreichen hungerten manche bis zu 20 Tagen lohnte es sich denn man bedenke im Gefängnis des neuen Typus konnte was einem an Kräften verloren ging nicht wiederhergestellt werden Karloskow ein Sektierer hungerte auf diese Weise und starb am 25. Tag Kann man sich im Gefängnis des neuen Typus das Hungern überhaupt erlauben? Denn es standen den neuen Kerkermeistern unter den Bedingungen der Abgeschirmtheit und Geheimhaltung fortan überaus starke Mittel gegen Hungerstreiks zur Verfügung 1. Die Langmut der Anstaltsdirektion Die oben angeführten Beispiele liefern dafür ein berätes Zeugnis 2. Der Betrug Auch dies ist der Abgeschirmtheit zu verdanken. Solange jeder Schritt von den Reportern in die Welt hinaus getragen wird, macht das Betrügen Mühe. Nicht so bei uns. Da lügt einer nach Herzenslust. 1933 hielt S.A. Chebotaryow im Gefängnis von Khabarovsk einen 17-tägigen Hungerstreik, damit man seine Familie benachrichtige, wo er sei. Sie kamen gerade von der ostchinesischen Bahn, als er plötzlich verschwand. Nun verzehrte er sich in Sorgen um seine Frau. Am 17. Tag suchte ihn der stellvertretende Chef der Regional-OGPU Sapatnoy in Begleitung des Khabarovska-Staatsanwalts auf. Am Rang der Besucher ist zu sehen, dass lange Hungerstreiks nicht allzu häufig waren. Sie zeigten ihm eine Postquittung, fürs Telegramm an die Frauen natürlich, und danach ließ er sich eine Bouillon einflößen. Die Quittung aber war gefälscht. Drittens. Die Zwangsernährung Dieses Mittel stammt zweifellos aus der Tiergartenpraxis. Grundbedingung ist die Geheimhaltung. 1937 war die künstliche Ernährung offensichtlich schon allerorts Usus. Viertens. Die neue Betrachtungsweise Der Hungerstreik bedeutet die Fortsetzung der kontrarevolutionären Tätigkeit im Gefängnis und ist mit neuen Straffristen zu ahnden. Eine um die Mitte 1937 erlassene Direktive gab den Gefängnisdirektionen zu wissen, dass sie von nun an der Verantwortung für die an einem Hungerstreik Verstorbenen zur Gänze, enthoben seien. Die Kerkermeister waren des letzten Restes von persönlicher Haftung ledig. Nun hätte auch Chebotayoff lange auf den Staatsanwalt warten müssen. Ein weiteres wurde für die Seelenruhe der Untersuchungsrichter getan. Die durch einen Hungerstreik verlorenen Tage seien von der Untersuchungshaft abzuziehen, haben demnach nicht nur als nicht existent, sondern darüber hinaus als quasi in Freiheit verbracht zu gelten. Den Hungerstreik hat es nicht gegeben, und seine einzige spürbare Folge sei darum die Ausmergelung des Gefangenen. Jahrzehnte zogen ins Land, und die Zeit vollbrachte das ihre. Schon war der Hungerstreik das erste und natürlichste Recht des Gefangenen, den Gefangenen selber fremd und unverständlich geworden. Immer seltener verspürte einer die Lust dazu, und in den Augen der Kerkermeister war es bald nichts als Dummheit oder böswillige Aufsässigkeit. Obwohl sich der riesige Archipel bereits gedehnt und geweitet hatte, gingen die Sitzgefängnisse darauf noch lange nicht zugrunde. An Eiferern für die alte Zuchthaustradition mangelte es nicht, genauso wenig an Traditionserneuerern. All das, was der Archipel an Neuem und Unschätzbarem zur Erziehung der Massen beitrug, bedurfte, um Vollendung zu sein, einer gewissen Abrundung, und diese lieferten die TUNs und Sitzgefängnisse schlechthin. Nicht jeder, den die große Maschine verschlang, hatte sich unter die Stammeinwohner des Archipels zu mischen. Was ein namhafter Ausländer war, oder eine allzu bekannte Person, ein geheimer Gefangener oder ein eigener abservierter Gebist, konnte unter keinen Umständen offen im Lager präsentiert werden. Der eine zusätzlich gewonnene Schubkarren würde den moralisch-politischen Schaden der Publizität nicht aufwiegen. Genauso unzulässig wäre es gewesen, die notorisch auf ihre Rechte pochenden Sozialisten mit den Massen zu vermischen, und umso bequemer war es, sie just unter dem Vorwand ihrer Privilegien und Rechte gesondert zu halten und abzuwürgen. Viel später, in den 50er Jahren, wird man, wie wir noch erfahren, auf das ZBV-Gefängnis TUN auch zur Isolierung von Lagerrebellen zurückkommen. In seiner Enttäuschung über die Besserung von Dieben wird der Greise Stalin noch die Weisung geben, auch den Bandenchefs den Tjursak und nicht das Lager aufzubringen. Und schließlich mussten auch noch solche Delinquenten in kostenlose Staatsverpflegung genommen werden, die im Lager ihrer Schwäche wegen sofort gestorben wären und sich somit der Strafverbüßung entzogen hätten. Gemäß den Anforderungen vollzog sich die Bewahrung, Erneuerung, Festigung und Vervollkommnung des alten, von der Romanov-Dynastie ererbten Zuchthausbestandes. Manche Zentrals, so das in Jaroslavl, waren derart solid und bequem eingerichtet, eisenbeschlagene Türen, in jeder Zelle im Boden verankerten Tisch, ein Schemel, eine Liege, das es nur mehr der Anbringung von Maulkörben an den Fenstern und der Abzäunung von zellengroßen Spazierflecken im früheren Gefängnishof bedurfte. Bis 1937 waren in den Gefängnissen alle Bäume gefällt, die Rasen und Gemüsebeete umgeackert, jedes Fleckchen Erde asphaltiert worden. Andere wieder, so das in Zustal mussten angesichts der ursprünglichen klösterlichen Bestimmung einen Umbau erfahren, was jedoch auf keinerlei Schwierigkeiten stieß, zumal die Einkakerung des Leibes im Kloster und die rechtlich begründete Einkakerung im Gefängnis körperlich analoge Ziele anpeilt. Ähnlich erfolgte die Adaption eines Teils des Suchanow-Klosters, schließlich und endlich mussten ja auch gewisse Verluste am Gesamtbestand wettgemacht werden. In den 20er Jahren war die Kost in den Politisolatoren durchaus passabel, Fleisch zu jedem Mittagsmahl, frisches Gemüse im Topf und Milch im Laden zu kaufen. Eine jähe Verschlimmerung trat 1931 bis 1933 ein, doch da gab es ja auch draußen nicht mehr viel zum Beißen, Skorbut und Hungerohnmacht waren damals in den Politisolatoren keine Seltenheit. Das mit dem Essen kam später wieder ins Lot, aber wie früher war es nimmer. Das Licht war in den Zellen sowieso rationiert, in den 30er Jahren wie in den 40ern, dank den Maulkörben und dem drahtbewährten trüben Fensterglas lagen die Zellen im ständigen Dämmer. Die Dunkelheit ist ein wichtiger Faktor der seelischen Unterjochung. Über den Maulkorb wurde obendrein oft noch ein Netz gespannt. Im Winter lag Schnee darauf und verschlang den letzten Schimmerlichts. Beim Lesen konnte man sich nur mehr die Augen verderben, die schmerzten ohnehin. Im Wladimiratheon wurde dieser Mangel an Licht in den Nächten wettgemacht. Da strahlten die Zellen im grillen Lampenlicht und störten einen beim Schlaf. Hingegen gab es im Dimitrofer Gefängnis 1938 als einzige Lichtquelle eine Ölfunzel unter der Decke, die brannte den Leuten die letzte Luft weg. 1939 kamen Lampen mit halber Rotglut ins Schwang. Die Luft war ebenfalls rationiert. Die Lüftungsklappen hatten Vorhängeschlösser und wurden nur beim Austreten geöffnet. Wiederum gab es in Wladimir 1948 keine Beschränkungen der Luftkonsumation. Die Lüftung blieb Tag und Nacht offen. Die Dauer des Spaziergangs schwankte je nach Jahr und Gefängnis zwischen 15 und 45 Minuten. Jener Umgang mit der Erde, wie in Schlüsselburg oder auf den Zolowski gepflegt, war längst ausgetilgt. Und alles, was da wuchs, herausgerissen, zertrampelt, mit Beton und Asphalt zugegossen. Beim Spaziergang brüllten sie schon, wenn einer nach den Wolken schaute. »Augen auf den Boden!«, erinnerte sich Kassirev und die Adamowa im Gefängnis von Kazan. Besuche von Verwandten wurden 1937 verboten und nicht wieder zugelassen. Briefe durfte man an die nahen Verwandten zweimal im Monat schreiben, ebenso viele von ihnen erhalten. Dies in beinahe allen Jahren, aber in Kazan, durchlesen und am nächsten Tag ans Aufsichtspersonal zurückgeben. Desgleichen der Zukauf im Laden, solange eben die limitierten Geldüberweisungen reichten. Ein nicht unbedeutender Teil des Strafvollzugs beruht auf der richtigen Wahl des Mobiliars. Die Adamowa beschreibt sehr eindrucksvoll die Freude, die sie empfand, als sie nach all den tagsüber aufgeklappten Liegen und am Boden verschraubten Stühlen in der Zelle von Sustal ein einfaches Holzbett mit Strohsack, einen einfachen Holztisch, zu sehen bekam und betasten durfte. Im Wladimirat-TON machte I. Korneev zwei Regime durch. Unter dem einen, 1947-48, wurden dem Häftling die eigenen Kleider belassen, man durfte auch tagsüber liegen und der Bertuchai kümmerte sich wenig ums Gugloch. Unter dem anderen, 1949-53, wurden die Zellen doppelt versperrt, vom Bertuchai und vom diensthabenden Offizier. Liegen war verboten, laut sprechen war verboten. In Kasern durfte man nur flüstern. Die persönlichen Sachen mussten abgegeben, eine gestreifte Häftlingskluft aus Matratzenstoff getragen werden. Brieferlaubnis gab es zweimal im Jahr und auch das nur an zwei vom Gefängnisdirektor ohne Vorankündigung bestimmten Tagen. Wer den Tag versäumte, musste schon auf den nächsten warten. Und die Länge des Briefes war auf die Hälfte eines Schreibmaschinenbogens beschränkt. Grimmige Filzungen standen auf der Tagesordnung, rechte Überfälle mit splitternacktem Antreten draußen im Gang. Am schärfsten nahmen sie Kontakte zwischen den Zellen aufs Korn. Das ging so weit, dass die Aufseher nach jedem Austreten mit Laternen die Aborto durchstöberten und in jede Muschel hineinleuchteten. Wegen einer Kritzelei an der Wand wurde die ganze Zelle in den Karzer gesteckt. Die Karzer waren die Geißel der Theon. Bloßes Husten konnte einem der Karzer einbringen. Stecken sie zum Husten gefährlichst den Kopf unter die Decke. Auch das Hin- und Hergehen in der Zelle, Kassiref, da galt man als tobsüchtig. Oder ein lautes Auftreten. Im Kasan bekamen die Frauen Männer Schuhe Größe 44 zugeteilt. Im Übrigen hat die Ginzburg vollkommen recht. Der Karzer wurde nicht für Vergehen, sondern nach einem Zeitplan ausgeteilt. Der Reihe nach hatte jeder mal reinzukommen, auf das er wisse, was ein Karzer ist. Die Gefängnisverordnung vermerkte auch noch diese äußerst flexible Variante. Im Falle sich der Häftling im Karzer Disziplinlosigkeiten zu Schulden kommen lässt, ist der Gefängnisdirektor berechtigt, die Karzerstrafe bis auf 20 Tage zu verlängern. Und worin besteht sie? Die Disziplinlosigkeit. Hier, wie Kassiref es erlebte. Weil er in der Zelle herumging, bekam er fünf Tage Karzer rund um die Uhr. Herbst war, der Karzer wurde nicht geheizt, Kassiref froh erbärmlich. Kleider und Schuhe nahmen sie einem fort. Auf dem staubigen Erdboden stand ein Schemel. Manchmal war der Boden auch nasser Schlamm. Im Kasan standen die Häftlinge im Wasser und hatten, laut Ginzburg, auch keinen Schemel zum Sitzen. Gleich am Anfang sah sich Kassiref schon tot, erfroren. Doch allmählich stieg eine Art innerer geheimnisvoller Wärme in ihm hoch, die die Rettung bedeutete. Er lernte, im Sitzen zu schlafen. Dreimal am Tag brachten sie einen Becher voll heißen Wassers. Er wurde trunken davon. In der Brotration 300 Gramm fand er einmal ein Stück Zucker. Ein Wärter hatte es trotz des Verbots in die Krume gedrückt. An den Brotstücken maß Kassiref die Zeit. Ein schwacher Lichtstrahl, der durch irgendein Fensterchen des Ganglavyrenns hereinfiel, half ihm dabei. Da waren nun fünf Tage um. Aber niemand kam ihn aus dem Karzer holen. Sein Gehör war ja geschärft. So fanden am er ein Geflüster im Gang. Um sechs Tage ging es, oder um den sechsten Tag. Darin eben lag die Provokation. Jetzt würde er reklamieren, würde die Freilassung verlangen. Und sie könnten ihm daraufhin wegen begangener Disziplinlosigkeit den Karzer verlängern. Er aber saß demütig und schweigend den übrigen Tag ab und wurde, als wäre nichts geschehen, herausgeholt. Vielleicht hat der Gefängnisdirektor jeden Einzelnen solcher Art auf die Gefügigkeitsprobe gestellt. Der Karzer ist für jene da, die sich noch nicht unterworfen haben. Nach dem Karzer kam ihm die Zelle wie ein Schlossgemach vor. Ein halbes Jahr lang war Kassirev taub und hatte einen vereiterten Hals. Sein Zellengenosse aber hatte vom häufigen Karzer den Verstand verloren, und Kassirev musste länger als ein Jahr die Zelle mit den Irren teilen. Und eben erst hier hätte dieses Unser-Kapitel beginnen sollen. Es hätte jenes schimmernde Licht einfangen müssen, das mit der Zeit wie ein Heiligenschein der Seele eines Einzelhäftlings entsteigt. Der Hass des Lebens so absolut entrissen, dass selbst das Messen der verrinnenden Minuten zum intimen Umgang mit dem Allwirt findet sich der Einzelhäftling von aller Halbheit geläutert, die ihn im vergangenen Leben quälend umfing und das Trübe in ihm sich absetzen ließ. Wie edel ist dieses Bild seiner im Erdreich grabenden, die erdplumpen, zart zerdröckelnden Finger? Ja, im Übrigen ist das falsch. Wie wendet sich doch sein Haupt ganz von selbst dem ewigen Himmel zu? Und im Übrigen ist's verboten. Wie viel gerührte Aufmerksamkeit erweckt in ihm ein am Fenstersitz hüpfender Spatz? Ja, im Übrigen ist der Maulkorb davor, und das Netz und ein Eisenschloss hängt an der Lüftung. Und was für klare Gedanken, was für erstaunliche Einfälle ihm zuweilen, aufs zugeteilte Papier fließen. Ja, im Übrigen kriegst du nur mit Mühe welches, und nicht immer im Laden, und wenn's vollgeschrieben ist, heißt es, zur ewigen Aufbewahrung in die Gefängniskanzlei zurück. Doch ach, die grießgrämigen Einwürfe, sie stören unsere Kreise. Es knistert im Gebälk unseres Kampitelkonzepts. Es knarrt, es kracht, und schon wissen wir nicht mehr, ob im Gefängnis des neuen Typus, im Gefängnis zur besonderen, ja welcher denn, Verwendung, ob daran die Seele des Menschen geläutert wird, oder endgültig zugrunde geht. Wenn du an jedem Morgen zuallererst die Augen deines irre gewordenen Zellengenossen zu sehen bekommst, wodurch sollst du dich selber in den anbrechenden Tag retten? Nikolai Alexandrovich Kassirev, dessen brillante astronomische Laufbahn durch die Verhaftung unterbrochen worden war, wusste sich nur durch die Gedanken an Ewiges und Unendliches zu retten, an die Weltordnung und ihren obersten Geist, an die Sterne, an ihre innere Beschaffenheit und darüber, was eigentlich Zeit ist, Zeit und der Lauf der Zeit. Und so eröffnete sich ihm ein neues Gebiet der Physik. Und nur das hielt ihn im Dimitrofer Gefängnis am Leben. Bald jedoch stießen seine Überlegungen an vergessene Ziffern. Er konnte nicht weiterbauen, weil er viele Ziffern dazu brauchte. Woher sie nehmen? In der Einzelzelle mit der kümmerlichen Nachtfunzel, wohin auch ein Vogel sich nicht verirren konnte? Und der Gelehrte erhob seine Stimme zu Gott, Herr, ich habe alles getan, was ich konnte, aber ich brauche deine Hilfe. Hilf mir weiter! Zu jener Zeit stand ihm in je zehn Tagen je ein Buch zu. Er war bereits in der Zelle allein. In der ärmlichen Gefängnisbibliothek gab es einige Auflagen des roten Konzerts von Demian Bétenoui und die wurden ihm immer wieder und wieder in die Zelle gebracht. Seit seinem Stoßgebet war eine halbe Stunde verstrichen. Da kam einer von der Bibliothek das Buch austauschen und warf ihm, wie immer ohne zu fragen, ein Lehrbuch der Astrophysik auf den Tisch. Woher das? Es ließ sich ja gar nicht ahnen, dass so etwas in der Bibliothek zu finden wäre. Lange konnte diese Begegnung nicht dauern, also stürzte sich Kassirev in weiser Voraussicht aufs Lesen, nur alles in sich aufnehmen, nur alles sich einprägen, was ihm heute vonnöten war und was er vielleicht später brauchen würde. Zwei Tage waren noch nicht um. Acht weitere standen ihm für das Buch zu, als plötzlich der Gefängnisdirektor zur Visite kam. Mit Habichtaugen merkte er sogleich die Ungebühr. Sie sind doch von Beruf Astronom? Jawohl! Fort mit diesem Buch! Und sie nahmen es ihm weg. Aber dessen mystisches Auftauren hatte den Weg für das Weiterforschen freigemacht, auch für später, im Lager von Norilsk. Nun also müssten wir das Kapitel über die große Opposition von Seele und Gitter beginnen. Doch hört! Was ist ein unverschämt lautes Rasseln im Schloss? Ein finsterer Chorkommandant mit einer langen Liste zu Vor Vatersnamen Geburtsjahr Paragraf Haftzeit von bis Antreten mit Sachen Flinkflink! Ja, Bruderherz, es geht zum Abtransport. Wir fahren. Bloß wohin? Wer weiß, wohin? Gott steh uns bei. Ob wir mit heiler Haut davonkommen? Halten wir es so. Wenn wir am Leben bleiben, erzählen wir es ein andermal zu Ende. Später. Wenn